Es ist lange her, Snake. War ja klar, dass Sie dahinter stecken können. So begrüßt man doch alte Kriegsfreunde nicht, Snake. Was wollen Sie von mir? Ich habe Sie eingeladen, um mit Ihnen zu sprechen. Eingeladen? Mithilfe bewaffneter Soldaten? Tut mir leid, wenn die etwas unsanf mit Ihnen umgegangen sind. Aber die Situation ist ernst und nur Sie können uns helfen. Ich bin nicht mehr bei Foxhound. Sie sind nicht mehr mein Kommandant. Ich brauche keine Befehle entgegenzunehmen. Diese werden Sie annehmen. Ich weiß es. Entschuldigung. Wer ist das? Dr. Naomi Hunter. Sie gehört zum Foxhound Medizinerteam und ist Expertin für Gentherapie. Vom Militär? Nein, Zivilistin. Die Firma ETGC hat mich geschickt. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Keine Sorge, diese Spritze tut nicht weh. Wofür ist die Spritze? Was ist los? Mögen Sie keine Spritzen? Snake, hören Sie zu. Es ist vor fünf Stunden passiert. Schwer bewaffnete Soldaten besetzten Shadow Moses Island, eine einsame Insel vor der Küste Alaskas. Was für Soldaten? Sondereinheiten der nächsten Generation, geführt von Mitgliedern der Einheit Foxhound. Hä? Sie haben Washington eine einzige Forderung vorgelegt und sagen, wenn diese nicht erfüllt wird, schießen Sie eine Atomrakete ab. Eine Atomrakete? Ich fürchte ja. Sehen Sie, die Insel dient zum Geheimen Entsorgen atomarer Waffen. Foxhound kapert eine Atomrakete. Nun verstehen Sie, wie ernst die Situation ist. Sie haben zwei Missionsziele. Sie müssen den DARPA-Chef Donald Anderson und den Präsidenten von Armstack, Kenneth Baker, retten. Beide werden aus Geiseln festgehalten. Ganz schön prominente Geiseln. Seitens müssen Sie herausfinden, ob die Terroristen einen nuklearen Angriff durchführen können und sie gegebenenfalls stoppen. Noch Fragen, Snake? Fragen? Ich habe diese Mission auch nicht mal angenommen. Nun, Sie können sich entscheiden, wenn Sie mehr über die Situation erfahren. Wie ist das mit der Anlage zum Entsorgen nuklearer Waffen? Sie beinhaltet eine gepanzerte unterirdische Basis. Selbst mit unserer höchstentwickelnden Aufklärungsausrüstung können wir nicht sagen, was drinnen vorgeht. Also muss jemand eindringen, Infos sammeln und Bericht erstatten. Klingt wie ein Bond-Film. Und wie kommt man da rein? Nun, der Luftweg ist ausgeschlossen. Ja, nicht bei diesem Sturm. Wir nähern uns der Anlage per U-Boot an. Annähern? Ja, bis auf einige Meilen. Nein, die Anlage verfügt über ein Sonar-Ortungssystem. Sie würden unsere Maschinen oder die Schraube hören. Und dann schießen wir ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Abschießen. Wie ein Torpedo. Nur hat dieses keinen eigenen Antrieb. Sie werden das Landungsgerät los, sobald es nicht mehr näher kommt. Dann müssen Sie schwimmen. Ich soll in eiskalten Wasser schwimmen? Keine Sorge. Dieser Anzug ist die neueste Entwicklung der Polythermal-Technologie. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindringen erhalten Sie Anweisungen über Kodec. Kommt noch jemand mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffen vor Ort? Ja. Die Operation ist top secret. Erwarten Sie keine offizielle Unterstützung. Der DARPA-Chef und der Präsident einer Rüstungsfirma. Was wollten die bei einer Entsorgungsanlage für Atomwaffen? Tatsache ist, dass zum Zeitpunkt des Angriffs der Terroristen geheime Übungen ausgeführt wurden. Müssen sehr wichtig gewesen sein, wenn diese beiden direkt beteiligt waren. Wurde da eine Art neue, fortgeschrittene Waffe getestet? Darüber bin ich nicht informiert. Wissen wir, wo Sie gefangen gehalten werden? Dem DARPA-Chef wurde ein Minisender eingepflanzt. Sie sollten seine Position auf Ihrem Radar erkennen können, sobald Sie nahe genug dran sind. Können Sie wirklich eine Atomrakete abschießen? Anscheinend. Sie gaben uns sogar die Seriennummer des Sprengkopfes, den Sie verwenden wollten. Wurde die Nummer bestätigt? Ich fürchte ja. Sie haben auf jeden Fall einen echten atomaren Sprengkopf. Gibt es keine Sicherheitsvorkehrung, um diese Art von Terrorismus zu verhindern? Doch. Jede Rakete und jeder Sprengkopf in unserem Arsenal ist mit einem PAL mit separatem Sprengkode ausgerüstet. PAL? Genehmigte Aktionsverbindung. Das integrierte Sicherheitssystem in allen Atomwaffensystemen. Trotzdem besteht kein Verlass. Warum nicht? Der DARPA-Chef kennt den Sprengkode. Aber der atomare Sprengkopf muss von der Rakete entfernt worden sein und alle Raketen in den Entsorgungsanlagen sollten demontiert sein. Es ist nicht so einfach, an Interkontinentalraketen zu gelangen. Das traf einmal zu. Aber seit Ende des Kalten Krieges bekommt man alles, wenn man Geld und die richtigen Beziehungen hat. Was genau verlangen Sie also? Sterbliche Überreste. Überreste. Richtig. Genauer gesagt Zellproben, die die individuellen Genominformationen dieser Person enthalten. Zellproben. Was wollen die denn damit? Die Terroristen brauchen sie. Die Sondereinheiten der nächsten Generation wurden durch Gentherapie stärker gemacht. Stärker gemacht? Sie haben vom menschlichen Genomprojekt gehört. Die Analyse des menschlichen Genoms ist beinahe abgeschlossen. Auf der Basis dieser Forschung versuchte das Militär, die Gene zu identifizieren, die für das Wesen effizienter Soldaten verantwortlich sind. Solche Gene gibt es? Ja. Mit Hilfe der Gentherapie ist es möglich, diese Gene normalen Soldaten einzupflanzen. Gentherapie. Ich werde das erklären. Mit Gentherapie können wir für Krankheiten verantwortliche Gene operativ entfernen und gleichzeitig Gene mit positiver Wirkung einpflanzen. Zum Beispiel solche, die krebsresistent wirken. Wir können also alle möglichen genetisch veranlagten Krankheiten Herr werden und zudem erstrebte Eigenschaften einfügen. Okay. Und wenn Sie wüssten, welche Gene den perfekten Soldaten ausmachen, könnten Sie sie auf dieselbe Weise einpflanzen. Ja, genau. Alles hängt vom Isolieren und Identifizieren dieser Soldatengene ab. Um dies zu erreichen, ist es nützlich, die Genominformationen eines der besten Soldaten aller Zeiten zu untersuchen. Eines der besten Soldaten. Der Mann, den Sie den größten Krieger des 20. Jahrhunderts nannten. Sie meinen Big Boss? Genau. Wir haben eifrigst daran gearbeitet, die Gene für seine unglaublichen Kampffähigkeiten zu identifizieren. Bis jetzt wurden rund 60 der sogenannten Soldatengene entdeckt. Sein Körper wurde also gefunden. Ja. Und seine Zellen sind in einer Gefrierkammer. Seine Genominformationen sind für die Menschheit von unschätzbarem Wert. Hm. Unschätzbar für das Militär vielleicht. Sein Körper war stark verbrannt, aber es war möglich, sein DNA-Profil aus einer Haarsträhne wiederherzustellen. Ihr Leute seid unglaublich. Und dann pflanzen Sie diese Gene in Soldaten ein. Ja, mit einem von mir entdeckten Prozess, dem Gen-Targeting. Zum stärksten Soldaten wird man nicht durch Training oder Erfahrung. Es ist uns inzwischen klar, dass Erbfaktoren beim Erschaffen außergewöhnlicher Soldaten weit maßgebender sind. Snick, wir dürfen Ihnen diesen Körper nicht geben. Das könnte gefährlicher sein, als alle Atomsprengköpfe auf der Insel zusammen. Die Terroristen nennen sich die Söhne des Big Boss. Die Söhne des Big Boss. Wie ist der Zeitraum? 24 Stunden. Nach 24 Stunden werden Sie zünden. Haben Sie Ihr Ziel genannt? Bis jetzt haben Sie kein Ziel erwähnt. Wann hat der Countdown begonnen? Vor fünf Stunden. Colonel, wen vertreten Sie? Natürlich die Regierung der Vereinigten Staaten. Und wer steht der Kontrolle dieser Operation vor? Der Präsident der Vereinigten Staaten. Was wohl bedeutet, der Präsident trifft sich gerade mit seinen Top-Beratern im berühmten Map-Room, wie? Nein, zur Zeit geschieht das noch über Videokonferenz. Sollte bei einem echten Sprengkopf nicht eine Warnung ausgegeben werden? Noch nicht. Der Verteidigungsminister hat volle Autorität und ist über die Situation informiert. Nach dem Eindringen, wenn Sie feststellen, dass Sie über einen Atomsprengkopf verfügen, wird eine Warnung ausgegeben. Naja, wenn Sie noch nicht im Atomschutzbunker unter Mount Washington sind, besteht wohl noch kein Grund zur Besorgnis. Ist die National Security Agency eingeweiht? Ja, und auch der militärische Abschirmdienst DIA. Der DIA? Das klingt schon gar nicht mehr so gut. Die schicken uns Unterstützung. Wir brauchen keine Truppen. Wir brauchen einen Atomwaffenspezialisten. Natürlich. Ein Atomwaffenexperte wurde uns bereits zugewiesen. Wir brauchen Hilfe von einem Experten. Wenn es um Atomwaffen geht, bin ich leider bloß Amateur. Ich weiß. Deshalb habe ich um die Unterstützung einer Militärberaterin namens Nastascha Romanenko gebeten. Die wird Sie über Kodek unterstützen. Eine Beraterin? Sie hat einen beeindruckenden Hintergrund als Beraterin für Atomwaffeninspektoren. Wenden Sie sich bei Fragen an sie. Sie ist auch Expertin für Hightech-Waffen. Wo ist sie stationiert? Zu Hause in Los Angeles. Kalifornien. Das scheint ein anderer Stern zu sein. Wie gut sind die Terroristen ausgerüstet? Ich weiß, dass zum Zeitpunkt des Angriffs eine Übung stattfand. Ich fürchte, sie sind schwer bewaffnet. Was ist mit ihrer Kampferfahrung? Die sechs Foxhound-Mitglieder sind abgebrühte Veteranen. Die essen Nägel zum Frühstück und verlangen zum Mittag nach mehr. Ich erwarte nichts anderes von Foxhound. Die anderen sind Sondereinheiten der nächsten Generation. Auch nicht gerade Durchschnitt. Erzählen Sie mir von den Sondereinheiten der nächsten Generation. Sie begannen als Antiterrorismus-Sondereinheit, bestehend aus Mitgliedern von biochemischen und technischen Einheiten und Atomwaffeninspektoren. Ihr Zweck war es, auf potenzielle Gefahren durch Massenvernichtungswaffen der nächsten Generation, einschließlich ABC-Waffen, zu reagieren. Bis Sie dazu kamen, heißt das. Wer ist Sie? Diese Männer waren keine normalen Soldaten. Sieht ja ziemlich international aus. Söldner? Ja. Und es wird noch besser. Die meisten kommen von einer Söldner-Agentur, die Ihnen bekannt sein wird. Sie gehörten zur Privatarmee des Big Boss. Und nach dem Tod von Big Boss übernahm das Militär pauschal Ihre Verträge. Outer Heaven. Danach wurden Sie mit unserer VR-Einheit Force 21 zusammengebracht und umtrainiert. Wenn Sie mich fragen, diese Sondereinheiten der nächsten Generation sollten simulierte Soldaten heißen. Sie haben keine echte Kampferfahrung. Videospieler, ha? Vergessen Sie nicht, dass Sie durch Gentherapie verstärkt wurden. Sie haben Gene, die Sie zu guten Soldaten machen. Werden Sie nicht leichtsinnig, nur weil Sie nicht viel Erfahrung haben. Ich dachte, genetisch modifizierte Soldaten sind nach internationalem Recht verboten. Tja, aber das sind nur Erklärungen, keine Verträge. Das Interessante ist, dass fast alle Mitglieder der Einheit am Angriff beteiligt sind. Warum sollte die gesamte Einheit rebellieren? Sie nennen es eine Revolution. Sie alle hatten dieselbe Gentherapie und fühlen sich wohl enger verbunden als Brüder. Die Einheit ist Ihre Familie. Die Söhne des Big Boss. Aber als normale Truppe müssen Sie regelmäßig von Armeepsychologen untersucht worden sein. Nach Ihren Akten war alles in Ordnung. Beste Noten bei den psychologischen Tests. Sie schienen alle anständige, patriotische Soldaten zu sein. Aber Sie nahmen alle am Aufstand teil? Nein. An diesem Tag tauchten einige bei der Übung nicht auf. Deswegen wurden Truppen ersetzt. Irgendwelche Anzeichen, dass etwas nicht stimmen konnte. Es gab vor einem Monat einen Bericht über ein merkwürdiges Verhalten. Anscheinend lasen Sie geheime Informationen über die Soldatengene und führten eigene Gentherapie-Experimente aus. Das können die auch ohne Sie? Nun, unser Gentherapie-Verfahren ist fast vollständig automatisiert. Und außerdem sind Sie alle Genies mit IQs über 180. Allein die Existenz der Genom-Truppe ist ein Geheimnis der höchsten Sicherheitsstufe. Wir hatten gehofft, die Sache hinter geschlossenen Türen bereinigen zu können. Alt-Tec-Sondereinheit Foxhound. Ihre frühere Einheit. Und eine, von der ich Commander war. Eine Elite-Truppe, die Schlagkraft und Erfahrung auf sich vereint. Sie sind noch genauso gut, wie als ich sie führte. Also gibt's die noch? Sechs Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Psycho-Mantus mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper-Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy-Oktopus, Meister der Verstellung. Balkan-Raven, Riese und Schamane. Revolver-Ocelot, Experte für Verhöre und gefährliche Schütze. Ein reizendes Kränzchen. Wie schade, dass wir uns unter so widrigen Umständen treffen müssen. Und schließlich ihr Anführer, der Foxhound-Kampfleiter. Liquid Snake. Liquid Snake. Ja. Und Sie sind der Einzige, der es mit ihm aufnehmen kann. Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Was wissen Sie über ihn? Als Teenager kämpfte er im Golfkrieg. Der jüngste Mann in der SAS. Sein Job war das Auffinden und Zerstören mobiler SCAD-Raketenabschussrampen. Sie waren doch auch da. Drangen Sie nicht in den westlichen Irak mit einem Zug der Green Berries ein? Ich war damals selbst noch ein Kent. Die Details sind geheim. Aber er scheint für den SIS als schlafender Agent im Nahen Osten fungiert zu haben. Er war ein Spion für den britischen Geheimdienst. Aber er zeigte sich nie im Century House. Er wurde im Irak gefangen genommen und verschwand danach für mehrere Jahre. Nach Ihrem Austritt wurde er gerettet und Mitglied von Foxhound. Ich dachte, Sie verwendeten nach meinem Austritt keine Codenamen mehr. Ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Diese Informationen sind so geheim, dass selbst ich sie nicht bekomme. Hier ist ein Foto. Oh. Schockierend, nicht? Seine Hautfarbe ist anders. Aber ansonsten leichten Sie sich wie ein Ei dem anderen. Ein Zwelling? Ich kenne die Details nicht, aber es scheint so. Deswegen brauchen wir Sie für diese Mission. Sie sind der Einzige, der ihn besiegen kann. Jetzt, nachdem ich Sie gesehen habe, weiß ich, Sie haben ihm etwas voraus. Ich sehe es in Ihren Augen. Danke. Das beruhigt mich ungemein. Colonel, ich bin nicht mehr im aktiven Dienst. Lassen Sie mich nach Twin Lakes zurückkehren. Warum, Snake? Ist das Leben in Alaska so gut? Diese Woche ist ein Hundeschlittenrennen. Nächsten Samstag muss ich in Anchorage sein. Das Editor-Rot? Das längste Schlittenrennen der Welt? Seit wann sind Sie Hundeführer? Meine 50 Huskys sind meine Familie. Ich muss mich um sie kümmern. Keine Sorge wegen Ihrer Hunde. Was meinen Sie? Es tut mir leid, Snake. Aber dieses Schiff fährt zur Bärigenstraße. Keine Zeit für Debatten. Wie gesagt, selbst wenn ich Ihnen was schulde, der Armee und dem Land schulde ich nichts. Sie werden diesen Auftrag annehmen. Wieso sollte ich so blöd sein? Ich bin kein Patriot. Snake, wir haben auf der Datei genügend Material über Sie und Ihre Agentenvergangenheit, um Sie weit ins Pensionsalter hinter Gittern zu halten. Ach so. Erpressung. Nein, Snake. Ich verstehe es mehr als ein Unterfangen, Ihnen bei der Entscheidung etwas zu helfen. Aber ich kenne Sie besser. Sie würden diesen Auftrag auch ohne Drohung annehmen. Weshalb sagen Sie das? Sie haben Soldatennatur. Friede und Harmonie sind nichts für Sie. Hm. Das geht uns allen so, die wir einmal aktiv waren. Wir fühlen uns nur auf dem Schlachtfeld wirklich lebendig. Ich bin auch Soldat. Ich kenne das Gefühl, machtlos und frustriert zu sein, wie Sie es täglich spüren. Sie haben versucht, da in Alaska Pfadfinder zu spielen, aber Schlittenhunde helfen da nicht. Kommen Sie zurück und werden Sie wieder Soldat. Sie betrachten mein Leben wohl als einen Witz. Snake, ich möchte Ihrem Leben wieder einen Sinn geben. Colonel, Sie sind pensioniert. Weshalb sind Sie beteiligt? Nicht viele Leute kennen Fuxhaun so gut wie ich. Ist das der einzige Grund? Ich war lange Soldat. Ich kenne nichts anderes. Ich werde zwar älter, aber ich denke, ich gehöre immer noch aufs Schlachtfeld. Colonel, Sie lügen schlecht. Was ist der echte Grund? Okay, Snake. Ich will offen sein. Jemand, der mir sehr viel bedeutet, ist eine Geisel. Wer ist das? Meine Nichte, Meryl. Was hatte Ihre Nichte dort zu suchen? Mehrere Mitglieder von Fuxhaun wurden am Tag des Aufstands vermisst gemeldet und meine Nichte wurde als Notfallersatz eingezogen. Sie sieht Ihnen ähnlich. Sie ist die Tochter meines kleinen Bruders. Er starb im Golfkrieg und ich kümmere mich seitdem um sie. Persönliche Gründe, Colonel. Nicht gerade Soldatenhaft. Ich bin im Ruhestand. Ein alter Mann. Und Ihr Freund. Seit wann sind wir Freunde? Ich halte uns für Freunde seit dem Fall von Sansibar. Ich mit meinem Charakter habe nicht zu viele Freunde. Das ist der Teil, dem ich traue. Das macht sie menschlich. Bitte, Snake. Hätten Sie meine Nichte, Meryl. Gut. Unter zwei Bedingungen. Welche? Erstens. Keine Geheimnisse mehr zwischen uns. Ich muss jederzeit alles wissen. Zweitens. Ich nehme nur Befehle von Ihnen direkt entgegen. Keine Zwischenmänner, okay? Einverstanden. Darum wurde ich gerufen. Nur eines. Ja. Ich bin kein König mehr. Nur ein müdes Schlachtroß. Ich verstehe. Kana. Die Ärztin nimmt Sie an der Mission teil. Sie war für Furchtchanz-Gentherapie verantwortlich. Sie weiß mehr über diese Männer als jede andere. Sie haben sie also nackt gesehen? Ich bin keine Krankenschwester. Ich bin Wissenschaftlerin. Übrigens. Für was war die Spritze? Es ist eine Kombination aus Nanomaschinen, einem Anti-Gefrierpeptid, sodass Ihr Blut und andere Körperflüssigkeiten auch bei arktischen Temperaturen nicht gefrieren. Nanomaschinen? Nicht nur eine Art. Es gibt verschiedene Arten, die den Vorrat an Adrenalin, Nahrung und Zucker im Blut wieder auffrischen. Wenigstens brauche ich mich nicht mehr ums Essen zu kümmern. Es waren auch Nootropika enthalten. Wie? Was? Nootropika. Ein Pharmazeutikum, das die mentalen Funktionen verbessern hilft. Es macht mich schlauer, hm? Noch was? Ja, Benzedrin. Eine Art Stimulanz. Es verbessert Wachsamkeit und Reaktion für zwölf Stunden am Stück. Ein netter Cocktail. Sonst noch was drin? Die Nanomaschinen helfen dazu, die Batterien für ihren Codec aufzuladen. Sollte ich abnehmen wollen, kann ich mich wohl auch an sie wenden. Aber gerne. Ich brauche mal ihre Schere. Was haben Sie vor? Keine Sorge. Ich mach mich nur ein bisschen zurecht. Wie? Ich will doch nicht wie der Terroristenanführer aussehen. Hier Snake. Colonel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140,85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, piept das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut. Okay. Ich bin unterwegs. Hier ist Snake. Ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Das hat lange gedauert. Sie sind ein bisschen eingerostet. Keine Sorge. Es ist eine Weile her, aber ich erinnere mich noch. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid-Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut. Freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? Zwei F-16 sind in Kalena gestartet und zu ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Dank des VR-Trainings an Bord der Discovery. Es bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Wow! Der spinnt wohl! Einen Heinz bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Maya Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennen zu lernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Äh, nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir! Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radarsystem erklären. Der helle Punkt in der Mitte sind Sie, Snake. Die roten Punkte sind Ihre Feinde und der blaue Kegel, deren Sicht fällt. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Sie dürfen sie nicht sehen. Dringen Sie in die Entsorgungsanlage ein und suchen Sie den DARPA-Chef. Der DARPA-Chef hat dieselben GPS-Transmitter-Nanomaschinen wie Sie. Er sollte auf Ihrem Radar als grüner Punkt erscheinen. Fragen Sie ihn nach Informationen über die Terroristen, wenn er noch lebt. Snake, Ihr Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Aber wenn der Feind Sie entdeckt, können Sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht! Wir folgen Ihnen per Radar und Sie können jederzeit über Kodak mit uns Kontakt aufnehmen. Okay, ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake. Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140,96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran, bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie heil zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Wir folgen Ihnen per Radar und Sie können jederzeit über Kodec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay. Ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake. Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140,96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran. Bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie halt zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Wenn Sie eintreten wollen... Hier ist der Eingang. Es ist der kürzeste Weg, aber der Feind kann Sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 5 5-6er und Granaten. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch eine Schacht geben. Ich kann ihn nicht sehen. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen. Ich zähle auf Sie, Snake. Snake! Hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helfe ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben wir können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141 80. Naomi, der Chef! Was ist geschehen? Ich weiß nicht genau. Sieht nach Herzversagen aus, aber... Herzversagen? Nein. Colonel, verbergen Sie irgendetwas. Keines Vollstake. Sie müssen verstehen. Die Operation hat Sicherheitsstufe Rot. Sie benötigen höchste Sicherheitsfallgabe, um die gesamte Akte sehen zu können. Sie wollen mir erzählen, dass Sie als Leiter der Operation nicht über Zugang zu allen Informationen verfügen. Ich sagte Ihnen schon. Der Verteidigungsminister leitet diese Operation. Ich bin nur zu Ihrer Unterstützung hier. Snake, wir haben keine Zeit für Debatten. Kommen Sie da weg und suchen Sie Präsident Baker. Worauf warten Sie? Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grün-Schnabel! Los jetzt! Schießen Sie! Aaaaaaah! Naomi, ich hatte eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake. Die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann? Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. Colonel, hören Sie mich! Auch er ist tot! Keine Ahnung. Lügen Sie nicht! Sieht wie noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Geft! Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxyd. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt! Snake, Sie und Meryl müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie! Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen! Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ähm... Ein Mitglied von Foxhound! Nein! Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie! Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da rausgekommen sind. Der aus dem Gefängnis? Sie sind die Nichte des Colonels. Meryl, oder? Nein, das ist er nicht. Und wer bitte sind Sie? Der Idiot, den Ihr Onkel hier ganz alleine in dieses Minenfeld geschickt hat. Sie sind alleine? Was sind Sie? Eine Art Ein-Mann-Einheit? Sie sind nicht mal bewaffnet. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Fräulein. Aber ich brauche keine Vorträge. Sie sind genau wie Ihr Onkel. Woher kennen Sie meinen Onkel? Wir sind alte Freunde. Wie heißen Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Aha! Sind Sie vielleicht Snake? Sind Sie Solid Snake? Einige Leute nennen mich so. Der legendäre Solid Snake! Sie! Tut mir leid wegen vorhin. Ich wusste nicht, auf welcher Seite Sie sind. Ich wusste es von Ihnen. Wie? Ihre Augen. Meine Augen? Das sind keine Soldatenaugen. Sondern die eines Grünschnabels. Nein, schöne, einfühlsame Augen. Genau das, was man von der Legende erwartet. Solid Snake. Versucht mir, den Teppich unter den Füßen zu nehmen. Keine Sorge. Das kommt schon wieder, wenn wir uns sehen. Die Wirklichkeit kann mit der Legende leider nicht ganz mithalten. Ich glaube Ihnen nicht. Weshalb waren Sie so überrascht, als Sie mein Gesicht sahen? Weil Sie ihm so ähnlich sind. Wem? Liquid Snake? Der Terroristenführer? Ja, kennen Sie ihn? Sie sind nicht etwa Brüder, oder? Ich habe keine Familie. Wie kann das denn sein? Wer weiß. Fragen Sie ihn doch selbst. Aber erst brauche ich Informationen. Sie waren von Anfang an bei der Übung dabei. Was genau ist da vorgefallen? Tut mir leid. Ich wurde zusammen mit Präsident Baker gleich nach dem Angriff gefangen genommen. Das ist okay. Aber wo sind wir hier? Das ist doch nicht nur eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Oh nein, das sieht denen ähnlich. Sie haben Ihnen nichts erzählt? Okay, Snake. Dies hier ist nicht wirklich eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Diese Basis wird von einer Scheinfirma von Armstack betrieben. Eine zivile Basis? Ja, für die Entwicklung von Metal Gear. Keiner. Foxhound und die Sondereinheiten der nächsten Generation waren hier zum Abschluss einer Testrakete. Weshalb Foxhound? Weil sie eine Sondereinsatztruppe mit Erfahrung bei streng geheimen Missionen sind. Alles sollte schön geheim gehalten werden. Aber Atomraketen wurden bereits getestet. Weshalb jetzt? Es sollte der endgültige Test vor der formellen Genehmigung des Metal Gear Programms sein. So viel ich davon gehört habe. Hm. Klingt komisch. Was glauben Sie wollen, die Terroristen? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wurde mit Präsident Baker zu Beginn der Revolte gefangen genommen. Oh ja, dabei gab er Ihnen die Schlüssel zum Deaktivieren des Sprengcodes. Genau. Wie haben Sie es geschafft, Sie vor den Wachen zu verstecken? Frauen haben mehr Verstecke als Männer. Sie haben Baker getroffen? Wie geht es ihm? Er ist tot. Was? Herzinfarkt. Wie auch der DARPA-Chef. Der Chef ist auch an Herzinfarkt gestorben? Ja. Waren die beiden krank oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht an Zufälle. Irgendwas geht hier vor. Könnte sein. Aber ich habe keine Ahnung was. Ich auch nicht. Noch nicht. Kennen Sie den Entwickler von Metal Gear? Sie meinen Dr. Emrich? Ja. Lebt er noch? Wahrscheinlich. Er sollte im Forschungslabor im zweiten Untergeschoss im Sprengkopflager nördlich von hier sein. Zweites Untergeschoss. Okay. Ja, dort ist sein Labor. Ich glaube, er wird dazu gezwungen, am Atomraketenabschussprogramm zu arbeiten. Sie brauchen ihn also erstmal lebend. Wir müssen etwas tun, bevor er fertig ist. Stimmt. Ich muss wissen, wie ich Metal Gear zerstöre, wenn der Sprengcode nicht deaktiviert werden kann. Das wollen Sie selber unternehmen, Snake? Es ist nicht das erste Mal. Wie komme ich am besten in das Gebäude, in dem der Doktor ist? Im ersten Stock des Gebäudes ist eine Frachttür, die nach Norden führt. Was ist die Sicherheitsstufe der Türen? Fünf. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe fünf. Okay. Ich versuche, den Doktor zu retten. Sie sollten gehen. Ich komme mit. Nein. Sie sind zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Die kleinste Unaufmerksamkeit vor dem Feind und alles ist vorbei. Sie können nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und Feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt... Was nun? Geben Sie auf. Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge. Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay. Ich versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Ein mieses Stück. Genau wie mein Onkel sagte. Ich sagte doch, die Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht? Okay, Snake. Ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor habe. Dann kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar. Aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie. Melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. Snake, die Frachttür ist offen. Danke. Wo sind Sie? Ich weiß, wo Sie sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Keine Sorge. Ich trage die feindliche Uniform. Mit Ihrem Gang erkennt man Sie schnell. Was soll das heißen? Ach, nichts. Hören Sie, Snake. Die Frachttür ist wie eine Luftschleuse. Sie hat Infrarot-Sensoren und beim Feststellen eines Eindringlings tritt Gas aus. Gas. Okay. Wir treffen uns beim Sprengkopf-Lager. Warten Sie. Sie wollten doch brav sein und hierbleiben. Ich habe es mir anders überlegt. Seien Sie nicht dumm. Das verdirbt immer alles. Tut mir leid, aber ich muss herausfinden, ob ich als Soldat geeignet bin. Ich muss mir erst mal die Hände schmutzig machen. Das sind Berufssoldaten. Die werden Sie umbringen. Bis später. Snake, Vorsicht. Dieser Ort ist voller Claymo-Minen. Verwenden Sie Ihren Detektor. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat? Der Invermand beim Watergate-Skandal. Vergessen Sie das. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Hören Sie. Vor Ihnen lauert ein Panzer und wartet darauf, Sie anzugreifen. Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Snake, Vorsicht. Der Raum ist mit Gas gefüllt und der Boden ist elektrisch geladen. Sie müssen den Hochspannungsschalter zerstören. An der nordwestlichen Wand. Aber wie? Ich komme nicht hin. Benutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete. Gray Fox. Colonel, dieser Ninja ist Gray Fox. Kein Zweifel. Lächerlich. Sie wissen doch genau, dass er in Sansibar starb. Nein, er hätte sterben sollen. Doch er lebt. Was? Es passierte, bevor ich zu Foxhound kam. Sie verwendeten einen Soldaten für Gentherapie-Experimente. Davon habe ich nie gehört. Es passierte nach Ihrem Austritt. Mein Vorgänger, Dr. Clark, war verantwortlich. Dr. Clark? Ja, er begann das Gentherapie-Projekt. Und wo ist er jetzt? Er starb bei einer Explosion im Labor vor zwei Jahren. Was geschah mit dem Soldaten? Anscheinend wurde der Körper eines in Sansibar getöteten Soldaten zu Versuchszwecken gebraucht. Und das war Gray Fox. Aber er war doch schon tot. Ja, aber er wurde wiederbelebt. Er erhielt den Prototyp eines Exoskeletts und wurde vier Jahre unter Drogen gehalten, während sie an ihm herumexperimentierten. Die heutigen Genomsoldaten gehen auf das Experiment zurück. Das widerlichste, das ich je gehört habe. Sie testeten alle möglichen Gentherapie-Techniken an ihm. Naomi, warum haben Sie uns das nicht schon er erzählt? Weil es vertraulich ist. Ist das der einzige Grund? Naomi, was geschah dann mit Gray Fox? Laut Bericht starb er in der Explosion. Aha, doch selbst wenn das Gray Fox ist, warum läuft er als Ninja herum? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer er ist. Sie meinen, er ist ein seelenloser Roboter? Ich bin mir nicht sicher, aber er wollte bis auf den Tod mit mir kämpfen. Ich werde ihn nochmal wiedersehen. Werden Sie kämpfen? Bis auf den Tod? Hm, ungern. Aber er könnte mich zwingen. Meryl, der Ingenieur ist okay. Zum Glück. Kümmern Sie sich um ihn. Wo sind Sie jetzt? In der Nähe. Dort ist sie! Da drüben! Oh, Mist! Herblich! Meryl, was ist los? Du dummer Idiot! Meryl! Nein! Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Meryls Gehirnwascher abflauen, nicht Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Ich kann eine Frau nicht einfach sterben lassen. Tatsächlich? Seit wann kümmert Sie der Tod anderer? Naomi, es stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt, aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Überall Minen. Ich gehe voraus. Bleiben Sie zurück, okay? Der Radar funktioniert nicht. Wir können Sie so nicht entdecken. Ich erledige das. Was denken Sie? Ziemlich gut, ha? Woher wussten Sie, wo die Minen sind? Es klingt seltsam, aber als Mantis in meine Gedanken eindrang, konnte ich sehen, wo die Minen waren. Beeindruckt? Naja, ein bisschen. Nur ein bisschen? Meryl! Mist! Schneek, es ist eine Falle. Typischer Scharfschützen-Trick. Der Scharfschütze wartet, bis sie ihr helfen, dann erledigt er sie. Tun Sie es nicht. Es muss Sniper Wolf sein. Fuchshorns bester Killer. Scharfschützen arbeiten gewöhnlich zu zweit, aber Sie nicht. Ich kenne Sie. Sie kann Stunden, Tage oder Wochen warten. Es ist ihr egal. Sie beobachtet und wartet auf Ihre Chance. Vielleicht. Aber Meryl kann nicht so lange warten. Snake, können Sie Wolf von Ihrer Position aus sehen? Zwischen hier und dem Turm gibt es kein Versteck. Sie muss im zweiten Stock im Turm sein. Wenn Sie im Sendeturm ist, haben Sie Probleme. Eine perfekte Scharfschützen-Position. Auf diese Distanz können Sie sie mit normalen Waffen nicht treffen. Sie brauchen ein Scharfschützen-Gewehr. Colonel, keine Sorge. Ich werde Meryl retten. Egal wie. Okay. Danke. Was ist los, Naomi? Nichts. Ich wundere mich bloß, dass Sie willig sind, sich aufzuopfern. Sie haben die Gene eines Soldaten, nicht die eines Retters. Wollen Sie damit sagen, ich will nur meine eigene Haut retten? So weit gehe ich nicht, aber... Meine Gene interessieren mich nicht. Ich folge nur meinem Instinkt. Wie ein Tier. Ich werde Meryl retten. Ich brauche keinen Grund. Okay. Ich tue es nicht für jemand anderen. Ich rette sie, weil ich es will. Keine Sorge, Colonel. Danke, Snake. Verstehe schon. Tut mir leid. Tötet ihn noch nicht. Ich will ihm leben. Er gehört mir. Keine weiteren Unbelemmungen mit dem Daten-Schatz. Er ist mein... mein Ziel-Schatz. Brauchst du seine DNA auch? Ja. Ich brauche eine Probe, solange er noch lebt. Wir müssen die Mutationen in den Genom-Soldaten korrigieren. Können wir sie dann heilen? Nein, wir brauchen immer noch die DNA des Big Boss. Haben sie unsere Forderungen erfüllt? Noch nicht. Sie werden es nicht tun. Alles Heuchler. Jede Einzelne. Ist das deine Meinung als Kurdin? Politik kommt immer zuerst. Richtig. Deswegen wollen sie das Durchsickern von Informationen über die neue Atomwaffe vermeiden. Boss, ich glaube, unser Freund ist wach. Wenn sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können sie die Folter überleben. Falls sie aufgeben möchten, drücken sie die Select-Taste. Wenn ihre Lebensanzeige Null erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Vergessen sie Dauerfeuer, oder es knallt. Sie haben ihr Spiel lange nicht gespeichert, Snake. Ja. Na und? Wenn sie die Folter nicht überleben, ist das Spiel vorbei. Wollen sie das alles nochmal machen? Ich werde es nicht weitersagen, aber geben sie doch auf. Ich werde eine hohe elektrische Spannung durch ihren Körper leiten. Nur für eine kurze Zeit, es wird sie nicht töten. Sie sind Hardsnake, aber ich habe schlechte Nachrichten für sie. Sie sind kein Kriegsgefangener. Sie sind eine Geisel, keine Genfer Konvention. Niemand kommt sie retten. Langsam, ungemütlich, gut, so ist das richtig. Schön. Fangen wir an. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur, Perestroika. Russland im 20. Jahrhundert hatte Probleme, aber eine Ideologie. Russland heute hat nichts. Es war ein Kampf zwischen Freiheit und Regime. Und bei diesem Kampf wurde der Geist des Nationalismus wiedergeboren. Der Boss hat einen Freund in der russischen Regierung. Er ist zur Zeit Leiter der Spätznaz. Er will das neue Atomwaffensystem kaufen. Der Heind war nur eine Anzahlung. Du machst es also für Geld? Ich brauche kein Geld. Ich will, dass Russland aufersteht, eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. Sie sind Soldat. Sie sollten das verstehen. Wir zwei können in dieser Welt nicht leben. Wir brauchen Spannung. Konflikt. Die heutige Welt ist zu weichlich. Wir leben in einem Zeitalter, wo wahre Gefühle unterdrückt werden. Wir rütteln sie auf. Wir werden eine Weltordnung voller Spannung schaffen. Eine Welt voller Gier und Argwohn. Tapferkeit und Feigheit. Sie wollen dasselbe wie wir. Hä. Liquid Snake ist einzigartig. Ein unglaublicher Mann. Er ist derjenige, der wirklich all das erreichen kann. Genug? Sie sind also doch menschlich. Ich werde sie nicht mehr foltern. Aber ich bekomme die Frau. Ich werde meinen Spaß haben, bevor sie stirbt. Meryl. Ich hoffe, Sie werden damit leben können, mein Freund. Ich habe in Afghanistan, Mosambik, Eritrea und in Chad gekämpft. Die afghanischen Guerillas kannten und fürchteten mich als Schalaschaska. Ich trainierte im russischen GRU. Wir sind doch keine KGB-Würmer. Das ist nicht Folter. Das ist Sport. Ihr seid doch trostlose Sadisten. Verwechseln Sie mich nicht mit den Uniformen. Nun denn. Wollen wir anfangen. Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's, Meryl? Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear. Geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstreckt? So viel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über das Projekt Rex informiert. Also nur die, die es wissen müssen. Dies ist eine heikle Zeit. Sogar unkritische Atomtests erregen ein ziemliches Aufsehen. Einfach, was man leugnen kann. Nun ja. Morgen unterzeichnen der Präsident und sein russischer Amtskollege das Start-3-Abkommen. Ach so. Daher das Ultimatum. Genau, Snake. Deswegen darf dieser Terrorangriff nicht an die Öffentlichkeit dringen. Wir haben weder Start-2 ratifiziert, noch das Problem der Raketenabwehr vor Ort gelöst. Es geht hier um den Ruf des Präsidenten und Amerikas Plotz als die größte Supermacht der Welt. Patriotismus als Vorwand, die Verfassung zu umgehen. Bitte, Snake, stoppen Sie sie. Weshalb sollte ich? Sie sind der Einzige, der das kann. Sagen Sie mir die Wahrheit über diesen neuen Atomsprengkopf. Ich sagte es schon, ich kenne keine Einzelheiten. Das glaube ich nicht. Wenn die Situation so ernst ist, weshalb geben Sie nicht nach und geben Ihnen den Körper des Big Boss? Sehen Sie... Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Etwas, das Sie mir nicht gesagt haben? Der Präsident hat sich öffentlich gegen Eugenik-Experimente ausgesprochen. Wir wollen nicht, dass die Existenz der Genom-Armee bekannt wird. Und das ist der einzige Grund? Hm, ach zum Teufel. Tut mir leid. Der tote Dapa-Chef liegt hier direkt neben mir. Armer Mann. Merkwürdig. Er sieht aus und riecht, als ob er seit Tagen tot wäre. Er hat kein Blut mehr im Körper. Kein Blut? Zum Verlangsamen der Verwesung? Keine Ahnung. Aber der Chef starb erst vor ein paar Stunden? Ja, aber er fängt schon an zu verwesen. Wie kommt das zustande? Etwas in seinem Blut, das Sie wollten. Kaum nur die Nanomaschinen und den Transmitter. Hat der Chef den Sprengcode verraten? Ich fürchte ja. Sieht aus, als hätten Sie beide Codes und sind zum Abschuss bereit. Verdammt. Kann das verhindert werden? Es gibt anscheinend eine Notfallvorrichtung, die den Sprengcode abbrechen kann. Eine von Armstack heimlich installierte Gegenmaßnahme. Sie muss mit drei Schlüsseln entsichert werden. Und wo sind die Schlüssel? Ich habe einen, weiß aber nicht, wo die anderen sind. Und außerdem bin ich hier eingesperrt. Dann bleibt uns keine Wahl. Vergessen Sie die Schlüssel. Ihre Priorität muss es nun sein, Metal Gear zu zerstören. Tut mir leid, alles auf Sie zu schieben, aber wir haben nur Sie. Brechen Sie aus und gehen Sie zum Sendeturm. Und? Was? Ich weiß, ich verlange zu viel. Marrow, ja. Ja. Ich rette Sie. Danke. Sie haben sie. Verdammt. Snake, die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Wir werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Marrow, aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovon sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Sind Sie okay, Snake? Mein Arm tut weh. Armer Snake. Ich erhöhe den Anteil an Schmerzmitteln in Ihrem Blut. Okay. Aber lassen Sie das Benzedrin weg. Das Zeug macht mich nur scharf. Sie scheinen sich nicht so schlecht zu fühlen. Snake, legen Sie den Controller an Ihren Arm. Was? Keine Angst. Es fühlt sich gut an. Hm? Okay, los geht's. Oh. Wie ist das, Snake? Ein bisschen besser? Wie machen Sie das? Ich habe Ihre Muskeln mit dem Antrieb der Nanomaschinen stimuliert. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Naomi, bitte. Reden Sie. Lassen Sie mich den Schmerz vergessen. Was kann ich sagen? Irgendwas. Ich kann das nicht sehr gut. Bitte. Erzählen Sie von sich. Von mir? Das ist schwierig. Familie. Das ist kein glückliches Thema. Ich habe keine Familie. Nein. Es gab einen Mann, der angeblich mein Vater war. Wo ist der? Tod. Durch meine Hand. Big Boss? Was? Big Boss? Das wusste ich nicht. Das konnten Sie auch nicht. Das geschah vor sechs Jahren in Sansibar. Nur Snake und ich. kennen die ganze Wahrheit dessen, was dort geschah. So, ist das wahr? War Big Boss wirklich Ihr Vater? Was hat er gesagt? Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben ihn trotzdem getötet? Ja. Wieso? Er wollte es so. Manche Menschen müssen getötet werden. Das ist Vatermord. Ja. Das ist das Trauma, von dem Mantis gesprochen hat. Das ist unser gemeinsames Trauma. Verließen Sie deswegen Foxhound? Sagen wir, ich musste eine Weile allein sein. Und Alaska war der perfekte Ort. Snake. Ich hatte auch keine richtige Familie. Nur einen großen Bruder, der meine Schule bezahlte. Keine Blutsverwandtschaft. Und er war viel älter als ich. Wo ist er? Er ist tot. Tut mir leid. Snake. Gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Wenn man durch so viele Kriege wie ich gekommen ist, fällt es schwer zu vertrauen. Freunde? Roy Campbell. Sie halten mich noch für einen Freund? Und das wär's? Nein. Es gab noch jemanden. Frank Jäger. Der treueste Leutnant des Big Boss. Und das einzige Foxhound-Mitglied mit dem Codenamen Fox. Grey Fox. Ah. Ich lernte viel von ihm. Aber wolltet ihr euch nicht gegenseitig töten? Ja, das stimmt. In Sansibar. Es war nichts Persönliches. Wir waren einfach nur Söldner verschiedener Armeen. Und Sie nennen sich noch Freunde? Krieg ist kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Das ist Wahnsinn. Ich traf ihn zuerst auf dem Schlachtfeld. Er war ein Gefangener von Outer Heaven. Aber er sah nicht wie ein Gefangener aus. Er war immer cool und präzise. Ich war noch neu. Und er brachte mir die Tricks bei. Kannten Sie ihn gut? Nein. Wir sprachen nie über unser Privatleben. Eine ungeschriebene Regel. Beim nächsten Treffen auf dem Schlachtfeld waren wir Feinde. Wir kämpften ohne Waffen in einem Minenfeld. Das klingt für die meisten merkwürdig. Aber wir übten nur unseren Beruf aus. Es ist wie ein Sport. Männer und ihre Spielchen. Ihr seid wie Tiere. Sie haben Recht. Wir sind Tiere. Wenn Sie Freunde sind, wie erklären Sie sich das Verhalten des Ninjas? Ich weiß nicht. Das sind eure Gene. Ihr seid zur Gewalt prädestiniert. Sie haben es mit Ihren Genen, nicht? Hören Sie, Naomi. Was führte Sie eigentlich zur Genforschung? Ich wusste nie, wer meine Eltern waren oder wie sie aussahen. Ich denke, ich kam zur Genetik, um herauszufinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Sie erforschten die DNA. Ja, ich hoffte anhand meiner Genstruktur herauszufinden, wer ich wirklich bin. Ich hoffte, durch Analysieren der genetischen Informationen Lücken im Gedächtnis füllen zu können. Gedächtnis ist in der DNA gespeichert? Wir sind nicht sicher, aber wir wissen, dass das genetische Schicksal eines Menschen von vier Elementen in der DNA bestimmt wird. Was ist mit meinem Schicksal? Sie kennen doch meine DNA-Folge. Ihr Schicksal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Sie sind Wissenschaftlerin. Keine Wahrsagerin. Ja, es gibt nichts Neues. Snake, kann ich Ihnen helfen? Ich bin nicht der Richtige. Ich kann die Welt nicht retten. Was ist los? Ich habe nachgegeben. Tut mir leid, Colonel. Ich habe Meryl geopfert, um mich zu retten. Snake. Sie war Soldatin. Ich kannte das Risiko. Opfer der Schlacht sind immer tragisch, aber sie sind unvermeidbar im Krieg. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie haben eine Mission. Snake, in Ihren Sachen ist eine Bombe. Schnell, werden Sie sie los. Wer sind Sie? Einer von denen. Das wird sich schon noch zeigen. Das war knapp, Snake. Oh, Zalot. Dafür wirst du büßen. Deep Throat ist mir ein Rätsel. Der muss einer von denen sein. Ist der ein Informant? Vielleicht ein Abtrünniger? Ich gewinne den Eindruck, da ist noch was anderes im Spiel. Snake, wegen Meryl. Colonel, es tut mir leid. Hören Sie zu. Ich konnte Sie nicht beschützen. Snake, schon gut. Sie haben alles getan. Hören Sie auf. Colonel. Snake, Sie ist Soldatin. Die Weißgefangene gehören zum Krieg. Sie wohnte freiwillig zur Armee. Sie war darauf vorbereitet. Sie liegen falsch. Meryl glaubte, Soldatin werden zu müssen. Glaubte, es sei der einzige Weg. Sie dachte, es würde sie ihrem verstorbenen Vater näher bringen. Was hat sie gesagt? Sie war nicht zum Kampf bereit. Ich hätte sie nicht antreiben sollen. Ich trage die Verantwortung. Snake, das klingt nicht nach Ihnen. Master, was gibt's? Tut mir leid, gehorcht zu haben. Aber ich kann da nicht mehr zuhören. Master. Snake, bedauern Sie, was Sie wollen. Das ist menschlich. Aber hören Sie auf, sich selber Vorwürfe zu machen für Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Das treibt Sie noch in den Wahnsinn. Er hat recht. Lassen Sie es sein. Das passt nicht zur Legende. Außerdem ist Meryl unseres Wissens nach in guter Verfassung. Nicht wahr? Ich bin sicher. Meryl geht es gut. Myling! Snake, vergessen Sie Meryl. Stoppen Sie Liquid. Meryl würde das so wollen. Sie haben recht. Meryl würde dasselbe sagen. Snake? Was? Meryl. Sie ist Ihnen ans Herz gewachsen, wie? Ja, allerdings. Es gibt nicht allzu viele Frauen wie Sie. Das meinte ich nicht. Sie ist die Nichte des Kernels. Und eine Mitstreiterin. Ach, hören Sie. Ist das ein Polizeiverhör oder was? Nein, bloß... Es sind wohl die Gene. Die Gene? Wovon sprechen Sie, Kernel? Mir fiel gerade ein, dass Naomis Großvater beim FBI war. War er nicht ein Ermittler, einer von Hoovers persönlichen Assistenten? Stimmt das? Ja, ja, das stimmt. Er war Japaner und ging später undercover, um einen Mafia-Paten-Ding festzumachen. Wann war das? Oh, in den 50er Jahren, glaube ich. Wo? New York, glaube ich. Naomi, ich dachte, Sie hätten keine Familie. Ich habe das viel später als Erwachsene recherchiert. Mein Großvater war schon tot, als ich über ihn erfuhr. Ich hatte nie die Gelegenheit, ihn zu treffen. Ach so. Snake, viel Glück. Passen Sie auf, Snake. Sie war Soldatin. Ich kannte das Risiko. Opfer der Schlacht sind immer tragisch, aber sie sind unvermeidbar im Krieg. Snake, der Lift funktioniert. Repariert? Nein, komischerweise. Er bewegte sich von selbst. Er kommt auf Sie zu. Ist das möglich? Was war denn diese Explosion? Oh, ich musste den Helikopter abschießen. Abschießen? Unglaublich, Snake. Hörst du, nur um sicher zu gehen. Das hier ist der Weg zum Lager, wo Metal Gear geparkt ist. Ja, der Eingang zum unterirdischen Hangar befindet sich hinten an diesem Schneefeld. Okay, versteck dich an einem sicheren Platz. Ich verziehe mich eine Weile. Ich weiß, ich weiß. Habe alles verstanden. Und komm mir nicht in die Quere. Spiel nicht den Helden. Okay, rufen Sie mich, falls nötig. Snake, ich habe etwas vergessen, was ich sagen wollte. Was? In meinem Labor waren fünf Tarnanzüg-Prototypen. Ja, und? Minus den, den ich trage, bleiben noch vier. Erste Stufe Mathe. Ich halte mit. Ich wollte einen für Sie holen. Deshalb ging ich ins Labor und... Ja? Die restlichen vier waren weg. Dann auch der Aufzug, den ich überprüft habe. Es ist komisch. Jemand schien ihn mit Absicht gestoppt zu haben. Als du drin warst, ging da der Alarm wegen Übergewicht los. Das hat mir auch Sorgen gemacht. Der Alarm ging los und ich bin auf keinen Fall zu schwer. Wie viel weinst du? Circa 62 Kilo. Aber der Lift hat ein Limit von 350 Kilo. Man braucht mindestens fünf Leute, um das zu überschreiten. Snake, passen Sie auf! Die Jungs mit den Tarnanzügen sind bei Ihnen da drinnen! Snake, sind Sie okay? Otacon, gab es noch mehr dieser Tarnprototypen? Nein, es gab nur fünf. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesem Schneesturm. Das ist Sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist Sie! Auf jeden Fall! Otacon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Was war das denn? Snake, töten Sie sie nicht! Sind Sie verrückt? Bitte! Sie ist sehr nett! Sie müssten nur mit dir sprechen! Sehr nett! Sie ist eine eiskalte Killerin! Ich kann dich sehr gut sehen. Ich hab's ja gesagt. Ich gebe die Jagd niemals auf. Du gehörst mehr. Wolf! Nein! Nicht! Nimm einer Wölfin nicht die Beute! Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehste? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf! Tun Sie es nicht! Snake? Ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren? Ein Scharfschützer verrät nie seine Position. Glaubst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du, was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr. Direkt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus! Oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt. Wir haben keine Waffe. In einem Kampf haben Sie nur die bloßen Hände. Beim Nahkampf ist der Schlag Ihrer Hauptwaffe, Snake. Drücken Sie die Aktionstaste. Drücken Sie mehrmals für Kombinationsschläge. Aber nicht nur das. Wenn Sie keine Waffe haben, können Sie den Feind auch werfen. Stellen Sie sich neben ihn und drücken Sie die Waffentaste, während Sie die Richtungstaste drücken. Das bringt mehr Schaden als ein normaler Schlag. Wenn Sie die Waffentaste ohne die Richtungstaste drücken, können Sie so den Feind erwürgen. Sie können ihn für eine Weile bewusstlos machen. Oder wenn Sie es wiederholen, können Sie ihn fertig machen. Wie Sie wollen. Aber seien Sie vernünftig. Snake, wenn Sie im Normalmodus sind und heimlich einen Feind töten, können Sie ihm manchmal Gegenstände abnehmen. Wenn Sie Ihren Würgegriff oder einen Schalldämpfer auf Ihrem Socom anwenden, sollten Sie Ihre Feinde lautlos erledigen können. Wenn Sie Ihren Würgegriff effizient anwenden, können Sie Ihre Feinde lautlos erledigen. Im Beobachtungsmodus machen Sie mit der R1-Taste einen Schritt nach rechts oder mit der L1-Taste einen Schritt nach links. So mache ich einen Schritt aus dem Schatten und sehe, was vor mir liegt, wie? Ja, aber denken Sie daran, dass Sie außerhalb des Schattens leichter zu sehen sind. Lassen Sie also bei Gefahr die Taste los und huschen Sie zurück in den Schatten, okay? Snake, hier nur zur Sicherheit nochmal, wie man das Codec benutzt. Snake, zum Senden einer Übertragung drücken Sie die Select-Taste. Die bringt Sie in den Codec-Modus. Ändern Sie im Codec-Bildschirm die Frequenz mit den Richtungstasten nach rechts oder links. Drücken Sie die Richtungstaste nach oben oder die Kreistaste zum Übertragen in der Frequenz. Das Codec speichert automatisch die Frequenzen Ihrer Gesprächspartner. Zum Öffnen des Speicherfensters drücken Sie im Codec-Bildschirm auf die Richtungstaste nach unten. Das Speicherfenster zeigt eine Liste aller Frequenzen an. Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus und drücken Sie zur Übertragung die Kreistaste. Zum Wechseln in den normalen Codec-Modus drücken Sie die X-Taste. Die O2-Anzeige erscheint automatisch, wenn Sie unter Wasser oder von Gas umgeben sind. Sie zeigt einen Atemzug. Wenn die O2-Anzeige 0 erreicht, sinkt die Lebensanzeige. Beim Betreten enger Räume sind Sie automatisch im Eindring-Modus. Mit der Richtungstaste nach oben gehen Sie vorwärts, mit der nach unten rückwärts. Mit links oder rechts wenden Sie sich der jeweiligen Richtung zu. Avancieren Sie versteckt. Beachten Sie die Bewegung des Feindes und vergewissern Sie sich, dass Sie nicht gesehen werden. Aber Vorsicht! Im Eindring-Modus können Sie nicht angreifen. Und auch wenn Sie in den Eindring-Modus gehen, wenn Sie gejagt werden, folgen Ihnen die Feindgranaten. Durch Verstecken in schattigen Ecken können Sie sich umsehen, während Sie noch verborgen sind. Das ist der Schulterblick-Modus. Mit Geschick können Sie Chancen bei Feindaktionen erkennen und ungesehen vorrücken. Im Schulterblick-Modus können Sie gegen die Wand schlagen und so ein Geräusch machen. Drücken Sie dazu die Aktionstaste. Damit kann ich den Feind reinlegen und zu mir locken, wie? Ihnen macht es wohl Spaß, Leute auszutricksen, wie? Nur schöne Frauen wie Sie. Sieht man Sie, gehen alle Feinde auf einmal auf Sie los. Das ist der Alarm-Modus. Dann gibt es nur zwei Wege, aus der Gefahr zu fliehen. Entweder töten Sie alle angreifenden Feinde oder Sie entkommen Ihnen für eine Weile. Rechts oben im Radarteil des Bildschirms sehen Sie einen Timer, der anzeigt, wie viel länger Sie versteckt bleiben müssen, um aus dem Alarm-Modus zu kommen. Wenn Sie entkommen, bis der Zähler 0 erreicht, stellt der Feind den Angriff ein. Und Sie sind im Ausweich-Modus. Machen Sie sich's im Ausweich-Modus nicht gemütlich. Der Feind sucht noch nach Ihnen. Also bleiben Sie versteckt, damit man Sie nicht findet. Wenn der Zähler im Radarteil des Bildschirms erneut die 0 erreicht, kehren die Feinde an ihre Positionen zurück. Dann erst können Sie aufatmen. Das Wichtigste ist jedenfalls, nicht vom Feind gesehen zu werden. Ich will, dass Sie unnötigen Kämpfen aus dem Weg gehen. Kriechen ist wichtig, um durch enge Räume zu gelangen. Sie können dabei aber nicht angreifen, also Vorsicht! Wenn Sie aufstehen wollen, drücken Sie die Kriechtaste erneut. Wenn Sie sich Objektkisten nähern, untersuchen Sie sie, indem Sie sich diese im Beobachtungsmodus anschauen. Wenn Sie einen Feind von hinten in den Würgegriff nehmen, können Sie ihn herumzerren. Dann bildet sein Körper einen menschlichen Schild. Snake, bei Feindkontakt leidet Ihre Gesundheit. Seien Sie vorsichtig! Snake, vergessen Sie nicht! Dies ist eine Geheimoperation. Der Feind hat viele Leute und Sie sind allein. Werden Sie entdeckt, sind Sie sofort umzingelt. Und dann sind Sie erledigt. Nehmen Sie den Aufzug hinten, fahren Sie ins Erdgeschoss und suchen Sie nach dem DARPA-Chef. Sie müssen da durchkriechen. Drücken Sie auf die Kriechtaste und benutzen Sie dann die Richtungstasten, um die Richtung der Fortbewegung zu bestimmen. Aber Vorsicht! Kriechen ist langsam und Sie können dabei nicht angreifen. Durch Drücken der Kriechtaste stehen Sie wieder auf. Snake, laufen Sie nicht durch Pfützen. Das Geräusch kann den Feind alarmieren. Vorsicht! Es gibt einen Aufzug, mit dem Sie ins Erdgeschoss fahren können. Nehmen Sie den Aufzug. Sie sollten damit direkt vor die Entsorgungsanlage gelangen. Aber seien Sie vorsichtig. Warten Sie, bis der Aufzug nach unten kommt. Sie gehen besser in Deckung. Snake, Ihr Auftrag ist eindringen, nicht kämpfen. Bleiben Sie außer Sicht. Sie haben sich ja äußerst schnell bemerkbar gemacht. Damit ist Ihre Tarnung weg. Lassen Sie jetzt äußerste Vorsicht walten. Retten Sie zuerst den DARPA-Chef. Versuchen Sie von vorne in das Gebäude einzudringen. Snake, Sie benutzen einen Suchscheinwerfer. Halten Sie sich von dem Strahl fern. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Snake. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Die Welt rechnet mit Ihrer Hilfe. Sieht wie ein Lastwagen aus. Wahrscheinlich für den Transport auf der Basis. Snake, warum verstecken Sie sich nicht auf dem LKW? Als Teil der Ladung getarnt, können Sie damit vielleicht weiterkommen. Snake, Sie schaffen es nie durch den Haupteingang. Finden Sie einen anderen Weg. Die Basis muss ein Lüftungssystem haben, um die Luft zu zirkulieren. Es muss hier irgendwo Schächte dazu geben. Sie werden es nicht glauben. Aber die haben unsere F-16, die Sie ablenken sollten, abgeschossen. Mit einem Hind D. Dann meldete sich Liquid und meinte, beim nächsten Mal zündet er die Atomrakete. Snake, vereilen Sie sich. Der Hind kommt sicher bald zurück. Die Basis braucht bestimmt viel Strom. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Dieselgenerator. Der braucht Sauerstoff. Also müssen dafür auch Abgasschächte existieren. Achten Sie auf die Sicherheitskamera. Wahrscheinlich können Sie sie mit Düppel stören. Unterhalb der Kamera sollte ein toter Punkt sein. Drücken Sie sich dort flach gegen die Wand. Seien Sie leise, sonst entdeckt man Sie. Gehen Sie auf diesem Boden vorsichtig. Auch wenn die Genomsoldaten durch Gentherapie stärker und ausdauernder sind, müssen Sie doch schlafen. Dann können Sie sich ungestört bewegen. Die Genomsoldaten sind speziell trainiert. Sie können jederzeit in leichten Schlaf fallen und dabei in Angriffsposition bleiben. Verursachen Sie in Ihrer Nähe kein Geräusch. Wenn Sie gähnen, sind Ihre Augen geschlossen. Sie sollten also nicht sehen können. Mit gutem Timing geht das schon. Gut, Sie haben eine Waffe. Halten Sie die R2-Taste gedrückt, um den Waffenmodus aufzurufen. Wählen Sie dann mit den Richtungstasten die gewünschte Waffe aus. Lassen Sie nach Auswahl der gewünschten Waffe die R2-Taste los, um den Waffenmodus zu verlassen. Die Waffe sollte dann in Ihrer Hand erscheinen. Benutzen Sie sie nach den Anweisungen im Fenster. Mit der R1-Taste können Sie die Waffe schneller einsetzen. Drücken Sie mit leeren Händen die R1-Taste, um die letzte Waffe zu verwenden. Haben Sie noch eine Waffe in der Hand, drücken Sie die R1-Taste, um sie abzulegen. Feuern Sie nur, wenn es notwendig ist, sonst entdeckt man sie. Mit einem Schalldämpfer sähe es natürlich anders aus. Wenn Sie Fragen zu Waffen oder Ausrüstung haben, fragen Sie unsere Militärberaterin Nastascha. Ihre Frequenz ist 141,52. Rufen Sie Nastascha auf der Frequenz 141,52. Wechseln Sie die Stockwerke mit dem Aufzug. Gehen Sie zum Steuerungsfeld und drücken Sie auf die Aktionstaste. Der Aufzug sollte sofort kommen. Drücken Sie auf die Aktionstaste, um nach oben zu gehen. Finden Sie zuerst den DARPA-Chef. Suchen Sie nach Hinweisen. Haben Sie nicht gehört, dass der DARPA-Chef in einer Zelle im ersten Untergeschoss ist? Wechseln Sie die Stockwerke mit dem Aufzug. Wählen Sie das gewünschte Stockwerk mit dem Steuerungsfeld links im Aufzug. Mit den Richtungstasten nach oben oder unten wählen Sie das Stockwerk. Bestätigen Sie mit der Aktionstaste oder brechen Sie mit der X-Taste ab. Seien Sie vorsichtig. Der Aufzug funktioniert nicht, wenn Sie im Ausweich- oder Alarmmodus sind. Mit den Richtungstasten nach oben oder unten wählen Sie das Stockwerk. Bestätigen Sie mit der Aktionstaste oder brechen Sie mit der Kreistaste ab. Snake, achten Sie auf den Radar. Da ist das Signal des DARPA-Chefs. Sehen Sie den blinkenden grünen Punkt? Das ist der Sender im Körper des Chefs. Dort werden Sie ihn finden. Der Chef scheint in einer Zelle zu sein. Versuchen Sie, da irgendwie reinzukommen und holen Sie ihn schleunigst raus. Haben Sie das Signal des DARPA-Chefs im ersten Untergeschoss nicht gesehen? Snake, die Tür hat ein Sicherheitssystem. Die geht nur mit der richtigen Ausweiskarte auf. Die Tür geht nur mit einem Ausweis auf, der die gleiche oder eine höhere Sicherheitsstufe als die Tür selber besitzt. Es muss einen anderen Weg geben. Sehen Sie sich um. Am besten benutzen Sie dazu den Beobachtungsmodus. Um in diesen zu gelangen, drücken Sie die Beobachtungsmodus-Taste. Das Signal des DARPA-Chefs kommt aus der Gegend dort. Kommen Sie da nicht irgendwie runter? Benutzen Sie den Beobachtungsmodus. Tut mir leid, Snake. Die Rettungsaktion ist fehlgeschlagen. Es gibt keinen Grund, in der Zelle zu bleiben. Gehen Sie ins zweite Untergeschoss. Sie müssen den Präsidenten von Armstack, Kenneth Baker, retten, bevor die Terroristen seinen Sprengcode herausfinden. Snake, was soll das? Erlegen Sie die Feinde und nicht sie weg. Benutzen Sie doch Ihre Waffe. Versuchen Sie, an eine der liegen gelassenen Waffen zu kommen. Snake, Psycho Mantis kann Gedanken lesen. Er hat den Sprengcode des DARPA-Chefs. Beeilen Sie sich, sonst ergattert er sich auch Bakers Code. Richtig. Mit Bakers Code könnten die Terroristen die Atombombe jederzeit zünden. Ja, dazu brauchen Sie Metal Gear. Colonel, wussten Sie, dass hier ein Manöver mit Metal Gear stattgefunden hat? Das wusste ich nicht. Wirklich? Snake, verstehen Sie das recht? Ich bin bei dieser Operation nur Mittelsmann. Egal. Gehen Sie schnell ins zweite Untergeschoss. Retten Sie den Armstack-Präsidenten, bevor die Terroristen den Code kriegen. Was haben Sie da? Einen Karton? Ja, Sie kennen den Trick. So kenne ich Sie, Snake. Die Dummköpfe werden sich umgucken. Die Wände, die zugepflastert wurden, sollten etwas anders aussehen. Sehen Sie die Wände im Beobachtungsmodus genau an. Besuchen Sie, Unterschiede im Farbmuster zu finden. Klopfen Sie doch mal an die Wand. Vielleicht klingt es auch anders. Sie brauchen Sprengstoff für die Wand. C4 oder so. Sehen Sie sich in der Waffenkammer um. Mit Ihrem C4-Sprengstoff sollten Sie die zugepflasterten Wände zerstören können. Gut, scheint zu funktionieren. Wenn der DARPA-Chef recht hat, ist Präsident Baker direkt geradeaus. Holen Sie ihn da schnell raus. Präsident Baker muss südlich vom Wandzerstörungspunkt sein. Nein, retten Sie ihn schnell, bevor die Terroristen seinen Code herausfinden. Präsident Baker sollte dort irgendwo sein. Binden Sie ihn schnell. Sie können Ihren Radar dort nicht benutzen. My Link sprach von elektronischer Störung. Fragen Sie sie am besten selbst. Fragen über Foxound stellen Sie besser Dr. Hunter. Revolver Ozelot war Mitglied des Spätznaz. Nach Zerfall der Sowjetunion war er bei der russischen Steuerfahndung als Vernehmer. Danach ging er zum SVR, dem russischen Auslandsnachrichtendienst, der aus der Elite der KGB-Hauptstelle besteht. Meinen Quellen zufolge wollte er jedoch aus dem starren System des KGB ausbrechen. Dann hat ihn Foxhound rekrutiert. Er ist ein Revolver-Fanatiker und liebt Cowboy-Filme und Italo-Western. Er ist auch als Sadist bekannt. Beim Spätznaz lernte er die fortschrittlichsten Foltertechniken. Ja, er war richtig in Übung. Das Lubyanka-Gefängnis befindet sich direkt im KGB-Hauptquartier. Präsident Baker darf nicht verletzt werden. Stirbt er, ist alles verloren. Bleiben Sie hinter der gelben Linie, sonst geht er vielleicht hoch. Beim Revolver ist das Nachladen die gefährlichste Zeit. Aber er liebt diesen Nervenkitzel. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Erwischen Sie ihn beim Nachladen. Sehen Sie auf dem Monitor die Anzeige seiner verbleibenden Kugeln. Warten Sie auf den richtigen Moment und erledigen Sie ihn. Oder lenken Sie ihn mit einer weißen Phosphorgranate ab. Bleiben Sie auf Distanz zu Ocelot, sonst macht er Sie mit seinem Revolver fertig. Vergessen Sie nicht, dass Präsident Baker da drin ist. Er steckt in C4, also lassen Sie die Finger vom Sprengstoff. Dort gibt es Schusskameras. Werden Sie von denen erfasst, schießen Sie los. Bleiben Sie aus dem Sichtfeld der Kameras und stören Sie sie mit Düppel. Scheint mit Infrarotsensoren gesichert zu sein. Die müssen irgendwie an deren Strahlen vorbeikommen. Vorsicht Snake, es gibt da in der Nähe Falltüren. Ein Fall und Sie sind hinüber. Bleiben Sie dicht an der Wand, dann dürfte Ihnen nichts passieren. Mit dem Infrarotsichtgerät sollten Sie die Fallen erkennen können. Rauchen Sie? Ja, wieso? Wissen Sie nicht, dass Zigaretten Benzpüren enthalten, ein Stoff, der Lungenkrebs verursacht? Wenn Benzpüren in den Körper gelangt, wird es zu Benzpüren-Diolepoxid oder BPDE und setzt sich an die Rezeptoren des Enzyms Zytokom P53, ein Tumorsuppressionsgen, das in mutierter Form bei Lungenkrebs vorkommt. BPDE verursacht Mutationen im Gen P53 und veranlasst die Lungenzellen zu unkontrollierter Teilung. Sie wissen ja viel über Gene, aber Sie haben keine Ahnung, wie gut eine Zigarette am Morgen schmeckt. Der DARPA-Chef und Präsident Baker, die Terroristen haben jetzt also beide Codes. Und nicht nur das, beide starben direkt vor meinen Augen. Snake, jetzt, wo die Terroristen beide Codes haben, müssen Sie einen Abschluss entweder mit den Spezialschlüsseln verhindern, die Meryl hat, oder... Oder den Metal Gear Chef-Ingenieur finden, wie Präsident Baker sagte. Hal Emrich. Jedenfalls sollten Sie Meryl per Codec anrufen. Stand Ihre Frequenz auf der CD-Verpackungsrückseite? Keine Sorge, Colonel. Meryl geht's gut. Gott sei Dank. Meryl ist eine starke Frau. Aller Achtung. Sie ist sehr tapfer. Danke, Snake. Nicht so schnell. Die wahre Mission geht erst los. Die Rettung des Metal Gear Ingenieurs ist jetzt Ihr Hauptziel. Wenn Meryl die Fachtür öffnet, gehen Sie nach Norden. Meryl hat sie erreicht, oder? Gehen Sie durch die Fachtür im Nordteil des Hangars Richtung Sprengkopflager. Hm, sieht aus, als wären die Infrarotsensoren hier ausgeschaltet worden. Gehen Sie nach Norden. Sie sollten so das Sprengkopflager erreichen. Dr. Emrich ist wahrscheinlich dort gefangen. Retten Sie ihn und erfahren Sie von ihm, wie Metal Gear zerstört werden kann. Ein Minenfeld. Sie brauchen einen Minendetektor. Meryl kennt die Basis in- und auswendig. Fragen Sie sie doch. Ein Minenfeld. Denken Sie an Ihren Minendetektor. Wenn Sie eine Mine finden, kriechen Sie hin und entschärfen Sie diese. Colonel, jemand von außerhalb der Operation ruft mich per Codec an. Ich weiß. Wir haben ihn überwacht. Meryl weiß alles über das Kommunikationssystem. Sie erklärt es Ihnen selbst. Wenn jemand Ihre Frequenz kennt, können Sie angerufen werden. Aber wie haben Sie die herausgefunden? Die ist streng geheim. Sie meinen, es gab da eine undichte Stelle. Das ist die einzig denkbare Erklärung. Meryl, wissen Sie, woher die Übertragung kam? Leider nein. Die Funkwellen waren zu schwach zum Orten. Aber er ist in ihrer Nähe. Irgendwo in der Basis. Sneak, Sie müssen durch das Minenfeld vorrücken. Vorsicht vor der Panzerkanone. Die pustet Sie weg. Es muss einen Weg geben. Fragen Sie Nastascha. Sie weiß alles über Waffensysteme. Ein Panzer läuft nicht von allein. Er ist eine komplizierte Waffe. Keine Sorge. Sie haben zumindest eine faire Chance im Kampf. Fragen Sie, was Nastascha davon hält. Sie kommen erst zum Sprengkopflager, wenn Sie den Panzer vernichten, Snake. Zerstören Sie ihn. Snake, retten Sie Dr. Emrich, den Metal Gear Ingenieur. Er wird wahrscheinlich im zweiten Untergeschoss des Sprengkopflagers gefangen gehalten. Wollen Sie hier bloß nicht mit Ihrer Waffe. Vorsicht! Sie dürfen in diesem Bereich keine Waffen einsetzen. Ich habe die Nanomaschinen so programmiert, dass das nicht geht, Colonel. Was? Wovon reden Sie? Schon vergessen? Hier sind die Atomsprengköpfe gelagert. Sehen Sie sie? Ja, da sind jede Menge Kartons. Aber sind das alles Sprengköpfe? Ja. Entschärfte Sprengköpfe. Die liegen hier einfach rum? Präsident Baker hat recht. Völlig nachlässig. Der Etat ist begrenzt. Für die Medien wird das alles geschönt. Aber so sieht die bittere Wahrheit aus. Nastascha weiß noch viel mehr darüber als ich. Vorsicht! Verwendung von Waffen ist hier absolut ausgeschlossen. Aus allen Sprengköpfen in den Kartons wurden die Zünder entfernt, sodass sie nicht explodieren können. Sollten sie jedoch beschädigt werden, kann dabei Plutonium austreten und das wäre ein ernstes Problem. Das ist Gas. Luft anhalten. Die O2-Anzeige ist unter der Lebensanzeige. Wenn Sie nicht atmen, nimmt sie ab. Wenn sie Null erreicht, nimmt die Lebensanzeige ab. Das verströmte Gas ist wahrscheinlich ein organisches Nervengas auf Kaliumbasis. Es wirkt sich auf den Abbau von Acetylcholin, einen Neurotransmitter aus, und zerstört so das Nervensystem. Und Sie müssen es nicht einmal einatmen. Es gelangt auch über Hautkontakt in den Körper. Sie sterben spätestens 15 Minuten nach Einsetzen der Symptome. Übelkeit, Schweißausbrüche, Krämpfe, Kopfschmerzen oder Atemprobleme. Ihr Sneak-Anzug bietet etwas Schutz. Er ist aus dem gleichen Material wie die der ABC-Soldaten. Außerdem habe ich Ihnen Nanomaschinen mit PAM oder Protopanklorid injiziert, ein Antinervengasmittel. Das bietet aber nur vorübergehend Schutz. Sie brauchen eine Gasmaske. Suchen Sie eine Gasmaske. Retten Sie Dr. Emmerich und finden Sie Metal Gears Schwachstelle. Ist er nicht im Labor im Nordostteil dieses Stockwerks gefangen? Fürs Erste trauen wir diesem Diebstrott einmal. Verwenden Sie eine ferngesteuerte Rakete, um im Nordwestteil des zweiten Untergeschosses im Sprengkopflagergebäude die Schalttafel zu zerstören. Geschafft! Die Schalttafel ist hinüber. Der Strom im Fußboden sollte jetzt abgeschaltet sein. Passen Sie auf, dass Ihre Rakete nicht von der Schusskamera erwischt wird. Was ist mit diesen Leichen? Sieht aus, als wären Sie mit einer Art Schwert aufgeschlitzt worden. Nicht möglich. Was? Äh, nichts. Ich mache mir Sorgen um Emmerich. Holen Sie ihn da raus. Hol sich Sneak! In elektronischen Störbereichen können Sie die Rakete nicht steuern. Der Ninja! Hm? Ja? Die Stealth-Tarnung. Das muss er sein. Snake! Emmerich ist in Gefahr! Schnell, hinterher! Snake! Schnell! Emmerich ist in Gefahr! Fragen zu Mitgliedern von Foxhound sollten Sie Naomi stellen. Sorry, so jemanden gibt es bei Foxhound nicht. Derzeit gibt es nur sechs Foxhound-Mitglieder. Psycho-Mantus, Sniper-Wolf, Vulcan-Raven, Decoy-Octopus, Revolver-Ocelot und schließlich Liquid Snake. Seine Soldaten sind Mitglieder von Sondereinheiten der nächsten Generation. Foxhound besteht nur aus einer kleinen Zahl handverlesener Elite-Soldaten. Sie sprechen vom jetzigen Foxhound, ja? Ja. Snake, wer oder was ist das? Ist er ein Feind oder nicht? Das wüsste ich auch gerne. Naomi, Sie haben wirklich keine Ahnung. Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Was? Nichts, vergessen Sie es. Ihre Waffen wirken bei ihm wohl nicht. Lassen Sie sich was einfallen. Er ist schnell. Wenn Sie ihn verlieren, suchen Sie ihn Beobachtungsmodus. Snake, er will Sie nur provozieren. Lassen Sie die Waffen und stellen Sie sich ihm. Snake, er will Sie nur provozieren. Nun sieht es so aus, als hätten Sie Emmerich erst mal gerettet. Ja, mit dem Stealth-Anzug kann er sich sicher verstecken. Gray Foxhound. Unglaublich. Aber jetzt zu Ihrer Nichte. Der Codec brach ab. Das macht mir Sorgen. Es muss ihr etwas zugestoßen sein. Sorgen um Meryl? Nicht ganz. Aber sie hat die Kartenschlüssel für die Sprengcode-Deaktivierung. Unsere letzte Chance, den Abschuss der Atomrakete zu stoppen. Sie sind eiskalt. Die Mission ist wichtiger als das Leben Ihrer Kameraden? Das ist Krieg. Hier geht's ums Überleben. Manchmal ist es nötig, kalt zu sein, um zu überleben. Ja, aber... Snake, wie auch immer. Finden Sie Meryl so schnell wie möglich. Ich verstehe. Sagte Meryl nicht, sie sei in der Nähe? Warum fangen Sie nicht einfach in dem Gebäude zu suchen an? Meryl sagte, sie sei in der Nähe. Wahrscheinlich ist die im Sprengkopflager. Fangen Sie doch dort mit der Suche an. Meryl ist also als Feindsoldat getarnt, was? Na, Sie sollten sie trotzdem erkennen, wenn Sie genau hinsehen. Im Beobachtungs- oder Schulterblickmodus kommen Sie dicht dran. Oder versuchen Sie, sich mit dem Karton getarnt einzuschleichen. Ich hab Ihre Nichte gesehen. Ja? Wo? Sie ging auf die Damen-Toilette. Komisch. Sie ging hier rein, aber ich finde sie nirgends. Klappern Sie halt alle Türen ab. Sie haben recht. Immer der Reihe nach. Sie haben Meryl nicht gefunden? Sehen Sie sich nochmal um. Ihrer Nichte geht es gut. Gott sei Dank. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich weiß, Snake. Sie ist ganz schön fesch, was? Als Leiter dieser Operation kann ich Sie nicht bitten, auf Meryl aufzupassen, aber... Pflicht zuerst. War es falsch, mein eigen Feisch und Blut in den Krieg zu schicken? Sie kennt Ihre Pflicht. Ich weiß, ich weiß. Aber ich will wissen, was der wirkliche Zweck dieser Militärübung ist. Den kenne ich nicht. Wie gesagt, ich bin nur ein Mittelsmann. Wird diese Übertragung vom Militär überwacht? Natürlich. Aha. Die ganze Welt ist Bühne und wir sind lediglich Figuren, wie? Ja, aber die Figuren entscheiden das Spiel. Ich hoffe nur, wir können ein böses Ende verhindern. Gehen Sie mit Meryl zur unterirdischen Basis, wo Metal Gear ist. Colonel, Meryl benimmt sich seltsam. Vielleicht ist sie nur etwas erschöpft vom Stress. Snake, hören Sie etwas, das wie Gesang klingt? Ja. Das hat schon vor einer Weile angefangen. Was kann das sein? Schnell, Snake. Die unterirdische Basis ist nördlich von hier, oder? Snake, Meryl ist nicht sich selbst. Nicht schießen. Es ist Psycho Mantis. Er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Ich sehe Mantis nicht. Er hat zwar Psi-Kräfte, aber er kann nicht zaubern. Vielleicht ein Stealth-Anzug. Meryl wird von ihm gesteuert. Mein Beobachtungsmodus spinnt. Sie sehen, was er sieht. Das sind seine telepathischen Kräfte. Vielleicht können Sie ihn so finden. Das ist Psycho Mantis. Früherer KGB-Psi-Mann mit starken telepathischen Kräften. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sucht er einen Job in Amerika. Er arbeitete an einigen Fällen mit dem FBI als Psychoberater. Aber vor fünf Jahren arbeitete er am Fall eines Serienkillers und geriet zu tief in seine Psyche. Dadurch wurde er genau wie der Killer selbst. Er wurde also von den Gedanken des Killers infiziert? Jedenfalls wurde er zu einer Art Psychospion und arbeitete für den Meistbetenden. Er reiste viel herum. Dann wurde er von Foxhound rekrutiert. Er liest ihre Gedanken. Er kennt jeden ihrer Schritte im Voraus. Was soll ich tun? Ich habe gegen ihn keine Chance. Es muss etwas geben. Er versteht es, Leute zu lenken. Snake, lassen Sie sich nicht manipulieren. Nicht alles, was Ihre Augen sehen, ist real. Es ist wichtiger, seinen Geist zu zerstören als seinen Körper. Stören Sie ihn. Denken Sie an nichts. Sehen Sie in die Luft. Okay? In die Luft. Er konnte Ihre Gedanken lesen. Sie müssen ein Mittel gegen ihn finden. Mit seinen Psychokräften liest er die Aktionen Ihres Controllers. So weicht er den Angriffen aus. Tun Sie etwas, was Ihnen daran hindert, Ihren Controller zu lesen. Denken Sie nach. Es muss gehen. Ich hab's. Benutzen Sie den Controlleranschluss. Stecken Sie Ihren Controller in Steckplatz 2. Dann kann er Ihre Gedanken nicht mehr lesen. Snake, können Sie Steckplatz 2 nicht benutzen? Na ja, egal. Sehen Sie so etwas wie Statuen auf beiden Seiten des Raums? Ja. Sie meinen die Dinger mit den in Leder gehüllten Gesichtern. Ja. Greifen Sie sie an und enthüllen Sie sie. Warum? Diese Statuen zeigen Mantis echtes Gesicht. Mantis hasst den Anblick seines Gesichts. Wenn Ihnen plötzlich sein entstelltes Gesicht anstarrt, stört das vielleicht seine Konzentration. Snake, wenn Sie die Gesichter der Statuen vernichten, sollten Mantis Psychokräfte gestört werden. Meryl scheint in Ordnung zu sein. Danke, Snake. Keine Zeit mehr, Snake. Schnell. Drehen Sie in die unterirdische Basis ein. Gehen Sie vom Raum des Kommandos nach Norden. Keine Zeit mehr, Snake. Schnell. Drehen Sie in die unterirdische Basis ein. Snake, wenn Sie eine Leiter hoch oder runter gehen wollen, drücken Sie die Aktionstaste bei der Leiter. Zur unterirdischen Basis gelangen Sie, wenn Sie durch diese Höhle gehen und dann den Weg zum Sendeturm nehmen. Colonel, ich habe Meryl verloren. Wie ich Meryl kenne, wartet sie wahrscheinlich weiter vorne auf Sie. Snake, wartet Meryl nicht auf Sie? Eine Dame lässt man doch nicht warten. Wolf benutzt das Beruhigungsmittel Diazepam. Diazepam. Ein Antidepressivum auf Benzodiazepam-Basis. Es wirkt stark auf das zentrale Nervensystem und wird oft als Psychodroge genutzt. Und wie verhindert es das Händezittern? Antidepressiva wirken auch muskelentspannend. Sie werden zur Behandlung psychosomatischer Krankheiten oder zur Entspannung des Patienten vor der Narkose eingesetzt. Aha. Aber Vorsicht! In großen Dosen über längere Zeit macht Diazepam süchtig wie Alkohol. Erwachsene sollten nicht mehr als ein bis vier Dosen am Tag einnehmen, wobei eine Dosis zwischen zwei und fünf Milligramm beträgt. Mann, Sie klingen wie ein Arzt. Ich bin Wissenschaftlerin. Vorsicht! Wölfe sind nachts im Vorteil. Sie säen nicht nur besser, sondern können auch gut riechen. Benutzen Sie das Nachtsichtgerät. Fragen Sie Dr. Emrich nach dem Nachtsichtgerät. Sniper Wolf ist die beste Scharfschützin von Foxhound. Jeder weiß, dass Frauen geduldiger sind als Männer, aber Sniper Wolf kommt eine Woche ohne Schlaf oder Essen aus. Immer das Ziel im Blick. Und sie nimmt das Beruhigungsmittel Diazepam, sodass ihre Hände nie zittern. Snake, Meryl ist in Gefahr. Holen Sie ein Scharfschüssengewehr. Nur so können Sie Meryl retten. Snake! Was zum Teufel? Wollen Sie Meryl umbringen? Aufhören! Hören Sie auf! Snake, stopp! Sie sind grausam, Snake. Ich kann's nicht glauben. Snake ist durchgedreht. Snake, Sie sind ein jämmerlicher Mann. Halten Sie Distanz und nehmen Sie ein Scharfschützengewehr. Schön. Aber wo finde ich ein Scharfschützengewehr? Wohl kaum bei Meryl. Was ist mit Dr. Emrich? Er kennt sich hier aus. Vielleicht weiß er was. Fragen Sie Dr. Emrich nach einem Scharfschützengewehr. Sie haben doch gehört, dass eins im zweiten Untergeschoss im Panzerhanger ist. Holen Sie es und retten Sie Meryl. Sie haben ein PSG-1? Benutzen Sie das gegen Sniper Wolf. Schnell, retten Sie Meryl. Sind Sie verrückt? Gut gemacht. Ist Meryl in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich kann Sie nicht sehen. Glauben Sie, sie wurde geschnappt? Möglich. Ich frage Wolf. Wenn sie noch lebt, hole ich mir ein paar Antworten. Snake? Was Meryl betrifft, ich verlasse mich auf Sie. Snake, nehmen Sie den unterirdischen Gang nach Norden. Keine Sorge, Snake. Sie werden entkommen. Nur Mut. Die Wache ist auch nur ein Mensch. Er muss schlafen und aufs Klo, wie wir alle. Das ist Ihre Chance. Sie befinden sich in einer Gefängniszelle. Die Tür geht nicht von innen auf. Sie müssen der Wache den Schlüssel abnehmen. Ja, aber wie? Machen Sie sich doch unsichtbar. Welche Farbe hat Ketchup? Wenn Sie clever sind, können Sie die Wache reinlegen. Nehmen Sie doch den Ketchup und spielen Sie toter Mann. Gut gemacht, Snake. Jetzt können Sie entkommen. Das ist der Plan. Wenn ich Ocelad noch mal treffe, dann auf meine Art. Wie geht es Ihnen? Schaffen Sie es? Ja, keine Sorge. Der Sadist wird mich nicht unterkriegen. Ich weiß nicht wie, aber die Tür ist offen. Da war der Schatten von jemandem in einem Stealthanzug. Stealth-Tarnung? Vielleicht Emrich. Ich glaube nicht, dass es Otakon war. Wer dann? Sie glauben doch nicht etwa Grey Fox? Doch, ich glaube, er war's. Sie meinen, er wollte seinen Freund retten? Möglich. Oder er wollte nur nicht, dass ich in einer Zelle sterbe. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was er denkt. Machen Sie sich später Gedanken darüber. Zeit zu verschwinden. Snake, Zeit zu verschwinden. Snake, warten Sie. Sie vergessen Ihre Ausrüstung. Wahrscheinlich befindet sie sich in der Nähe. Vorsicht, Snake. Sie haben eine neue Schusskamera und mehr Patrouillen. Die wollen Sie wieder schnappen. Sie können sie mit einer Granate vernichten oder mit Düppel stören. Sie müssen aber die Kamera ausschalten, um den Aufzug zu benutzen. Holen Sie zuerst Ihre Ausrüstung. Snake, Sie haben eine Bombe in Ihrer Ausrüstung. Wählen Sie die Bombe im Ausrüstungsfenster, drücken Sie die Kreis-Taste und weg mit dir. Schnell, werfen Sie sie weg. Snake, Naomi möchte mit Ihnen sprechen. Wie geht es Ihnen? Also, um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, ich habe mich erkältet. Ich überwache Sie mit den Nanomaschinen. Ihre Körpertemperatur ist erhöht und die Lymphknoten leicht geschwollen. Aber keine Sorge, es ist nur ein kleiner Schnupfen-Virus. Kommt wohl von dem Soldaten. Ich erhöhe Ihre Nährstoffzufuhr und den Blutzuckerspiegel. Keine Medizin. Tut mir leid. Die Nanomaschinen haben keine Antibiotika. Vielleicht lässt sich irgendwo Knoblauch finden. Der enthält natürliche Antibiotika und Vitamine und Mineralien. Äh, roher Knoblauch. Furchtbar. Irgendwo auf der Basis muss Erkältungsmittel sein. Das hilft Ihnen vielleicht ein wenig. Wenn nicht, müssen Sie warten, bis die körpereigene Abwehr einsetzt. Zur unterirdischen Basis mit Metal Gear kommen Sie nur, wenn Sie auf den Sendeturm nördlich der Höhle klettern. Warten Sie, Snake. Das ist ein Waffenlager. Holen Sie sich mehr Munition. Das Abschussultimatum für den neuen Sprengkopf ist fast abgelaufen. Schnell, zur unterirdischen Metal Gear Wartungsbasis. Die Landroute wird von einem Gletscher blockiert. Klettern Sie auf den Sendeturm, um ihn zu überqueren. Der Sendeturm besteht aus Turm A und Turm B. Sie sind in Turm A. Zu Turm B gelangen Sie über den äußeren Fußweg. Denken Sie daran. Dunkle Orte sind gefährlich. Sie sehen nicht, woher der Feind kommt. Benutzen Sie ein Nacht- oder Infrarotsichtgerät. Die Tür zum Fußweg geht nicht auf. Benutzen Sie den Weg auf dem Dach. Klettern Sie darauf. Das sagen Sie so leicht. Nutzen Sie Ihre Wurftechnik gegen Feinde, die Sie verfolgen. Granaten gehen auch. Zum Explodieren in der Nähe ziehen Sie den Stift und warten vier Sekunden vor dem Wurf. Ja, Vorschläge? Fragen Sie doch Dr. Emmerich. Warten Sie, Snake. Nach den Satellitenfotos von Mai Ling zu urteilen, gibt es auch einen Fußweg auf dem Dach. Der führt auch zur anderen Seite. Vorsicht, Snake. Ich bin jetzt auf dem Dach. Sie müssen erschöpft sein, Snake. Kein großes Problem. Snake, ich überwache Sie andauernd. Ihr Herzschlag ist erhöht und Ihre Atmung flach. Was ist los, Snake? Hat das Schlittenfahren Sie aus der Form gebracht? Der Fußweg sollte direkt vor Ihnen sein. Nehmen Sie ihn zum Turm B. Dann klettern Sie runter und gehen nach Norden. Wohin gehen Sie, Snake? Vereilen Sie sich. Schnell zum Fußweg auf dem Dach und ab zu Turm B. Wenn die ferngelenkte Rakete zu weit fliegt, verlieren Sie die Kontrolle. Vorsichtig. Der Weg auf dem Dach von Turm A wurde zerstört. Das heißt noch lange nicht, dass es keinen anderen Weg gibt. Gibt es hier ein Seil oder so etwas? Mit einem Seil könnten Sie sich vom Dach von Turm A auf den Weg unten abseilen. Sie sind doch ein Abseilexperte, oder? Gehen Sie zum Nordteil von Turm A und lassen Sie sich am Seil zum Weg unten herab. Zu gefährlich. Der Hein zielt auf Snake. Und der braucht beide Hände zum Abseilen. Stimmt. Aber wir haben keine Wahl. Der Hein kann enge Räume nicht nutzen. Darin liegt unsere Chance. Das ist verrückt. Der Körner hat recht. Es geht nicht anders. So seilen Sie sich ab. Drücken Sie die X-Taste, um von der Wand wegzuspringen. Während Sie der Wand fern sind, drücken Sie die Richtungstaste nach unten zum Runterlassen. Wenn Sie springen und gleichzeitig auf der Richtungstaste nach links oder rechts drücken, springen Sie weit in diese Richtung. Drücken und halten der Kreistaste mit einer Richtungstaste lässt Sie langsam an der Wand entlangkriechen. Mit dem richtigen Timing sollten Sie dem Feuer vom Hein beim Abseilen entkommen. Wenn das überhaupt jemand schafft, dann sind das Sie, Snake. Geschafft. Ich bin unten. Gott sei Dank. Das Zusehen hat mir schon gereicht. Sie sind unglaublich, Snake. Snake, warum versuchen Sie nicht die Tür vom Weg zum Turm A? Ein Angriff von jenseits der Anzeige. Was soll ich tun? Finden Sie mit dem Fernglas heraus, wo der Feind ist. Setzen Sie dann das PSG-1 oder ferngelenkte Raketen ein. Sie brauchen eine längere Reichweite. Snake, der Heinz kreist immer noch über dem Sendeturm. Verdammt. Hier ist keine Waffe, mit der ich ihn kriegen kann. Dr. Emrich weiß vielleicht, wo eine Waffe gegen den Heinz sein könnte. Fragen Sie ihn doch. Snake, schnell. Holen Sie die Stinger-Raketen. Sagt der Emrich nicht, dass Sie am Eingang zum Weg in Turm B sind? Der Weg nach oben ist blockiert, hm? Verfassen wir uns später damit. Sehen Sie doch mal nach, was unten vor sich geht. Drücken Sie die Aktionstaste, um nach unten zu gehen. Die Treppe ist kaputt. Hey, der Aufzug ist also der einzige Weg nach oben. Okay, Snake, gehen Sie sofort nach oben. Liquid scheint wirklich auf den Showdown mit Ihnen zu warten. Ich sehe gerade die Satellitenfotos von Myling. Snake, er wartet auf Sie. Er kreist herum wie ein Bussard. Ich hoffe, Sie genießen die Live-Übertragung. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Snake, das gefällt mir nicht. Gehen Sie nicht auf das Dach. Ich muss. Ich kann nicht davon laufen. Liquid wartet auf Sie auf dem Dach. Liquid schwebt immer noch über dem Dach vom Turm B. Er wartet auf Sie. Snake, Sie müssen sich ihm jetzt stellen. Liquid will das jetzt zu Ende bringen. Das ist alles geplant. Die Sache mit dem Aufzug gehörte vielleicht auch zur Falle. Sie meinen, er manipulierte den Aufzug, um mich aufs Dach zu kriegen. Sie müssen den Hind zerstören. Der Hind erscheint auf Ihrem Radar. Wenn Sie Sichtkontakt verlieren, überprüfen Sie seine Position mit dem Radar. Borchen Sie, Snake. Am Klang der Rotorblätter müssten Sie die Richtung erkennen, aus der er kommt. Was? Sie haben keinen Stereo-Fernseher? Unmöglich. Nur Mono? Tja, Colonel, da können wir nichts machen. Sie haben recht. Machen Sie sich keine Sorgen. Wie viel Sie wert sind, hängt nicht von einem Stereo-Fernseher ab. Sie können es auch so schaffen. Mono? Geschafft. Sie haben den Hind erwischt. Ich habe mitgezittert. Liquid kann nicht überlebt haben. Ich weiß nicht. Trotzdem werden Sie mit dem Verlust Ihres Anführers nicht aufgeben. Sie werden versuchen, die Atomrakete abzuschießen. Stimmt. Wir müssen uns beeilen. Schnell. Die unterirdische Basis liegt hinter den Sendetürmen. Der Aufzug geht inzwischen wieder, oder? Wir benutzen Stealth-Tarnung. Man sieht sie nicht. Also hören Sie genau hin. Wie funktioniert die Stealth-Technologie? Ist sie optisch oder chemisch? Wissen Sie, Snake? Kämpfen Sie nicht ins Leere. Verwenden Sie das Infrarotsichtgerät. Benutzen Sie alle fünf Sinne. Es geht auch ohne Infrarotsichtgerät. Fragen Sie den Erfinder. Der muss es wissen. Das Wetter scheint schlechter zu werden. Benutzen Sie das Fernglas. Was ist mit Satellitendaten? Tut mir leid. Der Eingang ist auf den Satellitenfotos nicht zu sehen. Und Wärmequellen? Lüftungsschächte oder sowas? Negativ. Es gibt nur südöstlich von Ihrer Position mehrere Wärmequellen. Wahrscheinlich nur brennende Trümmer vom Heind. Snake, Sie befinden sich auf einem offenen Feld, das von Mauern umgeben ist. Der Eingang zur unterirdischen Basis müsste irgendwo in Ihrer Nähe sein. Halten Sie sich an die Wand. So verirren Sie sich nicht. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Verhindern Sie die Zündung dieser Atomrakete. Der Eingang zur unterirdischen Wartungsbasis muss im hinteren Teil des Schneefelds, nördlich vom Turm B, sein. Colonel, hören Sie zu. Bei den Trümmern des Heind lag ein Fallschirm. Ein Fallschirm? Die meinen, Liquid hat überlebt? Unmöglich. Beim Sprung aus dem Pilotensessel wäre er schneller zerfetzt worden als eine Zwiebel in einem Mixer. Und wieso liegt dann da ein Fallschirm? Keine Ahnung. Eine Falle? Das wurde eine Nachricht an mich. Soll wohl heißen, ich lebe noch? Vielleicht. Ich glaube eher, es heißt, dich kriege ich noch. Wie auch immer. Bleiben Sie wachsam. Mach ich. Snake, Ihre Kampfrationen sind gefroren. Sie können sie so nicht essen. Bis Sie auftauen, können Sie Ihre Energie nicht auffrischen. Seien Sie vorsichtig. Sie tauen bei Wärme auf. Ihre bloße Haut würde ausreichen. Das ist Sniper Wolf. Sie können nur mit dem PSG 1 auf Sie schießen. Snake, Wolf versteckt sich irgendwo im Schneefeld. Sie müssen als erstes herausfinden, wo sie ist. Beim Schießen muss sie Ihr Versteck kurz verlassen. Wolf scheint erledigt zu sein. Jetzt schnell zu Metal Gears unterirdischer Basis. Traurig. Wir hätten die Koden nach dem Golfkrieg nicht im Stich lassen sollen. Wir sind nicht für Ihre Entscheidung verantwortlich. Jeder entscheidet sein Schicksal selbst. Egal wo. Schicksal. Karma. Das ist doch nur ein Vorwand zum Aufgeben. Das glaube ich nicht. Wenn sie nicht auf einem Schlachtfeld geboren wäre, hätte sie vielleicht ein glücklicheres Leben gehabt und wäre nicht zum Killer geworden. Snake, beeilen Sie sich zu Metal Gears unterirdischer Basis. Der Eingang muss am Ende des Schneefelds liegen. Verwenden Sie den Aufzug, um von einem Geschoss ins andere zu gelangen. Es musste einen geben. Snake, Sie sind nicht als Vogelscheuche angestellt. Arme Dinger. Auch Raben haben ein Recht zu leben. Sie sollen nicht Kammerjäger spielen, sondern die verfluchte Atomrakete entschärfen. Bringen Sie wirklich so gern Ratten um? Das Quälen von kleinen Tieren ist ein Zeichen von Perversion. Was kann ich für Sie tun, Snake? Was ist los, Snake? Was ist, Snake? Gibt's was, Snake? Sind Sie in Ordnung? Sind Sie verletzt? Ist alles in Ordnung, Snake? Snake! Was kann ich tun, Snake? Sagen Sie nur, ich helfe Ihnen gern. Snake, wie halten Sie sich? Sind Sie Snake? Bis später dann, Snake. Viel Glück, Snake. Vorsicht, Snake. Hey, Snake, nicht ohne Grund anrufen, ja? Nicht aufgeben, Snake. Los, Snake, Sie schaffen es. Los, Snake, los! Sie dürfen nicht sterben. Tun Sie es für mich, Snake. Bitte, Snake, nicht aufgeben. Kommen Sie am Stück zurück. Wir zählen auf Sie, Snake. Nicht aufgeben. Tun Sie es für mich. Vorsicht, Snake. Soliden Radar funktioniert in kleinen Räumen nicht. Zu viel Resonanz. Die Radiowellen verursachen Störungen und wir können die topografischen Daten nicht analysieren. Halten Sie durch, bis Sie wieder mehr Platz haben. Sie wissen, wo der DARPA-Chef ist. Sein Nanomaschinentransmitter erscheint als grüner Punkt auf dem Radar, wenn Sie in der Nähe sind. Suchen Sie ihn. Der Radar erzeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn. Snake, Sie können den Radar dort nicht benutzen. Von dort kommt eine Art elektronische Störung. Was das wohl ist? Seien Sie vorsichtig. Der DARPA-Chef, der Arme. Sie retten ihn und er stirbt gleich am Herzinfarkt. Ich habe ein komisches Gefühl, Snake. Vielleicht sollten Sie mich das Spiel speichern lassen. Miling, wie kann jemand außerhalb der Operation mein Codec anrufen? Sie sprechen von dem Typ, der sich Deep Throat nennt. Wir haben das von hier überwacht. Wie macht er das? Wenn jemand Ihre Frequenz kennt, kann er sie anrufen. Aber wie hat er die herausgefunden? Sie ist streng geheim. Wissen Sie, wo er ist? Tut mir leid. Das Signal ist zu schwach, um es zu orten. Aber er ist in der Nähe. Hier in der Basis. Snake, der Radar funktioniert nicht. Irgendetwas funkt dazwischen. Was immer es ist, es ist ganz in Ihrer Nähe. Halten Sie die Augen auf! Snake, der Radar funktioniert nicht. Da ist zu viel Interferenz. Der Ninja strahlt eine Art elektrische Energie ab. Eine chinesische Weisheit sagt, ein Gelehrter, der die Bequemlichkeit liebt, verdient den Titel Gelehrter nicht. Einstein sagt es anders. Er sagt, dass nur ein Leben für andere sich lohnt. Deshalb ging ich zum MIT und nicht nach Princeton oder Vassar wie meine Freunde. Ich wollte angewandte Physik, nicht nur Theorie. Ich wollte mich in den Dienst der Menschheit stellen. Das Solid- und Radarsystem oder das Codex-System. Ich wollte nur was Nützliches herstellen. Ich glaube, dass Dr. Emmerich genauso dachte. Aber man benutzte ihn, um eine Todesmaschine zu bauen. Vielleicht sollten wir Ingenieure einfach nichts mehr erfinden. Ich weiß nicht. Das ist falsch. Mindestens ein Mensch hat durch Ihre Erfindung ein besseres Leben. Ich. Wie meinen Sie das? Ohne den Codex könnte ich mit Ihnen nicht so einfach reden. Danke, Snake. Snake, das ist die Damentoilette. Weiß ich. Meryl ist hier reingegangen. Und Sie gleich hinterher. Sie sind vielleicht pervers. Ich lasse Sie jetzt nicht speichern. Hören Sie. Das ist der einzige Ort, an dem ich mit Meryl alleine reden kann. Wie auch immer. Rufen Sie nicht wieder an. Gut, dass Sie Meryl gefunden haben. Sie hätten den Colonel sehen sollen. Er zeigt es als Boss ja nicht so gern. Aber er konnte vor Freude kaum an sich halten. Das hört man gern. Snake, hier ist Solitenradar. Ich weiß. Er funktioniert in kleinen Räumen wie hier nicht. Stimmt's? Stimmt. Tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Auch Meisterwerke haben ihre Fehler. Sie stirbt, wenn Sie sie zurücklassen. Wollen Sie sie nicht retten? Sie ist nur der Köder. Die wollen mich. Wenn ich da rausgehe, bin ich tot. Und wer rettet Meryl dann? Ich hoffe, die lassen Meryl am Leben, wenn ich nicht drauf reinfalle. Sie lassen Meryl einfach da. Sie ist verletzt. Ich weiß, was ich tue. Meryl versteht das auch. Das ist schrecklich. Stimmt. Es ist schrecklich. Das ist Krieg. Und die oberste Kriegsregel lautet Überleben. Wäre es nicht an der Zeit, Ihr Spiel zu speichern? Sie haben Ihr Spiel schon lange nicht mehr gespeichert. Stimmt's? Was ist los? Ich weiß nicht. Ich habe ein merkwürdiges Gefühl. Eine Magenverstimmung? Ich meine es ernst. Wie eine Vorahnung oder so. Sind Sie in Ordnung? Ich hatte solche Angst. Es muss schrecklich gewesen sein. Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Mann, Sie sind wirklich sehr tapfer. Gut, dass der Kodik direkt mit Ihrem Innenohr verbunden ist. So können Sie uns jederzeit anrufen. Wir hören gern, dass es Ihnen gut geht. Rufen Sie doch den Körnel an. Wenn jemand einen Weg nach draußen weiß, dann er. Sie müssen mich für das Letzte halten. Geben Sie sich nicht zu viel Schuld. Sie haben... Ich habe nur Meryl geopfert, um mich zu retten. Hören Sie. In China gibt es ein Sprichwort. Hm. Ach was. Ich gebrauche mal meine eigenen Worte. Kopf hoch, Snake. Glauben Sie nicht, was die anderen sagen. Die wollen Sie bloß verunsichern. Das halte ich nicht für wahrscheinlich. Aber Sie haben einen Auftrag. Reißen Sie sich für die Welt am Riemen. Zuerst müssen Sie da irgendwie rausfinden. Ja, stimmt wohl. Snake, hören Sie. Sie... Sie müssen sich zusammenreißen und zurück an die Arbeit. Sie haben recht. Das Selbstmitleid muss ein Ende haben. Danke, Miling. Ab und zu muss ich meinen Platz verlassen und Änderungen am Radar oder Codex-System vornehmen. Dann kann ich Ihr Spiel nicht speichern. Tut mir leid. Denken Sie an De Gaulle-Spruch. Die Friedhöfe sind voller unersetzlicher Männer. Snake, Sie sind allein und von Feinden umgeben. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie Kämpfe, wenn möglich. Sie haben recht. Und Zitate haben Sie drauf, nicht wahr? Nun ja. Meine Eltern sind beide aus Guangdong, in China. Aber ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen. Ich mag die Literatur beider Länder. Das verbindet mich mit Ihnen. Ich zitiere für Sie gern noch mehr, wenn Sie wollen. Darauf freue ich mich schon. Aber ich wüsste auch gern noch mehr über Sie selbst. Ah, ich denke drüber nach. Snake, hören Sie auf laut C. Wer weiß, dass genug genug ist, hat immer genug. Nur weil Sie einen Gegenstand sehen, müssen Sie ihn nicht immer haben. Überlegen Sie, ob er unbedingt nötig ist. Der Aufwand lohnt vielleicht nicht. Frei nach Shakespeare. Nichts ist gewonnen, alles zerronnen, wenn wir den Wunsch zwar, doch nicht Zufriedenheit bekommen. Das heißt, dass Wünsche uns in Schwierigkeiten bringen können, wenn wir nicht aufpassen. Das gilt auch für Gegenstände. Wer gierig ist, zahlt später dafür. Vorsicht, Snake! Snake, in China sagt man, überquer den Fluss, bevor du dem Krokodil sagst, dass es Mundgeruch hat. Verstehen Sie das? Das heißt, der weise Mensch meidet Gefahr. Benutzen Sie Ihr Gehirn, um fallen und den Feind zu umgehen. Snake, kennen Sie das Sprichwort? Freundlicher Rat besiegt viele Feind. Das heißt, der Rat von Freunden kann Ihnen viel Ärger ersparen. Denken Sie drüber nach. Wenn Sie Ärger haben oder Informationen brauchen, rufen Sie Campbell oder jemand anders an. Okay? Im Land meiner Eltern sagt man, gibt es mehr Wölfe, werden Menschen gefressen. Gibt es mehr Menschen, werden Wölfe gefressen. Das heißt, die Seite in der Überzahl gewinnt gewöhnlich. Sie sind in der Unterzahl, Snake. Lassen Sie sich nicht blicken. Wie Konfuzius sagt, Vorsicht irrt sich selten. Mit Vorsicht machen Sie wahrscheinlich keine großen Fehler. Verlieren Sie nicht die Konzentration, wenn Sie sich ans Spiel gewöhnt haben. In China sagt man, Voreiligkeit bringt wenigen Erfolg und vielen Misserfolg. Rücken Sie vor, wenn es sicher ist und ziehen Sie sich bei Gefahr zurück. Entscheiden Sie das je nach den Umständen. In China sagt man, oft ist es der gute Schwimmer, der ertrinkt. Der gute Schwimmer überschätzt häufig seine Fähigkeiten und unterschätzt die Tücken des Flusses. Sie haben sich wahrscheinlich an das Spiel gewöhnt, aber seien Sie dennoch auf der Hut. Ein Sprichwort sagt, der Kopf kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Passen Sie auf, dass Sie während der Mission nicht an etwas anderes denken. Sammel die Rosen, solange es geht. Die Zeit, sie bleibt nicht stehen. Die Blum, die heut im Winde weht, ist bald nicht mehr zu sehen. Lachen ist die beste Medizin. Freuen Sie sich, dass Sie Zeit haben, ein Spiel zu spielen. Genießen Sie es. Milton sagt in Das verlorene Paradies, Alleinsein ist manchmal das Beste, doch sucht man gern auch dann Gesellschaft wieder. Sind Sie deshalb zurückgekommen? War Ihnen zu langweilig in Alaska? Was? Der Stolze isst kein faules Fleisch, auch wenn er hungrig isst. Und stiehlt bei Durst kein Wasser aus fremden Brunnen? Hm, Sie mussten aber Ihre Ausrüstung finden. Oder stehlen. Also sollte ich das wohl nicht sagen. In China sagt man, hat der Fuchs die Nase drin, bekommt er auch bald seinen Körper hinein. Die Beschreibung passt perfekt auf Sie. Sie schaffen es, Snake. Seien Sie einfach flexibel. Meistern Sie jede Situation anders. Ein starker Wille formt die Welt, wie er es will. Vergessen Sie Ihren Auftrag nicht. Nutzen Sie alle Gelegenheiten aus, die sich bieten. Aber das muss ich Ihnen wohl nicht erst sagen. Snake, in China sagt man, wer durchs Melonenfeld geht, richte nicht seine Sandalen. Das heißt, in schlimmen Lagen muss man das Wichtige im Auge behalten. Verlieren Sie nicht die Perspektive. In China sagt man, die Schlange kennt sich und schlägt schnell zu. Das heißt, wenn Sie wissen, dass das, was Sie tun, Ihrer wahren Natur entspricht, wird es kein Zögern geben. Ich weiß nicht, ob Ihre Befehle Ihrer Natur entsprechen. Aber Snake, glauben Sie an sich? Leo de Rocher sagt, Siege egal wie. Die Guten verlieren eh. Was ist mit Ihnen? Glauben Sie das auch? Würden Sie irgendwas nicht tun, um zu überleben? Denken Sie darüber nach, Snake. Nicht aufgeben. Denken Sie an Macbeth? Sinngemäß. Ich kämpfe, bis die müden Knochen nicht mehr wollen. Gebt mir die Rüstung. Alle verlassen sich auf Sie, Snake. Sie müssen es schaffen. Krieg ist nur Schmerz und Gerase. Ehre eine leere Phrase. Was ist mit Ihnen? Ist Ehre auch für Sie nur eine leere Phrase? Snake, komme was mag. Die Zeit beendet auch den trübsten Tag. Die Zeit ist fast um, Snake. Snake, schnell, Sie sind der Einzige, der den Abschuss aufhalten kann. Oh, wie wunderbar ist es Riesenstärke. Doch wie turanisch, sie wie ein Riese einzusetzen. Man darf niemanden zwingen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Das gilt auch für Völker, oder nicht? Oh, dass der Mensch so sterblich ist, so voller Krankheit und Gebrechen. Snake, Sie sind erkältet, oder? Sollten Sie nicht besser ein Erkältungsmittel nehmen? Snake, die Krankheit droht doch gar dem Ausgang unserer Unternehmung. Das ist frei nach Shakespeare. Nehmen Sie das Erkältungsmittel, dann geht es Ihnen besser. Vielleicht hängt Ihr Erfolg davon ab. Den Worten Sterbender lauscht aufmerksam wie eine Harmonie. Snake, Sterbende lügen normalerweise nicht. Ich glaube, das war die Wahrheit. Vielleicht sollten Sie ihm glauben. In China sagt man, lieber hässlich leben, als schön sterben. Ich glaube, das stimmt. Wer tot ist, hat keine Chance mehr zum Glücklichsein. Ich kann Menschen, die vorzeitig sterben wollen, nicht verstehen. Snake, versprechen Sie, dass Sie heil zurückkommen? Wo Leben schrecklicher noch als der Tod, ist wahrer Mut nur Lebensmut. Snake, manchmal ist Leben schwerer als sterben. Dann müssen Sie wahren Mut beweisen. Es muss schrecklich für Sie sein. Bitte, halten Sie durch. Sie schaffen es. Ich glaube an Sie. Wie geht's, Snake? Haben Sie sich schon an den Radar gewöhnt? Ja, ein tolles System. Ich sehe nicht nur die Topografie, sondern verfolge auch die Bewegungen des Feindes. Ganz schön praktisch, was? Es hilft uns auch, alles zu beobachten, was Sie tun. Sie beobachten alles. Na klar. Wenn ich Ihre Freundin wäre, könnten Sie mich nie betrügen. 24 Stunden am Tag überwacht. Das wäre die Hölle. Sehen Sie es positiv. So verlaufen Sie sich nicht. Ich wollte, ich könnte Ihnen per Kodik Waffen schicken, statt nur Daten. Schön wär's. Ich fühle mich schon wie ein Dieb. Räume ausrauben, taschentoter Feinde durchsuchen. Sie haben keine Wahl. Mag sein. Aber ich werde langsam zum Kleptoman. Ich stecke ständig irgendetwas in meine Taschen. Kennen Sie dieses Sprichwort? Konfuzius sagt... Genug Sprichwörter. Erzählen Sie mir mal von sich selbst. Der überlegene Mann spricht wenig, aber handelt überragend. Was soll das denn heißen? Das heißt, ich kenne Sie kaum, Snake. Es wäre nicht recht, Ihnen meine Lebensgeschichte zu erzählen. Na gut. Aber ich gebe nicht auf. Snake, wie fühlt man sich beim Kämpfen? Warum fragen Sie? Ich liebe Kampfspiele. Spiele? Ja, Kampfspiele. In diesem Job sehe ich so viele Leute sich gegenseitig umbringen, aber nur über Monitor oder Blitzsendung. Kein besonders schöner Job. Ich weiß nicht. Wenn man es auf dem Monitor sieht, ist es wie ein Videospiel. Das ist kein Spiel. Wer Fehler macht, kann nicht nochmal anfangen. Tut mir leid. Töten ist kein Spaß. Und sieht auch nicht gut aus, so wie in Videospielen. Okay, Snake. Ich verstehe. Krieg ist kein Spiel. Hören Sie, Myling. Tun Sie mir den Gefallen und werden Sie, wenn das hier vorbei ist, wieder eine normale Studentin. Genießen Sie das Leben. Spielen Sie echte Videospiele und nicht Krieg. Myling, wie sind Sie an diesen Job gekommen? Also, ich wollte immer Kampfpilotin werden. Kampfflugzeuge in Filmen faszinierten mich. Sie glauben ja nicht, wie viele das sagen. Aber ich wollte niemanden töten. Dann hörte ich, dass die USAF Leute für die BDA suchte. Die Leute müssen feststellen, wie erfolgreich eine Bombardierung war. Genau. Also forschte ich im Gebiet der Luftfotografie und Luftaufklärung. Das wurde mein Schwerpunktthema. Aber keine Piloten machen nur BDAs. Das stimmt. Aber als ich das erfuhr, war ich schon Expertin auf meinem Gebiet. Myling, Sie sagten, Sie wollten Pilotin werden. Waren Sie beim Eignungstest? Nein, ich sehe schlecht. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass ich Kontaktlinsen trage. Sie fielen durch den Eignungstest, was? Ja, es ist lächerlich. Wir fliegen doch nicht mehr in Doppeldeckern, oder? Das stimmt. Piloten fliegen heute mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Genau. Bei dem Tempo nutzt das bloße Auge fast nichts. Nur mit komplexer Elektronik sehen Sie, was los ist. Haben Sie deshalb Ihr Radarsystem entwickelt? Ja, ich wollte ein Radarsystem entwickeln, das Soldaten zu besseren Entscheidungen verhilft. Ihr Radar zeigt also, was wirklich los ist, was? Das kommt auf die Auslegung an. Wie bei Schönheit liegt die Wahrheit im Auge des Betrachters. Das können Sie ruhig laut sagen. Speichern Sie auch Ihre Erinnerung an mich? Sie können auch in Ihrem System keine Erinnerungen speichern. Die sind zerbrechlich. Wenn man sie auf Binärzahlen reduziert und sendet, sind es keine Erinnerungen mehr. Da wäre ich nicht so sicher. Es gibt nichts, was meine Systeme nicht vermögen. Erinnerungen sind nicht nur Geräusche und Bilder. Sie existieren irgendwo zwischen diesen. Wieso? Sie können heute alles digital regeln. Wenn das stimmt, dann versuchen Sie doch zu speichern, was ich gerade denke. Das kann ich nicht speichern. Sie müssen es wenigstens formulieren. Richtig. Und so sind Erinnerungen. Wortlos. Das glaube ich nicht ganz. Wie sehr die Datentechnologie auch fortschreitet. Das menschliche Herz werden Sie nie erfassen. Falsch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber erst müssen Sie menschliche Gefühle verstehen, Miling. Und wie mache ich das? Sie müssen zulassen, dass Sie sich verlieben. Wie ich dich liebe? Lass mich die Weisen zählen. Kennen Sie das? Elizabeth Barrett Browning. Ähm, denken Sie nicht darüber nach. Ich weiß nicht, warum mir das einfiel. Snake, ist das eine Zigarette? Zigaretten sind Gift. Sie töten. Haben Sie Dr. Naomi nicht gehört? Wer 20 Lebensjahre wegnimmt, nimmt ebenso viele Jahre Todesangst weg. Rauchen Sie deshalb, Snake? Sie haben Angst vorm Leben? Weise Männer sitzen nicht und jammern, sondern suchen hoffnungsvoll den Ausweg. Snake, wenn Sie nicht weiter wissen, sollten Sie Campbell anrufen. Er hat vielleicht einen Rat für Sie. Tut mir leid, Snake, aber ohne Memory Card kann ich nicht speichern. Wenn Sie das Spiel speichern wollen, legen Sie eine Memory Card in den Steckplatz ein. Tut mir leid, Snake. Es gibt keine leeren Speicherblöcke. So kann ich das Spiel nicht speichern. Bei unformatierter Memory Card kann ich das Spiel nicht speichern. Wollen Sie nicht speichern? Tut mir leid. Ich kann das Spiel nicht speichern. Es gab einen Fehler. Werfen Sie sich hin. Feuern Sie im Liegen. Eine stabile Unterlage für die Waffe wäre gut. Wenn Sie keine haben, klemmen Sie die Waffe fest unter die Achsel und halten Sie mit dem Kinn ruhig. Bringen Sie das Ziel in das Fadenkreuz des Zielfernrohrs. Die meisten Soldaten treffen ein Ziel auf 300 Meter. Ein Freund von mir trifft regelmäßig auf 520 Meter. Ein guter Scharfschütze braucht Nerven aus Stahl und viel Geduld. Manchmal müssen Sie tagelang in Position bleiben, ohne sich zu bewegen. Das Wichtigste ist, auf die Gelegenheit zu warten und sie dann zu nutzen. Eine unruhige Hand und Sie verfehlen ein Ziel auf 60 Meter um mehr als 15 Zentimeter. Konzentrieren Sie sich. Halten Sie die Luft an und die Hand ruhig. Das Wichtigste ist, Ihr Ziel in das Fadenkreuz des Zielfernrohrs zu bekommen. Wenn Sie das Ziel nicht richtig anvisieren, werden Sie es nie treffen. Das Zielfernrohr ist vielleicht nicht optimal justiert. Machen Sie also einen Probeschuss und nehmen beim Schuss die entsprechende Korrektur vor. Keine Sorge. Das hier ist Sniper Wolfsgewehr. Oh, dann verändern Sie besser nichts daran. Auf eine Distanz von 400 Metern bringt Sie ein Grad Unterschied in der Lufttemperatur etwa einen Zentimeter vom Ziel ab. Der Luftdruck wirkt sich ebenfalls auf Ihren Schuss aus. Deshalb müssen Sie je nach den Bedingungen unterschiedlich zielen. Haben Sie vom Magnuseffekt gehört? Normalerweise rotiert eine Gewehrkugel rechts herum und weicht leicht nach rechts ab. Das nennt man den Magnuseffekt. Denken Sie beim Blick durch das Fadenkreuz an den Kameraden Magnus. Die Atommüllentsorgungsanlage auf Shadow Moses Island wurde Anfang dieses Jahrhunderts gebaut. Hier sollten die Atomsprengköpfe erst mal gelagert werden. Warum erst lagern? Wenn man sie sowieso entsorgen wollte, warum dann nicht gleich? Das geht nicht. Wenn man einen Sprengkopf zerlegt, bleibt immer noch radioaktives Material übrig, das gelagert werden muss. Die Endlager sind aber momentan sowieso schon überfüllt. Aber während Start 2 ins Auge gefasst wurde, musste die Abrüstung natürlich weitergehen. Das heißt, diese Basis wurde gebaut, um einen Konflikt mit dem Start 2 Vertrag zu vermeiden? Die meisten Leute meinen, dass die Welt heute sicherer ist. Aber mit den alten Sprengköpfen und dem Atommüll ist die Gefahr vom Atomterrorismus natürlich extrem gestiegen. Welch Ironie! Nach der Unterzeichnung des Start 2 Vertrags am 3. Januar 1993 rüsteten Russland 3.000 und die USA 3.500 taktische Atomsprengköpfe ab. Sie rüsteten sämtliche Interkontinentalraketen ab, einschließlich MIRVs. Deshalb warten jetzt mehr als 15.000 dieser Sprengköpfe darauf, entsorgt zu werden. Die Sprengköpfe sollten bei Pantex oder ähnlichen Entsorgungseinrichtungen zerlegt werden, die können aber auch nur eine bestimmte Anzahl verarbeiten. Wir haben einfach nicht die nötigen Kapazitäten, um all diese Sprengköpfe zu entsorgen. Die Entsorgung hat schon über 200 Tonnen Plutonium und über 1.000 Tonnen angereichertes Uran ergeben. Außerdem produzieren Atomreaktoren in aller Welt weiterhin Atommüll und setzen ihn frei. Schätzungen zufolge wurden bis im Jahre 2005 in Amerika allein schon über 50.000 Tonnen Atommüll gelagert. Es gab keinen Platz mehr in den Atommüllendlagern. Deshalb brauchen wir Entsorgungseinrichtungen für Atomwaffen. Sie haben Versuche mit dem neuen Metal Gear Prototyp gemacht, hat der DARPA-Chef gesagt? Ja. Aber was zum Teufel? Sie haben vom Metal Gear gehört. Nur Gerüchte. Man sagt, es ist eine Art laufender Panzer, der von jedem Gelände aus einen exakten Atomangriff starten kann. Seien es Berge, Wüsten, Sümpfe. Aber Sie sind der wahre Metal Gear-Experte, oder? Kann schon sein. Aber was ist mit dem PAL-System, von dem der DARPA-Chef sprach? Das ist ein Gerät an einem Atomwaffensystem, das die Aktivierung oder den Abschuss der Rakete verhindert. Für den Abschuss wird normalerweise ein Geheimcode oder eine Kombination benötigt. Der Chef sagte, es gibt zwei Codes und die Terroristen kennen schon einen davon. Der andere Code, wenn Sie den auch herausfinden? Ja. Ich muss mich beeilen und Präsident Baker retten. PAL bedeutet Permissive Action Link, genehmigte Aktionsverbindung. Es ist ein Sicherheitssystem für Atomraketen. Der Abschuss erfolgt erst nach Eingabe eines speziellen elektronischen Codes. Wenn die Terroristen aber die Sprengcodes herausgefunden haben, können Sie die Rakete jederzeit starten. Kann das PAL-System zerstört werden, sodass die Rakete auch ohne den Sprengcode gestartet werden kann? Ich glaube nicht. Der Sprengkopf wird automatisch deaktiviert, wenn man versucht, das PAL-System zu entfernen, zu deaktivieren oder zu zerstören. Das heißt, wenn die Terroristen nicht die Codes oder die Schlüssel zum Deaktivieren der Codes in die Finger bekommen, können Sie sie nicht zünden? Nicht so voreilig. Es kann immer etwas schief gehen. Nicht leichtsinnig werden. Ich weiß nicht viel über Metal Gear, nur was man so hört. Ich weiß, dass er 1995 in Outer Heaven und 1999 in Sansibar auftauchte. Beide Male waren es dritte Weltländer unter Militärregimes. Sie entwickelten Metal Gear, um ihre politische und militärische Macht in der Welt zu erhöhen. Doch ein Held hielt beide auf. Sie allein, Solid Snake. Ha. Das ist lange her. Alle Abschuss-Silos werden von Militärsatelliten überwacht. Atom-U-Boote können heimlich manövrieren, aber Raketen natürlich nur aus dem Wasser abschießen. Schließlich gibt es auch noch flugzeuggestützte Atomraketen. Sie sind sehr mobil, aber nicht sehr zuverlässig. Metal Gear löste diese Probleme. Er kann sich in jedem Gelände bewegen und unabhängig eine Atomrakete auf ein beliebiges Ziel in der Welt abschießen. Das ändert das Rüstungsrennen um strategische Waffen vollkommen und zerstört das atomare Gleichgewicht. Eine furchterregende Waffe. Die Entwicklung von Metal Gear ist der zynische Versuch, unsere Militärdominanz beizubehalten und auszubauen und gleichzeitig so zu tun, als ob wir abrüsten würden. Mit dem neuen Abkommen, nachdem U-Boote ohne Vorankündigung in internationalen Gewässern inspiziert werden dürfen, haben U-Boote als strategische Waffen stark an Wert verloren. Mit Metal Gear könnten die Regierungen der Welt solche Inspektionen umgehen und trotzdem die Bedingungen internationaler Atomverträge scheinbar erfüllen. Wie Baker schon sagte, gelagertes radioaktives Material stellt eine immer größere Bedrohung dar. Man braucht nämlich nur drei Dinge für den Bau von Atomwaffen. Radioaktives Material, Atomingenieure und Technologie. Alle drei sind legal oder illegal leicht zu beschaffen, sofern man das nötige Kleingeld hat. Es heißt, es gibt 500.000 Atomingenieure weltweit. Nach dem Ende des Kalten Krieges ging die Nachfrage nach Atomingenieuren aber stark zurück. Besonders in den Ostblockländern wandert die Intelligenz ja in Scharen ab. Sie können ihre Wissenschaftler nicht halten und jedes Jahr akzeptieren mehr und mehr Atomingenieure das höchste Angebot. Wie Baker schon sagte, jedes Jahr gibt es mehr Fälle von Schwund in Lageeinrichtungen für radioaktives Material. Schwund bedeutet, dass radioaktives Material gestohlen und wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt für teures Geld verkauft wird. Nach dem Zerfall der Sowjetunion brach die gesamte Atomverwaltung zusammen. Ende der 90er Jahre sollen beinahe 100 koffergroße Atombomben auf mysteriöse Weise aus sowjetischen Arsenalen verschwunden sein. Wir wissen heute noch nicht, ob das stimmt, aber vielleicht befinden sie sich in den Händen von Terroristen. Der DAPA-Chef und der Präsident von Armstek scheinen sich einig zu sein, dass ein überwältigendes Atomarsenal notwendig ist. Sie glauben an die atomare Abschreckung. Das Konzept dahinter ist, dass beide Länder die Atomwaffen nicht einsetzen würden aus Angst vor einem atomaren Gegenschlag. Das heißt, das Einzige, was ein Land davon abhält, ein anderes Land mit Atomwaffen völlig zu verwüsten, ist die Angst vor der atomaren Retourkutsche. Die beiden meinen sicher, dass Metal Gear diese Sicherheit zementiert. Die Rechten glauben, solange irgendein Land Atomwaffen hat, müssen sie auch welche haben. Deshalb werden sie niemals der völligen Abschaffung von Atomwaffen zustimmen. Und mit jedem weiteren Land, das Atomwaffen hat, wird die Notwendigkeit des Gegenschlagpotenzials größer. Solange die Politik der atomaren Abschreckung fortgesetzt wird, werden wir Atomwaffen niemals los. Die Theorie der atomaren Abschreckung entstand im Kalten Krieg, als die USA und die UdSSR einander stark misstrauten. Die Kluft zwischen den Ideologien von Ost und West führte zu einem dramatischen Rüstungsrennen. Die zunehmende Aufrüstung wiederum verschärfte Misstrauen und Angst bei den Supermächten. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war von der Politik der atomaren Abschreckung geprägt. Aber die Welt hat sich verändert. Der Kalte Krieg ist vorbei und es brechen überall kleine regional begrenzte Konflikte aus. Die Lage ist nicht mehr so klar und die Politik der atomaren Abschreckung ist überflüssig. Diese regionalen Konflikte sind meist auf uralte Feindschaften zwischen ethnischen und religiösen Gruppen zurückzuführen. Dabei sitzt der Hass oft so tief, dass rationales Denken nicht mehr stattfindet. Für solche Leute ist ein Gegenschlag oft ohne Bedeutung und deshalb hat die atomare Abschreckung viel an Wirkung verloren. Im gegenwärtigen politischen Klima reicht die atomare Abschreckung nicht mehr aus. Das ist ein Lager für Atomsprengköpfe. Da sind überall Atomsprengköpfe drin. Ja, aber die Zündungsmechanismen sind entfernt worden. Dann brauche ich mir also keine Sorgen zu machen, dass die Insel hochgeht. Aber wenn die Hülle beschädigt wird, kann radioaktives Material austreten. Bitte lassen Sie Ihre Waffen stecken. Natürlich enthalten Atomwaffen Plutonium. Der größte Teil der Strahlung von Plutonium-Isotopen ist Alpha-Strahlung. Sie ionisiert stark, aber wenn sie in Containern eingeschlossen ist, besteht kein Kontaminierungsrisiko. Gelangt Plutonium jedoch über Atmung oder Berührung in den Körper, wird es schnell in Knochen und inneren Organen abgelagert. Dann wird man es nicht mehr los. Danach ist das Opfer dem Plutonium ständig ausgesetzt und nur ein Millionstel eines Gramms Plutonium kann Krebs erzeugen. Deshalb ist ein Plutonium-Leck so gefährlich. Benutzen Sie dort auf keinen Fall Ihre Waffe. Wissenschaftler arbeiten gerade daran, gentechnisch einen Mikroorganismus zu schaffen, der Plutonium abbaut. Bisher allerdings ohne Erfolg. Die Plutonium-Fassung einer Bioremediation, eh? Wie wäre es denn mit einer Wiederverwertung statt Entsorgung? Ich dachte, abgerüstetes Plutonium sollte für Zivileinrichtungen verwendet werden. Zeitweise sah es auch so aus, als ob man dabei international zusammenarbeiten könnte. Aber leider gab es zu viel Misstrauen und es wurde nichts daraus. Der Startvertrag war ein Schritt in die richtige Richtung, aber er führte zu einer Flut von abgerüstetem Plutonium. Die größte Herausforderung ist jetzt, das Plutonium sicher zu entsorgen. Verbrennung in Atomreaktoren, Schmelzverfahren, es gibt viele Vorschläge, aber man hat noch keine praktische Lösung gefunden. Otakon meinte, dass man heute neue Atomwaffentypen in virtuellen Simulationen entwerfen und testen könnte, ohne jemals eine Bombe zu zünden. Stimmt das? Ja, das stimmt. Seit Gründung der Dualachsen- Hydrodynamisch-Radiographischen Testeinrichtung und dann der Nationalen Zündungseinrichtung gibt es jede Menge Daten zur nuklearen Spaltung und Fusion. Außerdem liegen natürlich die gesammelten Daten der Atomtests der letzten vier Jahrzehnte vor. Bei der Geschwindigkeit der heutigen Supercomputer können Atomwaffen durch virtuelle Computersimulationen entwickelt werden. Daten für die Simulationsexperimente werden durch subkritische unterirdische Tests gesammelt. Dabei wird Sprengstoff in der Nähe von Plutonium gezündet, ohne jedoch eine kritische Kettenreaktion auszulösen. Dann wird die Auswirkung der Druckwelle auf das Plutonium gemessen. Durch Messung der vom Plutonium abgespalteten Oberflächenpartikel erhält man Masse, Geschwindigkeit und Verteilung der Plutoniumpartikel. Die Politiker behaupten, dass ein oberirdischer oder unterirdischer Atomtest, bei der es nicht zu einer Atomexplosion kommt, kein Atomtest ist und daher auch nicht das umfassende Abkommen über Atomteststops verletzt. Viele Leute sind da allerdings anderer Meinung. Der erste subkritische Test fand am 2. Juli 1997 auf dem Atomtestgelände in Nevada statt. Danach gab es immer mehr subkritische Tests, nicht nur in Amerika, sondern auch in Russland und anderen Ländern. Sie behaupten, diese Tests sollten die Sicherheit und Zuverlässigkeit der vorhandenen Atomarsenale sicherstellen. Aber das ist nur ein dünner Deckmantel. Tatsächlich nimmt die Gefahr einer versehentlichen Atomwaffenexplosion mit der Zeit ab. Es ist offensichtlich, dass diese Tests für die Entwicklung neuer Atomwaffen durchgeführt werden. Die Regierung gibt sogar selbst zu, dass die Daten von diesen Tests für virtuelle Simulationen genutzt werden. Erstaunlich. Dr. Emrichs Vater war am Manhattan-Projekt beteiligt? Das war ein Geheimprojekt im Zweiten Weltkrieg, das zur Entwicklung der ersten Atombombe führte. Es hatte einen Riesenetat, etwa zwei Milliarden Dollar. 120.000 der besten Wissenschaftler und Ingenieure wurden dafür rekrutiert. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Im Juli 1945 explodierte die erste Atombombe bei Trinity. Kurz darauf folgten Hiroshima und Nagasaki. Trinity, das hat die Welt für immer verändert. Von da an hatten Wissenschaftler und Forscher Blut an den Händen. Der Leiter des Manhattan-Projekts, J. Robert Oppenheimer, sagte später, die Physiker kennen Sünde und dies ist ein Wissen, das ihnen bleiben wird. Als Dr. Emrich den Metal Gear-Prototypen entwickelte, glaubte er, es handele sich um ein mobiles TMD-System. Er ist ein etwas naiver Mensch. TMD bedeutet Raketenabwehr vor Ort. Sie stellen eine Verlagerung der Prioritäten dar. Die Abwehr von Interkontinentalraketen aus der ehemaligen Sowjetunion ist heute weniger wichtig als die kleinen regionalen Konflikte in der dritten Welt. Derzeitige TMD-Systeme sind eine Kombination von Luftabwehr in großer Höhe, die Raketen außerhalb der Atmosphäre abfängt und Raketen vom Typ Patriot, die Raketen innerhalb der Atmosphäre abfangen. Dr. Emrich wollte Metal Gear als mobile Raketenabwehr in der unteren Atmosphäre einsetzen. Es gibt sowohl in Russland als auch in Amerika viele Gegner von TMD-Systemen, die meinen, dass sie den Geist des ABM, des Raketenabwehr-Vertrags, untergraben. Manche halten den ABM-Vertrag für ein Relikt aus der Zeit des Kalten Kriegs. Sie argumentieren, dass die sichere gegenseitige Zerstörung durch Beschränkung der Abwehrsysteme gewährleistet bleiben muss. Es gab eine große Debatte, aber unter dem Druck der Rüstungsindustrie, die expandieren wollte, wurden TMD-Systeme als Kernstück des modernen Militärarsenals akzeptiert. Die Terroristen haben ihr Ultimatum also bewusst auf die Unterzeichnung des Staat-3-Vertrags gelegt. Nach den Bedingungen von Staat-3 müssen sowohl Russland als auch die USA ihre aktiven Atomsprengköpfe auf 2000 bis 2500 Raketen beschränken. Der derzeitige Präsident hatte bisher wenig außenpolitische Erfolge. Seine Amtszeit ist bald um und es heißt im Weißen Haus, dass er mit diesem Vertrag in die Geschichte eingehen will. Typischer Politiker. Seinen Wählern liegt daran sehr viel. Die Unterzeichnung von Staat-3 hing natürlich von der Staat-2-Ratifizierung ab. Aber MIRVs waren die wichtigste Waffe im russischen Arsenal. Daher stellten sich die Konservativen im russischen Parlament logischerweise gegen eine Abrüstung. Die NATO-Erweiterung sowie die Spannungen um die Interpretation des ABM-Vertrags bezüglich TMD-Systemen machte die Ratifizierung in den 90ern schwierig. Nur großer Druck und Geheimverhandlungen brachten die Russen dazu, Staat-3-Morgen zu unterzeichnen. Aber die politische Lage in Russland ist instabil und der kleinste Vorfall könnte die Unterzeichnung platzen lassen. Wer weiß, wie die Russen reagieren, wenn sie herausfinden, dass Amerika insgeheim eine neue Atomwaffe entwickelt hat. Die Weltöffentlichkeit wird auch gegen uns sein. Liquid Snake ist clever. Er kennt das politische Klima. Seine Aktionen sind offensichtlich genau kalkuliert. Die Unterzeichnung von Staat-3 würde die Zahl der Atomwaffen reduzieren, aber es gäbe immer noch 4000 bis 5000 Raketen allein in den USA und Russland. Das reicht noch immer, um alles Leben auf diesem Planeten mehrfach zu vernichten. Zwischen Abrüstung und Abschaffung von Atomwaffen ist ein großer Unterschied. Die Staat-3-Verhandlungen begannen in den 90er Jahren. Der russische Präsident setzte sich für ein weitergehendes Abrüstungsabkommen ein, das jedoch von den Amerikanern abgelehnt wurde. Amerika war nun die einzige Supermacht der Welt und wollte den Titel nicht gerne aufgeben. In der Weltgeschichte hat noch nie eine überlegene Nation bereitwillig Macht aus der Hand gegeben. Im Fall der USA bedeutet dies die atomare Übermacht. Zur Reduzierung der strategischen Atomwaffen wurde viel unternommen, aber es gibt noch keinen Vertrag zur Begrenzung taktischer Atomwaffen. Es sieht vielleicht so aus, als ob die Welt abrüstet, aber Atomwaffen werden nicht so bald verschwinden. Das Atomzeitalter ist noch nicht vorbei. Solange ein Land Atomwaffen hat, werden wir sie nicht los. Wenn die Zahl der gelagerten Atomwaffen nicht drastisch reduziert wird, wird es immer leichter für Terroristen an sie heranzukommen. Dann gibt es noch mehr Angriffe wie diesen hier. Gespräche über eine Reduzierung auf ein Abschreckungspotenzial von weniger als 500 Atomraketen auf beiden Seiten sowie eine Verpflichtung auf den Einsatz von konventionellen oder chemischen Waffen nicht atomar zu reagieren, blieben leider ergebnislos. Amerika ist offensichtlich nicht bereit, seine Vormachtstellung in der Welt aufzugeben. Ohne Zweifel war die Gefahr eines globalen Atomkriegs nach dem Kalten Krieg stark gesunken. Andererseits nahm aber das Risiko eines taktischen örtlich begrenzten Einsatzes von Atomwaffen enorm zu. Bürgerkriege, Revolutionen, regionale Konflikte, fast jeden Tag bricht irgendwo ein neuer Krieg aus, oft auf dem Boden uralter Feindschaft zwischen ethnischen oder religiösen Gruppen. Diese Leute denken nicht rational oder logisch. Die große Zahl der Opfer unter Zivilisten und internationale Kritik bedeuten hier gar nichts. Und die aufgepeitschten Emotionen machen atomare Abschreckung wirkungslos. Außerdem liegt die Entscheidung über den Einsatz von taktischen Atomraketen im Gegensatz zu strategischen oft bei den Generälen im Feld. Gruselig. Solange Atomwaffen weiterverbreitet werden, wächst das Risiko, dass jemand sie eines Tages einsetzt, stetig an. Paradoxerweise hat die Politik der atomaren Abschreckung die Abschaffung von Atomwaffen verhindert. Sie hat die Grundlage für jegliches Verbot untergraben. Das heißt, Atomwaffen können nicht verboten werden, da eine eingefahrene Politik sie für legal erklärt hat. Amerika und Russland sind nicht die einzigen Atommächte. Im Kalten Krieg gaben Großbritannien, Frankreich und China die existenzeigene Atomwaffenarsenale bekannt. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wissen wir um Atomwaffenprogramme in Ländern in Afrika, im Nahen Osten, in Südamerika und Asien. Die Zahl an Atomwaffen nimmt ständig zu. Das 21. Jahrhundert bezahlt dafür, dass das 20. die Löcher im Atomwaffensperrvertrag nicht schließen und die IAEA keine effektiveren Kontrollen durchsetzen konnte. Die IAEA Internationale Atomenergieagentur wurde 1957 zur Überwachung der friedlichen und militärischen Nutzung von Atomkraft eingesetzt. Die IAEA kann aber nur die Länder kontrollieren, die um eine Kontrolle bitten. Der Inspektionszeitpunkt muss vom betreffenden Land zuvor genehmigt werden. Unangekündigte Inspektionen sind nicht möglich. Das zu kontrollierende Land kann sogar die Nationalität der Inspektoren diktieren, die es zulassen will. In den späten 70ern ließ der Irak nur bulgarische und russische Inspektoren ins Land. Die IAEA kann nicht einmal Geldstrafen gegen Länder verhängen, die gegen die Abmachungen verstoßen. Im Golfkrieg wurde entdeckt, dass der Irak direkt unter der Nase der Inspektoren heimlich Atomwaffen entwickelte. Leider hatte die IAEA als Behörde nicht die Macht, die Verbreitung von Atomwaffen und Technologie effektiv zu verhindern. 1970 unterzeichneten Amerika, die Sowjetunion, Frankreich, England und China den Atomwaffensperrvertrag. Darin wurde festgelegt, dass Länder ohne Atomprogramm Unterstützung zur friedlichen Nutzung von Atomkraft erhalten konnten. Militärische Nutzung von Atomkraft war jedoch strikt untersagt und die IAEA sollte Länder inspizieren, bei denen man Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag vermutete. Die IAEA konnte die Verbreitung von Atomwaffen jedoch nicht verhindern. Die IAEA konnte nicht nur keine Strafen gegen verstoßende Länder verhängen, sondern man konnte auch nicht mehr zwischen Technologien für militärische oder zivile Zwecke unterscheiden. Das Zeug, was auf dem Hangerboden fließt, muss radioaktives Wasser vom Atommüll sein. Bleiben Sie besser auf Distanz. Sie sind schon genug Strahlung ausgesetzt. Noch mehr könnte Sie umbringen. Hier gibt es keine Aufbereitungsanlage. Es muss noch andere Atommüll austreten. Abgesehen von den Atomsprengköpfen. Vielleicht verbrauchte Brennstäbe oder so. Wenn Brennstäbe in einem Reaktor eingesetzt werden, entsteht eine Mischung aus Spaltungsprodukten und hochgiftigen radioaktiven Komponenten. Spaltungsabfall bleibt 300 Jahre lang radioaktiv. Mit anderen Worten, dieses Material bleibt für die nächsten 300 Jahre tödlich. Eine Zeit lang dachte man, es sei sicher, Atommüll in Spezialbehältern in Salzbergen zu vergraben, wo er kaum Grundwasser ausgesetzt wäre. Wir wissen zwar heute, dass es da große Probleme gibt, aber eine Lösung gibt es immer noch nicht. Der Löwenanteil des Atommülls wird einfach vergraben, ohne ihn jemals aufbereiten zu wollen. Eine echte Vogelstrauß-Politik. In einem Verfahren wird Atommüll mit geringwertigem Uran gemischt, in Mischoxid-Brennstoff Mox umgewandelt und dann in Form von Glasbrennstäben in Leichtwasserreaktoren verbrannt. Mox kontaminiert Reaktoren jedoch schneller als geringwertiges Uran. Außerdem ist er hochgiftig und erst wirtschaftlich, wenn der Uranpreis auf das Vierfache des jetzigen Preises steigt. Dazu kommt noch die Gefahr beim Transport von Mox von den Aufbereitungsanlagen zu den Reaktoren. Ein Unfall könnte zu Kontaminierung führen oder Terroristen könnten das Material stehlen. Nein, ich glaube nicht, dass Mox eine sinnvolle Lösung des Plutonium- Entsorgungsproblems ist. Es gibt nur einen Nutzen für Atommüll. Militärische Verwendung. Nach der chemischen Aufbereitung kann man Plutonium von Atommüll trennen. In Atomwaffen wird Plutonium 239 mit einem Reinheitsgrad von 93 bis 94 Prozent verwendet. Es wird in Spezialreaktoren für Militärzwecke produziert. Plutonium in verbrauchten Brennstäben hat aber nur einen Reinheitsgrad von etwa 60 Prozent. Das heißt jedoch nicht, dass es nicht für Militärzwecke genutzt werden könnte. Amerika hat erfolgreich Waffen aus Plutonium mit Reaktorreinheitsgrad getestet. Das bedeutet, dass bald jede Atomwaffen aus Plutonium herstellen kann, das aus alten Brennstäben gewonnen wird. Alte Brennstäbe werden auch für panzerdurchschlagende Kugeln oder Geschosshülsen aus reduziertem Uran D.U. verwendet. D.U. ist zweieinhalbmal dichter als Stahl und 50 Prozent dichter als Blei und stellt eine sehr effektive panzerdurchschlagende Waffe dar. Es geht durch einen Panzer wie durch Butter. Wenn ein D.U.-Geschoss explodiert, verteilt es einen feinen Staub, der bei Aufnahme in den Körper schreckliche Langzeitgesundheitsschäden einschließlich genetischer Schäden hervorruft. Im Golfkrieg waren amerikanische und irakische Soldaten D.U.-Staub ausgesetzt und litten unter Verstrahlung und anderen Krankheiten. Eine Studie der amerikanischen Regierung, ob der Staub zu Krebs oder genetischen Schäden führen könnte, kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Manche meinen, dass diese radioaktive Kontaminierung hinter dem Golfkriegs-Syndrom steckt, aber die Regierung bestreitet dies. Man erforscht derzeit, ob kleine, hochgiftige Partikel mit langen Halbwertszeiten wie Ameritium und Neptunium in radioaktives Material mit kurzer Halbwertszeit umgewandelt werden können. Dieses Ausrottungsverfahren wird aufgrund technischer und wirtschaftlicher Probleme nur wenig angewendet. Das Warten auf eine echte Entsorgungslösung geht weiter. Zwischen konventionellen und Massenvernichtungswaffen besteht ein großer Unterschied. Konventionelle Waffen gelten Militärzielen. Atomwaffen werden jedoch gegen Zivilisten eingesetzt. Sie sollen Zehntausende von unschuldigen Zivilisten mit einem Schlag ausradieren. Das macht Atomwaffen so furchtbar. Wer vergisst, wiederholt die Fehler der Vergangenheit. Deshalb dürfen Hiroshima und Nagasaki nicht vergessen werden. Atomwaffen können alles Leben auf der Erde vernichten und den Planeten für Tausende von Jahren unbewohnbar machen. In der Geschichte der Menschheit gab es keine Waffe, die nicht auch irgendwann benutzt wurde. Wenn wir nichts unternehmen, jagen wir uns selbst in die Luft. Ganz sicher. Solange es Atomwaffen gibt, hängt das Damoklesschwert über unseren Köpfen. Die Menschen arbeiten wie Sklaven, um Waffen zu bezahlen, die nie verwendet werden dürfen und machen sich selbst zum Ziel. Wahnsinn! Im 20. Jahrhundert mussten militärische Supermächte zuerst wirtschaftliche Supermacht werden. Ende des Jahrhunderts änderte sich das mit dem Fall des Kommunismus. Mit all den verfügbaren Waffen und Technologien konnten auch wirtschaftlich schwache Länder ein mächtiges Militär aufbauen. Russland konnte seinen führenden Wissenschaftlern nicht genug zahlen, also verkauften diese Waffen und Technologie an den meist bietenden. ABC-Waffen fielen in die Hände von Diktatoren und Terroristen, das militärische Gleichgewicht der Welt zerfiel. Noch nie verschob sich das Gleichgewicht der Macht so schnell und dramatisch. Nach der Militärdoktrin, die die Grundlage der NATO-Erweiterung bildet, kann ein atomarer Erstschlag geführt werden, wenn ein regionaler Konflikt sich in einen umfassenden Krieg auszuweiten droht. Angesichts der NATO-Erweiterung fühlt Russland sich vielleicht genötigt, die atomaren Muskeln spielen zu lassen, nur um zu zeigen, dass es trotz alter Waffen und verkleinerte Armee noch eine Großmacht ist. Solange die Strategie der atomaren Abschreckung weitergeht, werden Atomwaffen vielleicht reduziert, aber niemals abgeschafft. Die Reduzierung von Atomwaffen hat aber kaum Bedeutung, wenn Abschaffung nicht das Endziel ist. Ich habe für den militärischen Abschirmdienst gearbeitet. Ich dachte, die Abschaffung von Atomwaffen ließe sich am besten von innerhalb des Systems erreichen und versuchte sie von der Wirkungslosigkeit der Abschreckungstheorie zu überzeugen. Sie konzentrieren sich anscheinend recht stark auf das Thema. Strahlenopfer sind kein schöner Anblick und ich habe viele gesehen. Ich habe mehr als genug gesehen. Hm? Ich bin aus Pripyat in der Ukraine. Ich war damals zehn Jahre alt. Am 26. April 1986. Sie meinen? Hm, ja, Tschernobyl. Der Tag hat mein Leben und das Leben von Tausenden für immer verändert. Ich wohnte nur drei Kilometer nördlich davon. 600 bis 700.000 Menschen wurden evakuiert. Über 650.000 Kinder litten unter Verstrahlung. zwischen 1986 und 1993 starben 12.000 Kinder. Meine Eltern und viele andere, die beim Aufräumen halfen, starben wenige Jahre später an Strahlenkrankheit. Wir müssen alle Atomwaffen abschaffen, bevor sie noch mehr Leid verursachen, bevor sie die Umwelt zerstören, die uns am Leben hält. Die Angst und das Leid darf nicht noch eine Generation verfolgen. Hier spricht Nastascha Romanenko. Schön mit Ihnen zu arbeiten, Solid Snake. Sie sind die Atomexpertin, die der Kernel erwähnte. Genau. Ich kann Ihnen alles über Atombomben erzählen. Ich bin aber auch Militärberaterin und kenne mich gut mit vielen Waffensystemen aus. Man bat mich als Mitglied des Atomüberwachungsteams an dieser Operation teilzunehmen. Ich habe gern angenommen. Atomwaffen dürfen Terroristen einfach nicht in die Hände fallen. Ich hoffe, wir können sie aufhalten. Sie sind eine harte Lady. Terroristen, die ernsthaft Atombomben anzünden wollen? Das kann die Welt doch nicht einfach so zulassen. Leider kann ich Ihnen von hier aus nur mit Informationen helfen. Das wird hoffentlich reichen. Ein Soldat mehr würde hier auch nichts ändern. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen Nastascha. Ganz meinerseits. Gut, Sie haben einen Schalldämpfer für die Sokornpistole gefunden. Damit wird der Feind Sie nicht bemerken, wenn Sie feuern. Geräusch und Lichtentwicklung werden stark unterdrückt. Die mehrschichtige Kammer dämpft die Geschwindigkeit der Gasemissionen. Das reduziert Geräusch und Mündungsblitz beim Feuern. Der Schalldämpfer ist so geformt, dass das Visier der Waffe auch mit ihm verwendbar ist. Die Leistung sollte nicht beeinträchtigt werden. Sicherheitskameras? Da. Die kabellose Variante überträgt visuelle Daten an eine Sicherheitszentrale. Mit Düppel können Sie sie ausschalten. Prima, gut, eine Sokom. Das ist eine Special Operations Command Pistole. Diese Pistole vom Kaliber 45 hält so ziemlich jeden auf. Außerdem verfügt sie über ein gedrückt halten können sie mit dem Laser den Feind im Visier behalten. Wenn sie einen Sokom Schalldämpfer finden, können sie den auch montieren. Diese Pistole wurde besonders für Spezialeinsätze entwickelt und ist bestimmt sehr nützlich. Es heißt, sie wäre etwas schwer und nicht leicht zu bedienen. Für Sie aber sicher kein Problem. Snake, der Raum ist voller Infrarotsensoren. Sie würden sie sehen, wenn sie Rauch produzieren könnten. Zigarettenrauch oder so? Hoffentlich klappt das. Ich habe raucharme Zigaretten. Ach, die Zigaretten, die zur Reduktion des Passivrauchens entwickelt wurden. Keine Sorge, blasen Sie einfach den Rauch aus dem Mund und Sie sollten die Infrarotsensoren sehen können. Gute Idee, Zigaretten mitzunehmen. Rauchen Sie aber nicht zu viel. Zigaretten schwächen Körper und Plutonium und anderen radioaktiven Stoffen ausgesetzt. Da ist Rauchen im Vergleich wohl nicht so schlimm, oder? Das sind WP-Granaten. Sie werden häufig in schwierigen Situationen wie bei der Befreiung von Geiseln eingesetzt. Manche Leute nennen sie Blender oder Ton- und Blend Granaten. Sie geben einen Lichtblitz und Riesenkrach ab. Das desorientiert den Gegner für ein paar Sekunden. Sie müssen verstehen, dass sie Dippel eine Spezialgranate mit der sie dünne schmale Metallstreifen verschiedener Länge und Frequenzreaktionen freisetzen. Gut zum Überlisten elektronischer Geräte. Setzen sie es gegen Maschinen mit elektronischer Ausrüstung ein. Sie müssen es natürlich einsetzen bevor sie angegriffen werden. Wenn sie einen Angriff erwarten verbreiten sie Dippel bevor es losgeht. Ein Minendetektor der sucht nach Metall der findet sogar Claymos Er ist so eingestellt dass die Position von Landminen auf ihrem Radar erscheint. Sie müssen nur den Minendetektor einschalten und ihren Radar im Auge behalten. Seien Sie vorsichtig. Ein Karton besteht normal aus einer dünnen Pappoberfläche und Wellpappe in der Mitte. Meist ist er aus Altpapier. Karton wurde vor über 100 Jahren in Europa erfunden. Ursprünglicher Zweck war in Hüten den Schweiß zu absorbieren. Mit der gleichen Holzmenge die man für eine Holzkiste braucht kann man sechs bis sieben Kartons herstellen. Recycling macht sie billig. Außerdem sind sie robust und einfach zu stapeln. Deshalb werden sie weitestgehend zum Verpacken verwendet. Um Schaden beim Transport von Waffen und anderen empfindlichen Instrumenten zu vermeiden, sollten sie jedoch in Holzkisten verpackt und die Zwischenräume mit Was ist mit dem Karton? Ach nichts, nichts weiter. Ah, Handgranaten. Ziehen sie den Stift und sie explodieren nach fünf Sekunden. Fünf Sekunden sind eine Menge Zeit, Snake. Was Sie damit tun wollen, ist Ihre Sache. C4 Sprengstoff. Ein Plastik Sprengstoff, den sie wie Knete in beinahe jede beliebige Form bringen können. Trotz seiner 1,4 mal so großen Sprengkraft wie Dynamit Sie verwenden einen drahtlosen Zünder, oder? Der Zünder benutzt einen Zerhacker, machen Sie sich also keine Sorgen um Störungen durch Funkwellen. Achten Sie auf genügend Entfernung, wenn die Bombe losgeht. Sie wissen ja, dass eine Explosion den Feind aufmerksam macht. Seien Sie also vorsichtig. Ein Phamas, ein Sturmgewehr, sehr haltbar und leicht zu benutzen, kann kaum überhitzt werden. Eine zuverlässige Waffe, sehr gleichmäßig. Es kann bis zu 1000 Schuss pro Minute abgeben. Auf voller Automatik leeren Sie ein 25-Schuss-Magazin in ein paar Sekunden. Wer benutzt einen einfachen Armeerevolver? Der erste wurde 1873 hergestellt, vor über 130 Jahren. Sie werden noch in geringer Stückzahl fabriziert, aber nur für Sammler und so. Niemand benutzt sie mehr im Kampf. Der größte Nachteil bei Snake, es gibt hier irgendwo Schusskameras. Die feuern automatisch, wenn Sie sie erfassen. Seien Sie vorsichtig. Sie können die Sensoren wahrscheinlich mit Düppel kurz außer Gefecht setzen. Schlüpfen sie dann durch. Sie können sie auch mit ihrer Stinger-Rakete zerstören. Das Gebiet ist vermint. Was Sie brauchen ist ein Minendetektor. Wenn Sie die Minen auf dem Radar haben, kriechen Sie hin und holen Sie sie. Minen haben in den letzten 30 Jahren über 20.000 Zivilisten getötet. In Ländern wie Kambodscha und Nicaragua werden noch lange nach den Kriegen unschuldige Menschen getötet und verstümmelt. Minen sind schnell gelegt, aber das Entfernen ist eine andere Sache. Dazu braucht man mehr Zeit und Leute als irgendjemand investieren will. Die Supermächte müssen mehr Minendetektoren und Ausrüstung zur Verfügung stellen. Das ist Claymore Minen. Im Gegensatz zu im Boden versteckten Minen werden Claymores oberirdisch gelegt und richten maximalen Schaden in einem weiten fächerförmigen Bereich an. Sie verteilen 701,2 Millimeter Stahlgeschosse in einem Winkelbereich von 60 Grad wie eine riesen Schrotflinte. Normalerweise werden Claymores mit Stolperdrähten ausgelöst, aber das hier ist ein neuer Typ. Sie sind mit der neuen Stealth-Technologie getarnt und verfügen über komplizierte Bewegungssensoren. Dieser M1 Panzer hat ein Optronik Zielverfolgungssystem. Nach der Aufschaltung wird das Ziel automatisch verfolgt. Die Hauptkanone hat eine Reichweite von bis zu 3000 Metern. Sie müssen das Verfolgungssystem stören. Verwenden Sie Düppel. Wenn Sie es schaffen und nah genug rankommen, ist die Kanone nicht mehr einsetzbar. Stören Sie aus großer Entfernung, um das System zu täuschen. Auch wenn Sie herankommen, der M1 hat eine Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Legen Sie seine Ketten mit C4 oder Granaten lahm. Wenn er langsamer wird, werfen Sie eine Granate in die Hauptluke. Der M1 ist stark gepanzert. Mit Ihren Waffen können Sie ihn nur schlagen, wenn Sie die Soldaten durch die Luke ausschalten. Zielen Sie mit den Granaten auf die obere Luke. Eine schusssichere Weste. Sie verringert den Schaden, wenn man auf sie feuert. Sie verhindert, Kugeln lebenswichtige Organe verletzen, aber Sie spüren die Geschosse trotzdem. Verlassen Sie sich nicht zu sehr darauf. Ferngelenkte Miniatur Überwachungsraketen, die auch Nikita genannt werden. Sie tragen Kameras im Geschoss Kopf. Wenn Sie sie abschießen, übertragen Sie visuelle Daten auf Ihren Monitor. Sie können Ihren Flug in alle Richtungen steuern. Die Raketen haben aber nur begrenzt Treibstoff. Achten Sie auf die Anzeige. Im Beobachtungsmodus erhalten Sie die visuellen Daten der Rakete. Das Gebiet ist gasverseucht. Wahrscheinlich ein Organophosphat Nervengas wie Soman oder so. Ihr Sneakanzug schützt Sie etwas. Außerdem enthalten Ihre Nanomaschinen Anti-BC Aber Sie brauchen dringend eine Gasmaske. Organophosphat Nervengas greift die Nerven von Tieren an. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal eingesetzt und führte zu einer enormen Zahl von Opfern. In Reinform ist es farb- und geruchlos. Dieses Gas wurde wahrscheinlich gelb gefärbt, um es bei Lex schneller festzustellen. Eine Gasmaske. Gut, dies ist der Zwei-Linsen-Typ. Achtung, im Gegensatz zum unsichtbaren Schildtyp schränkt sie ihr Sichtfeld ein. Sie verfügt über Stimmübertragung, also keine Sorge wegen Kommunikation. Die Außenseite ist verstärktes Plastik und die Innenseite ein Acetatgewebe. Die Linsen sind spezial behandelt, sodass sie nicht beschlagen. Mit dieser Maske können Sie lange in gasverseuchten Gebieten bleiben. Machen Sie guten Gebrauch davon. Wer sich bewegt, er muss eine Art verstärktes Exoskelett haben. Verstärktes Exoskelett? Sie meinen Arm- und Beinprothesen? Nein, Prothesen ersetzen natürliche Körperteile. Das Exoskelett dieses Ninjas macht ihn viel stärker als normale Menschen. Er ist ein echter Cyborg, ein kybernetischer Organismus. Er ist also Halbmaschine. Ich hatte von Experimenten gehört, aber hatte keine Ahnung, dass Snake, das ist die Damentoilette. Sie sollten sich da fernhalten. Aber Meryl ging hier rein. Trotzdem Snake. Das ist unsere einzige Chance, in Ruhe zu reden. Ich bin sicher, sie ist hier. Sie haben Meryl. Prima. Meryl benimmt sich seltsam. Könnten Kampf folgen sein. Ein Freund von mir hatte das Tschetschenen Syndrom. Er kam aus Tschetschenien zurück, wurde depressiv und brachte sich um. Er musste Leute töten, die seine eigene Sprache sprachen, seine eigene Kultur hatten. Die Schuldgefühle waren zu groß. Klingt nach posttraumatischer Stresskrankheit. Viele Vietnam-Veteranen litten darunter. Manche leiden noch heute daran. Ja, es ähnelt auch dem Afghanistan-Syndrom. Bei Meryl wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern. Richten Sie sie ein wenig auf. Das wird schon wieder. Meryl ist tatsächlich nicht sie selbst. Hat sie etwas genommen? Ein Psychosoldat? Ja. Sie geben es zwar nicht zu, aber viele Länder haben Geheimprogramme und benutzen Psi-Begabte für Spezialeinsätze. Manche Psi-Begabte können Löffel verbiegen, andere Naturkatastrophen verursachen. Mantis gilt als einer der stärksten. Seien Sie vorsichtig. Das ist ein Nachtsichtgerät. Es verfügt nicht über die dann zur Bilderzeugung verstärkt werden. Es verstärkt das Licht hundertfach. Bei Sternenlicht können Sie 500 Meter weit wie am Tag sehen. Bei völliger Dunkelheit nützt es jedoch nichts, da kein Licht zum Verstärken da ist. Mit dem Nachtsichtgerät schmerzen Ihre Augen nach einer Weile. Benutzen Sie es nur für kurze Zeiträume. Infrarotsichtgeräte verstärken kein Licht, sondern durchdringen auch optische Stealth-Systeme. Sie können damit auch Claymores sehen. Sie ermüden aber die Augen, verwenden Sie sie also nicht zu lange. Erkältungsmittel? Keine Ahnung. Sieht wie ein altes Erkältungsmittel aus. Beruhigungsmittel? Ja, Sniper Wolf soll das schlucken, damit Ihre Hände nicht zittern. Vielleicht sollten Sie das auch versuchen. Ohne Scharfschützengewehr können Sie nicht gewinnen oder das Mädchen retten. Finden Sie Ausgezeichnet ein PSG-1, eins der besten Scharfschützengewehre der Welt. Damit können Sie sauber aus 100 Metern Entfernung durch ein 2,5 Zentimeter großes Quadrat schießen. Das PSG-1 ist insofern einmalig, als es nicht mit Bolzen, sondern halbautomatisch funktioniert. So können Sie sehr schnell feuern. Über weite Entfernungen bedeutet das kleinste Zittern einen Fehlschuss um mehrere Zentimeter. Halten Sie die Hände so ruhig wie möglich. Eine verschlossene Tür heißt nicht, dass es keine Fluchtmöglichkeit gibt. Halten Sie Augen und Ohren offen und nutzen Sie jede Chance. Sie sollten Campbell anrufen und auf Anweisungen warten. Snake, gefällt es Ihnen da oder was? Beeilen Sie sich mit der Flucht! Was ist mit der Ausrüstung? Sie wollen doch nicht etwa alles zurücklassen? Schnappen Sie sich Ihr Zeug und beeilen Sie sich! Snake, gehen Sie schnell zum Sendeturm! Das war knapp. Ich dachte nicht, dass man Ihnen da eine Bombe ins Gepäck stecken würde. Die Schweine! Das klingt mir nach einer argen Erkältung. Das werden wir besser los. Im Dunkeln sollten Sie das Nacht- oder Wärmesichtgerät benutzen. Ein Seil? Wenn es über 12 mm dick, leicht und schnittresistent ist, sollten Sie sich damit auch abseilen können. Es ist doch nicht aus Hanf. Nein, sieht mehr nach Nylonfasern aus. Gut, ein nasses Hanfseil verliert an Elastizität. Das wäre nicht gut zum Abseilen. Aber bei diesem Seil scheint das kein Problem zu sein. Um den Heint abzuschießen, brauchen Sie eine Bodenluftrakete. Ein Gewehr richtet da nichts aus. Sie brauchen eine Stinger. Nur wenige Piloten können ein Heint in einem solchen Blizzard fliegen. Infrarot und Nachtsichtgerät nützen hier nichts. Er muss manuell fliegen. Das heißt, Düppel funktioniert auch nicht. Der Heint ist noch da. Sie brauchen eine Bodenluftrakete, um ihn Sie haben die Stinger Raketen? Klasse! Sie haben einen Infrarotsuchkopf. Wenn Sie einmal aufgeschaltet sind, verfolgen Sie das Ziel automatisch. Zum Aufschalten müssen Sie nur das Fadenkreuz ausrichten. Stingers sind leistungsstark sowie auf kurze Distanzen und niedrige Höhen einsetzbar. Sie entschieden den Krieg in Afghanistan für die Mujahedin und zwangen Breschnev zum Rückzug. Mein Lieblings Horrorroman angetan haben. Sie haben Stinger Raketen. Jetzt haben Sie wenigstens eine Chance gegen den Hynd. Nur eine Chance? Na, Sie sind nicht gerade gleich bewaffnet. Der Hynd ist ein Monster. Sie haben nur eine kleine Chance, aber das ist immer noch besser als keine. Keine hübsche Analyse, Nastascha. Um den Hynd abzuschießen, brauchen Sie ihn mit der Stinger ein. Das Maschinengewehr zerfetzt Sie in Sekundenschnelle. Wenn es in Ihre Richtung zeigt, verstecken Sie sich besser im Schatten da oben. Sie dürfen sich nicht bewegen, wenn Sie die Stinger bedienen. Zielen Sie beim Abdrehen auf den Vogel. Wenn die Bordkanone auf Sie zielt, schnell im Schatten verschwinden. Nutzen Sie die R1-Taste effektiv. Der Hynd verfügt über Infrarot und doch gesagt, mit einer Stinger wäre es möglich. Sie haben nicht geglaubt, dass ich es schaffe, oder? Das ist es nicht. Immerhin hat dieser Hine zwei F-16 abgeschossen. Kaum zu glauben, dass ihn dann ein einzelner Mann erledigt. Nicht schlecht, Snake. Stealth Tonung? Ja, das ist das neu entwickelte Material, das Körper durch Biegung von Licht unsichtbar macht. Sie sollten den Erfinder selbst fragen. Benutzen Sie das Infrarotsichtgerät, wie Dr. Emrich sagte. Ohne Infrarotsichtgerät können Sie nicht viel machen. Achten Sie auf kleine Bewegungen in der Luft. Da stecken Ihre Soldaten. Sniper Wolf? Eigentlich kündigen Scharfschützen ihre Gegenwart vor dem Schuss nicht an. Sie muss was für sie übrig haben. Jedenfalls wird es nicht so leicht sein wie vorher. Um zur unterirdischen Basis zu kommen müssen Sie durch das Schneefeld in dem Sniper Wolf lauert. Sie müssen sie ausschalten um ihren Auftrag zu erledigen. Snake? Nicht so ungeduldig. Warten Sie. Ich brauche noch etwas Zeit für die Frachttür. Ich rufe Sie an, wenn die Tür offen ist. Einen Moment, ja? Die Frachttür ist offen. Wenn Sie da raus und nach Norden gehen, kommen Sie zum Sprengkopflager, wo Dr. Emmerich gefangen ist. Ich gehe jetzt los und warte dort auf Sie. Kommen Sie schnell nach. Snake, haben Sie sich verlaufen? Die Frachttür ist im ersten Stock. Snake, wohin gehen Sie? Das Sprengkopflager ist im Norden. Ich glaube es nicht. Solid Snake verläuft sich. Muss wohl stimmen, die Realität kann mit der Legende nicht Schritt halten. Vorsicht Snake, in der Luftschleuse sind Infrarot Sensoren. Mit dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen, aber aus der Wand da kommen Infrarot Strahlen. Bei Kontakt mit einem werden die Türen abgeschottet und Giftgas freigesetzt. Sie müssen da irgendwie durch, ohne Alarm auszulösen. Ein Pappkarton? Mein Onkel hat ja was erzählt, aber ich dachte, er veräppelt mich. Also, kein Kommentar. Wenn Sie nach Norden gehen, kommen Sie irgendwann zum Sprengkopflager. Dr. Emrich muss im Laborbereich im zweiten Untergeschoss sein. Ich gehe schon mal und warte da. Meryl? Was? Wollen Sie etwa, dass ich hierbleibe, weil ich ein Grünschnabel bin? Nein, das ist Ihre Entscheidung. Ich kann Sie nicht aufhalten, aber Aber machen Sie keine Dummheiten. Dummheiten? Junge, Junge, danke für das große Vertrauen. Meryl? Egal, wir treffen uns dann. Dr. Emrich sollte sich im Laborgebiet im zweiten Untergeschoss aufhalten. Das ist vermint? Mit einem Minendetektor können Sie die Minen auf dem Radar anzeigen. Ein Minendetektor sollte sich im zweiten Stock des Panzerhangars befinden. Sie können die Panzerelektronik vielleicht mit einer Düppelgranate lahmlegen. Auch wenn Sie den Fahrer auszuschalten. Mit Granaten können Sie auch den Soldaten auf dem Panzer erwischen. Sie sind unglaublich Snake. Sie haben einen M1 ganz allein besiegt. War nicht schwer. Aber ich wette, dass Ihr Trainingsimulator keine Szenarios hat, wo man allein gegen einen Panzer antritt. Stimmt's? Nein, aber es gab auch kein Szenario, wo man sich allein gegen eine Gruppe von terroristischen Sondereinheiten Ich bin schon im Sprengkopf Lager Entstellung. Dr. Emrich scheint in Ordnung zu sein, aber ich weiß nicht für wie lange noch. Dr. Emrich wird im zweiten Untergeschoss des Atomsprengkopf Lager Gebäudes nördlich vom Panzer Hanger gefangen gehalten. Kommen Sie schnell nach, ja? Schusswaffen dürfen in diesem Bereich nicht benutzt werden. Eine Explosion kann zu einem atomaren Leck bei einem oder mehreren Sprengköpfen führen. Und das wäre fatal. Seien Sie vorsichtig. Sieht aus, als hätten die Gasmaske. Weil Sie nicht mit schwerer Munition schießen dürfen. Sie meinen, die benutzen chemische Waffen? Mit einer Gasmaske sollten Sie trotz Gas lange überleben können. Wo ist die Gasmaske? Im zweiten Untergeschoss des Gebäudes. Sie müssen da also ohne Gasmaske durch. Snake, wenn Sie Was sollen die Löcher hier in der Wand? Ja, das ist eine Düse, die kleine Staubpartikel vom Körper entfernt, bevor man das Labor betritt. Das ist eine Düse, die kleine Staubpartikel vom Körper entfernt, bevor man das Labor betritt. Dr. Emrich ist wahrscheinlich im Nordosten des Stockwerks in seinem Labor gefangen. Sie haben den Bereich mit Gas geflutet, um eine Flucht zu verhindern. Dort sollte aber auch eine Gasmaske sein. Damit kommen Sie bestimmt leicht durch. Deepthroat? Nein, ich kenne keinen, der sich so nennt. Warum hilft er Ihnen wohl? Keine Ahnung. Eine Falle? Möglich. Aber momentan muss ich ihm wohl trauen. Ich glaube, die feingelenkten Raketen sind im ersten Untergeschoss im Sprengkopflager Gebäude. Wo sind die ferngesteuerten Raketen? Snake, Dr. Emmerich ist nördlich von da gefangen. Meryl, dieser Leichenberg, haben Sie den fabriziert? Niemals. Hatte mich auch gewundert. Wer war das wohl? Keine Ahnung, aber er muss hier irgendwo sein. Tja, dann müssen Sie wohl los und es raus finden. Schnell, Dr. Emmerich ist in Gefahr. Ninja? Ich habe noch nie von so einem Foxhound Mitglied gehört. Aber wenn Sie Dr. Snake hat ein oberirdisches und zwei unterirdische Stockwerke. Suchen Sie doch mal da. Sie sagte, sie wäre ganz in der Nähe. Vielleicht ist sie im Sprengkopf Lager. Sie sieht in der Uniform wie ein Terrorist aus. Aber sie ist noch die gleiche. Achten Sie auf ihren Gang. Snake Sie ist wie ein Terrorist gekleidet. Sie kann sich nicht zu erkennen geben, wenn andere Soldaten da sind. Sie müssen einen Ort finden, wo sie mit ihr allein sein können. Trotz der Kluft ist sie immer noch ganz Frau. Gibt es nicht einen Ort, wo nur Frauen rein dürfen? Haben Sie Meryl? Ich dachte, ich sah sie in diese Toilette gehen, aber... Gibt es nur einen Ausgang? Ja. Dann wird sie wohl noch drin sein. Kann sie sich da irgendwo versteckt haben? Snake, haben Sie Meryl noch nicht getroffen? Gott sei Dank geht es Meryl gut. Sie ist hart im Nehmen. Man glaubt es nicht wie hart, wenn man sie ansieht. Muss ihr gang sein. Ja, ich freue mich aber, es ihr gut geht. Sie hatte einen Schlüssel. Ich glaube, der hilft mir, den Abschuss zu verhindern. Gehen Sie zu Metal Gears unterirdischer Basis. Dort ist das Eingabesystem für die Codes. Jemand anders steuert Meryl. Unternehmen Sie etwas, Nick. Retten Sie sie. Was soll ich tun? Ich weiß noch nicht mal, wo er ist. Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Er ist bloß unsichtbar. Wie? Stealth-Tarnung. Eine meiner Technologien. Stealth-Tarnung biegt das Licht so um den Träger, dass er beinahe unsichtbar wird. Snake! Jemand steuert lediglich Meryls Verstand. Sie müssen sie retten! Psychosoldat. Talentverschwendung. Na erkannte wohl nichts anderes. Tut er ihnen etwa leid? Mantis hatte unglaubliche fantastische Kräfte. Vielleicht hätte er damit Menschen glücklich machen können. Es ist traurig, dass diese Kräfte nur im Krieg eingesetzt wurden. Snake! Battle Gear befindet sich in einer unterirdischen Basis nördlich von ihnen. Schnell! Nicht die Hunde davon reden sie. Hier gilt entweder die oder ich. Aber es sind nur unschuldige Tiere. Wenn die unschuldig wären, wäre es okay. Sie haben doch auch Hunde. Na und? Das hier ist Krieg. Damit haben meine Hobbys nichts zu tun. Snake! Die Hunde! Otacon, bitte! Otacon, hast du auf der Basis dir ein Scharfschützengewehr gesehen? Scharfschützengewehr? Merle hat's erwischt. Das war ein echter Profi. Sniper. Dagegen brauche ich ein hochwertiges Scharfschützengewehr. Da war ein PSG-1 in der Waffenkammer im zweiten Untergeschoss des Panzerhangars. Im zweiten Untergeschoss im Panzerhangar? Ich muss ganz dahin zurück? Ähm, ja. Was ist los Otacon? Ach, nichts, nichts. Wo gibt's ein Scharfschützengewehr? Ähm, in der Waffenkammer im zweiten Untergeschoss des Panzerhangars ist ein PSG-1. Benutzen Sie im Dunkeln das Nachtsichtgerät. Wenn Sie ein Nachtsichtgerät brauchen, es gibt eins im Labor im Sprengkopf Lager. Ähm. Was ist los? Wulf, ich, ähm, ich, nein, 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 ich, nichts, nein. Otacon, alles in Ordnung. Ja, dank meiner Stealth-Tarnung. Ich muss um deine Hilfe bitten. Ich habe das schon erwartet. Was soll ich Okay, ich weiß schon. Das ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Otacon. Ich bin schon unterwegs. Jede Aufregung vermeiden. Ich bin nicht aufgeregt. Weiß bloß nicht, wie ich die Zeit verbringen soll. Schon klar. Ich komme so schnell ich kann. Wozu brauchen Sie das Codex? Ich bin hier. Haben Sie den Ketchup schon zum Einsatz gebracht? Den habe ich lange gesucht. Hat genau die richtige Farbe und Konsistenz. Nutzen Sie ihn mit Verstand. Was treiben Sie noch da? Das ist Ihre Chance zur Flucht, Snake. Otacon, bist du da? Ja, was fällt denn an? Hast du eben gerade die Tür geöffnet? Wovon reden Sie da? Du warst das nicht. Das heißt das... Die Tür ist offen, hey? Sie müssen da sofort raus! Richtig. Wenn Sie Ihre Ausrüstung suchen, die ist in der Nähe der Zelle. Schnappen Sie sie sich! Warum hast du sie nicht einfach mitgebracht? Da war eine Wache! Gibt es hier irgendwo Erkältungsmittel? Was ist, Nick? Sind Sie verschnupft? Ich glaube, im Raum des Kommanders im Südwesten des ersten Keller Geschosses im Sprengkopf Lager gibt es einen Arzneimittel Raum. Dort finden sie auch andere Medikamente. Dort habe ich noch einen erkälteten Soldaten geschickt. Hm, von dem habe ich mich vermutlich angesteckt. Sie haben meinen Plan verstanden, hm? Unglaublich, dass er geklappt hat. Sieht aus, als ob sie entkommen sind. Hier nichts zu danken. Schade, ich dachte, sie würden auf meinen Plan kommen. Wovon reden sie? Ich hatte bloß Glück, dass die Wache nachlässig war. den Sendetürmen überwinden. Gehen Sie in Richtung Sendetürme. Snake, in den Sendetürmen ist es dunkel. Benutzen Sie ein Nacht- oder Infrarotsichtgerät. In dem selben Stock, wo mein Labor ist, finden Sie ein Infrarotsichtgerät. Bei meinem Labor gibt es ein Nachtsichtgerät. Vorsicht, die Sendetürme werden immer von vielen Soldaten überwacht. Der Fußweg befindet sich genau zwischen den Sendetürmen. Was? Oh, stimmt. Das habe ich vergessen. Weißt du etwas? Die Tür friert manchmal zu, weil es draußen so kalt ist. Sag mir doch sowas vorher. Und was mache ich jetzt? Sie ist von innen unmöglich zu öffnen. Die haben immer C4 oder so von außen benutzt. Von außen? Man kann sie nicht von innen öffnen. Leider unmöglich. Aber keine Sorge, es geht schon. Es gibt nur auf, wenn man sie von außen aufsprengt. Und da der Fußweg auf dem Dach zerstört ist, können sie nur über den Weg auf der anderen Seite der Tür zu Turm B gelangen. Mit einem Seil können sie vielleicht vom Dach von Turm A zur anderen Seite abseilen. Snake, da ist auch ein Weg auf dem Dach. Benutzen Sie den. Otacon, ich bin auf dem Dach. Das war bemerkenswert schnell. Es sollte langsam gehen, aber jemand zwang mich schneller zu klettern. Jetzt können sie ausruhen. Turm B hat einen Aufzug. Dieser Fußweg führt zu Turm B. Snake, der Weg ist auf dem Dach von Turm A. Snake, wollen Sie den Hight mit bloßen Händen erledigen? Ganz so blöd bin ich nicht. Gibt es hier nicht irgendwo eine Waffe, die ich gegen ihn einsetzen kann. Im Sendeturm B gibt es Stinger Raketen. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind nahe im Eingang zum Fußweg. Mit einem Seil könnten Sie sie wahrscheinlich durch Abseilen vom Dach erreichen. Im Erdgeschoss von Turm A gab es ein Seil. Wow, Snake, wie ein Action Filmstar. In keinster Weise. Wie? Das hier ist echt und nicht irgendein Stunt. Wenn es hier schiefgeht, gibt es keinen Retake. Sie haben wohl recht. An einigen Stellen an der Wand strömt Dampf vom Heizsystem aus. Vorsicht, der verbrennt Sie sonst. Fantastisch, Sie sind unten. Das war nicht einfach. Kein Problem. Vielleicht sollten Sie jetzt die Tür mit C4 aufsprengen, damit Sie später durchkommen. Snake, die Tür, die vom Fußweg zu Turm A führt, ist eingefroren. Mit etwas C4 sollten Sie da bei Mühlus durchkommen. Man schießt auf Sie, aber um die Stinger Raketen zu erreichen, müssen Sie zu dem Fußweg gelangen. Die Stinger Raketen sind beim Eingang zum Fußweg. Snake, ich komme zu Ihnen. Wovon reden Sie da? Ich muss Sie etwas fragen. Worum geht's? Also ich frage Sie, wenn ich da bin. Tschüss. Einen Moment. Snake, ich seine Rotoren hören. Er kreist um den Turm. Er wartet wohl auf Sie. Nicht mehr lange, verspreche ich dir. Gut, ich repariere derweil den Aufzug, damit Sie ihn später benutzen können. Während Sie kämpfen, repariere ich den Aufzug. Das kann etwas dauern. Lassen Sie sich nur Zeit. Nicht verlieren, Snake. Sind sie in Ordnung? Noch, ja. Wie geht's bei dir? Tut mir leid, der Aufzug läuft noch nicht. Seltsam, der Motor ist in Ordnung und der Strom ist an. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht warum, aber der Aufzug funktioniert plötzlich wieder. Wenn Sie ganz blitz ins Erdgeschoss in Turm B fahren und raus gehen, sind Sie im Schneefeld. Der Eingang zur unterirdischen Basis liegt nördlich des Schneefeldes. Ich kann Sie nicht sehen. Was soll ich tun? Hm, Stealth-Tarnung biegt das Licht um ein Objekt. Auf diese Weise werden sie unsichtbar, aber Wärmestrahlung wird nicht maskiert. Das Infrarotsichtgerät, Sie können Ihre Wärmestrahlung sehen. Wie? Sie haben kein Infrarotsichtgerät? Von bloßem Auge können Sie sie vielleicht finden, wenn sie genau hinsehen. In welcher Richtung liegt die unterirdische Basis? Sie ist im Schneefeld nördlich von Turm B. Die Tür hat die Sicherheitsstufe 6. Das Wetter ist schrecklich. Verlaufen Sie sich nicht da draußen. Snake, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass es da draußen eiskalt ist. Bleiben Sie nicht zu lange im Schneefeld. Otacon, wo finde ich Munition für das PSG 1? Ich weiß nicht. Der Eingang zur unterirdischen Aufzug nach unten nehmen, kommen Sie zu Metal Gears unterirdischer Basis. Er fährt automatisch zwischen Hochofen und unterirdischer Basis hin und her. Er ist noch nicht da. Sie müssen also nur warten. Indem Sie viele Fußabdrücke hinterlassen, verwirren Sie überleben Sie den extremen Winter hier ohne Winterschlaf. Sie graben sich Tunnels im Schnee und halten sich dort warm. Überlebenskünstler, wie? Man kann immer was lernen. Es gibt auch Schattenseiten. Manchmal töten und fressen Männchen Junge aus einem anderen Wurf. Damit nur ihre eigenen Gene überleben. Ja, ziemlich clever programmiert, wie? Wo Mäuse sind, muss irgendwo ein Ausgang sein. Folgen Sie den Mäusen. Snake, dieser Boden ist so gemacht, dass Ihre Schritte laut hallen. Hören Sie, Snake, es gibt einen Gang, bei dem man Ihre Schritte nicht hört. Ich nenne das Anpirschen. Das geht so. Verlagern Sie Ihr Gewicht auf das Standbein. Setzen Sie dann den anderen Fuß mit der Ferse zuerst auf und rollen Sie den Rest des Fußes vorsichtig auf dem Boden Knien halten. Versuchen Sie es. Das kann ich nicht. Sie können auch Socken über die Schuhe ziehen. Wenn Sie auf dem Bauch kriechen, machen Sie auch kein Geräusch. Der DARPA-Chef soll tot sein? Ja. Naomi zufolge war es ein Herzinfarkt. Das kann nicht sein. Sieht aus, als bleibt Ihnen nur übrig, Kenneth Baker, den Präsidenten von Armstack, zu finden. Er ist im zweiten Untergeschoss, oder? Ja. Jenseits der Wand, die zugemauert worden ist. Okay. Viel Glück, Snake. Sie schaffen das. Ein Karton, was? Wie ein Sansibar. Hat mir auch in Outer Heaven öfter die Haut gerettet. Zum Überleben gehört, die normalen Gegenstände, die zur Hand sind, optimal zu nutzen. Besonders bei Einschleich Missionen. Ich habe Ihre Lektionen nicht vergessen. Die Mündungsgeschwindigkeit einer Revolverkugel ist geringer als bei einer Automatik. Das ist schlecht für sie. Je geringer die Mündungsgeschwindigkeit, desto größer der Schaden, denn die Kugel bleibt im Körper stecken, statt ihm durchzugehen. Solche Wunden heilen langsam, manchmal gar nicht. Ich glaube, deshalb mag er das Schießeisen. Er ist ziemlich krank, dieser Ozelot. Der Nachteil beim Revolver ist die Nachladezeit. Dort liegt Ihre Chance. Erst stirbt der DARPA-Chef an Herzinfarkt und jetzt Präsident Baker? Ja, da stimmt doch was nicht. Master, wissen Sie, was hier vorgeht? Nein, aber irgendwas ist hier im Busch, das ist klar. Halten Sie die Augen offen. Master, sagt Ihnen der Name Deep Throat irgendwas? Deep Throat? Sie meinen den Typen von Watergate? Nein, aber er nennt sich so. Wer auch unsere Operation, aber gibt mir Rat per Codec. Was? Außerdem hat er keine Blitzübertragung benutzt. Er scheint von der Basis aus zu senden. Von der Basis aus? Ja. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Aha. Snake, das ist wahrscheinlich ein Nervengas. Extrem gefährlich. Nehmen Sie eine Gasmaske. Er spielt nur mit Ihnen. Warum werfen Sie nicht Ihre Waffen weg? Meryl muss sich da irgendwo verstecken. Sehen Sie sich um. Sie haben Meryl gefunden, gut. Das heißt, Sie haben jetzt die Schlüssel zur Deaktivierung des Sprengcodes. Sie sollten sich beeilen. Die Zeit läuft sonst ab. Meryl wird nur gesteuert. Sie sind Experte im unbewaffneten Nahkampf, nicht wahr? Machen Sie sie ohne Waffen unschädlich. Das ist alles. Meryl erhielt eine Gehirnwäsche. Sie schaffen ein Snake. Psycho Mantis, eine traurige Gestalt, kam mit all den richtigen Fähigkeiten zur Welt und lernte nie, sie zu nutzen. Das sind Wolfshunde da drinnen. Wie der Name sagt, eine Mischung aus Huskys und Alaska Wölfen. Sie wurden als Schlittenhunde gezüchtet. Man wollte eine Kombination aus dem Gehorsam von Hunden und der Ausdauer und wilden Kraft von Wölfen schaffen. Aber man erhielt nicht die erhoffte Ausdauer und Kraft. Außerdem fiel ihr Charakter zu Wolfs ähnlich aus. Die meisten würden sie nicht an sich ran lassen. Deshalb waren sie als Hunderasse nicht tauglich. Ach ja, sie sind ja Fachmann. Ja, als im Jahre 2002 Mischlinge beim Hundeschlitten rennen verboten wurden, wollte sie auch niemand mehr züchten. Die meisten sollen eingeschläfert worden sein. Ja, aber einige der ausgesetzten Wolfshundwelpen verwilderten. Ich höre, wilde Wolfshunde sollen wie Wölfe in Rudeln jagen. Also, Vorsicht! So gut wie eh und je Snake. Nicht nur Einschleichexperte, sondern auch Scharfschütze. Aber bleiben sie wachsam, bis sie sich vom Tod des Feindes überzeugt haben. Wird ein Soldat gefangen genommen, sollte er eigentlich nur vier Informationen preisgeben. Name, Rang, Dienstnummer und Geburtsdatum. Aber sie sind nicht irgendein Soldat, Snake. Ich will, dass sie ihnen nichts sagen. Sie sind zum Glück stark genug, um Widerstand zu leisten. Sagen sie nichts, was ihren Folterer ärgern könnte. Wenn er wütend wird, wird es für sie nur schlimmer. Sie müssen ihre Kraft bewahren. Wenn sie etwas zu essen bekommen, seien sie nicht wählerisch, Nutzen sie sie. Master ich sagen sie nichts. Sie haben nach wie vor eine Mission auszuführen. Konzentrieren sie sich jetzt nur darauf. Sollten sie sich übrigens nicht bei Colonel Campbell melden. Snake, das ist ihre Chance. Nichts wie raus da. Snake, wo ist ihre Ausrüstung? Wollen sie die Mission etwa mit bloßen Händen erledigen? Holen sie ihre Ausrüstung! Jetzt wo sie bedeutet das möglicherweise den Tod? Das war zu knapp Snake. Ja, hübsche kleine Überraschung. Eine Bombe in der Ausrüstung verstecken. Verachtenswert! Ach, vergessen wir das. Gehen sie schnell zur unterirdischen Basis. Die Zeit ist fast abgelaufen. Sie sind erkältet, Snake? Im Kampf müssen sie körperlich topfit sein. Haben sie ein Erkältungsmittel? Die Wolfshunde greifen nicht an? Tragen sie etwas bei sich, was das verursachen könnte? Ihre Rationen sind gefroren? Essen sie nichts gefrorenes. Das Temperaturgefälle zehrt sonst an ihrer Kraft. Wärmen sie die Rationen vor dem Essen. Sie haben Wolf erwischt. Dumm von ihr die gleiche Taktik anzuwenden, die schon beim ersten Mal scheiterte. Aber gehen sie sicher, dass der Feind tot ist. Master, sie und ich, wir sind Hören Sie, jeder Soldat stellt sich selbst in Frage, tut einer das nicht, ist er nichts weiter als ein Mörder. Aber jemand wie Wolf, eine Soldatin, die nur den eigenen Tod sucht, nützt auch keinem etwas. Als sie anfing den Tod zu suchen, war es vorbei. So werden auch sie enden, Snake. Sie können ihre Rationen wärmen, wenn sie sie nehmen und dicht an ihren Körper halten. Schall breitet sich bei Kälte schneller aus. Wenn sie eine Schusswaffe gebrauchen, sollten sie einen Schalldämpfer verwenden. Bei Temperaturen von minus 30 oder minus 40 Grad entsteht Eisnebel. Dabei gefriert die Feuchtigkeit in der Luft. Es sieht vielleicht zunächst hübsch aus, behindert aber stark ihre Sicht. Seien Sie vorsichtig. Hippling, ein englischer Dichter und Nobelpreisträger sagte, wenn man über 65 Grad Nord geht, sei man jenseits von göttlichem Schutz und menschlichen Gesetzen. Um in einer solchen Umgebung zu überlegen, müssen Sie stark genug sein, sich weder auf Gott noch sonst wen zu verlassen. In dieser Kälte geht mehr als 70 Prozent der Körperwärme über den Kopf verloren. Setzen Sie eine Mütze auf. In der Arktis ist es wichtig, die Spielen nach dem Baden sollte man vermeiden. Bei Minusgraden dehydriert man leicht, nehmen Sie also genug Flüssigkeit auf. Essen Sie aber niemals Schnee. Ihr Magen wird zu kalt und Ihre Körpertemperatur sinkt. Schmelzen und kochen Sie den Schnee immer auf, bevor Sie ihn trinken. Kein kaltes Essen oder Getränk. Sie verursachen eine Temperaturschwankung in Ihrem Körper, die viel plötzlich ins Dunkle. Sehen Sie langsam von einem hellen in einen dunkleren Bereich. Dann passen sich Ihre Augen allmählich an und Sie können besser im Dunkeln sehen und versuchen Sie nicht im Dunkeln zu spielen. Beim Kämpfen im Dunkeln müssen Sie Gehör und Geruchssinn einsetzen. Verlassen Sie sich nicht auf die Augen. Fühlen Sie die Luftbewegung mit dem ganzen Körper. So können Sie wissen wo der Feind ist. Manche werden im Dunkeln panisch. Bleiben Sie cool. Mit einem Nachtsichtgerät wird das Licht hundertfach verstärkt. Wenn Sie so in die Explosion einer Weißphosphor Granate sehen, schädigt das die Netzhaut. Wenn dies der Fall ist, dauert es eine Weile bevor Sie wieder sehen können. Snake, denken Sie nach. Ihr Verstand ist die gefährlichste Waffe. Wenn die Dinge zu kompliziert werden, versuchen Sie sie zu vereinfachen. Sie können auch Campbell am Rat bitten. Kampfgestellte Soldaten gewöhnen sich daran, wo und wann immer sie können etwas Schlaf nachzuholen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen echten Soldaten und den Buben, die nur in Simulatoren ausgebildet wurden. Auch nach einer langen Spielzeit sollten sie sich ausruhen. Reaktionszeit und Urteilsvermögen sind Die Kontrolle über Körperfunktionen ist ebenfalls wichtig. Sie können nie wissen, wann eine lange Demonstration beginnt. Seien Sie also auf eine lange Sitzung vor dem Monitor vorbereitet. Sie sollten nie mit vollem Magen kämpfen. Das macht Sie langsam, vielleicht sogar müde. Warten Sie 30 Minuten, bevor Sie mit dem Spielen beginnen. Einen Soldaten, der im Kampf den Kopf verliert, nennen wir Ziel. Militärische Rationen enthalten hauptsächlich Kalorien, deshalb sollten sie auch ergänzende Nährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe zu sich nehmen. Menschen, die einen Krieg überlebt haben, haben einen sechsten Sinn für Gefahr. Vertrauen sie ihrem Instinkt als Soldat und als Spieler. Im Krieg entscheidet der Bruchteil einer Sekunde über Sieg oder Niederlage. Zögern Sie nie. Je langsamer Sie reagieren, desto vor Gefahr warnt, die lernt man nicht in der Ausbildung. Da muss man schon ein paar Kämpfe überlebt und ein paar Freunde sterben gesehen haben, bevor man das verinnerlicht hat. Wenn Sie sich verstecken, meiden Sie Orte, an denen der Feind suchen würde. Überlegen Sie, wie der Feind sich bewegt und schleichen Sie sich ran. Egal wie clever Sie sind, hören Sie nie auf Ihren Kopf Krieg liegt der Unterschied zwischen Leben und Tod bei Millisekunden. Beim Nahkampf kommt es darauf an, den Feind so schnell und effektiv wie möglich aus dem Weg zu räumen und dabei den eigenen Fluchtweg freizuhalten. Benutzen Sie Schusswaffen nicht unnötig. Wenn Sie es nur mit Händen und Füßen schaffen, tun Sie es. Wenn nicht, greifen Sie zur Waffe. Soldaten, die im Kampf den Kopf verlieren, werden gewöhnlich Ihren Kopf los. Verstehen Sie? Planen Sie stets Ihre nächste Aktion. Wählen Sie Verstecke sorgfältig aus. Sie mögen das perfekte Versteck finden, aber wenn es der Mission nicht nützt, ist es sinnlos. Wählen Sie immer die richtige Waffe für die Situation. Mit der falschen Waffe verschwenden Sie nicht nur wertvolle Munition, sondern bringen auch Ihr Leben in Gefahr. Als Warnung, dass ein neues Magazin dran ist, nehmen Sie als letzte Kugel ein Leuchtspur Geschoss. Planen Sie Ihre Strategie nach den Feindpositionen. Versetzen Sie sich in den feindlichen Commander. Wenn Sie sich in den Kopf des Kartenzeichners versetzen können, öffnen sich für Sie einige Tore. Ohne Hoffnung ist es aus. Dann können Sie nichts richtig machen. Verzweiflung führt zum Tod. Glauben Sie, glauben Sie von ganzem Herzen an sich, dann haben Sie Erfolg. Manchmal, während des Kampfes, oder wenn Sie mit der Kraft am Ende sind, sehen Sie Dinge, die nicht da sind oder da sein sollten. Keine Panik, das ist kein Fehler, nur ein Geheimnis des menschlichen Gehirns. Denken Sie an etwas Schreckliches in Ihrem Leben. Jedem passiert irgendwann etwas Schlimmes. Das lenkt von den Grausamkeiten im Kampf ab. Ein Meister des Kriegshandwerks passt seine Strategie den jeweiligen Kampfbedingungen an. Wenn sie immer nach Vorschrift handeln, werden sie durchschaubar. Im Krieg zeigt sich die Grausamkeit des Menschen. Wie immer einer auch erzogen wird, im Kampf Getümmel werden Soldaten alle zu Tieren. Manchmal muss man weiter kämpfen, auch wenn man weiß, dass man verliert. Eine geringe Chance ist immer noch eine Chance. Voraussicht ist wichtig. Bei extremer Gefahr entwickelt man oft einen sechsten Sinn. Werfen sie dann die Logik über Bord und vertrauen sie ihrem Instinkt. Lassen sie sich nicht von ihrer Angst beherrschen, sondern stellen sie sich ihr und lachen sie sie aus. Erlauben sie sich keine Schuldgefühle wegen der Soldaten, die sie plötzlich umschwingen. Manche halten es für das schlimmste Wetter auf der Welt. Das wichtigste Rüstzeug des Scharfschützen sind seine angeborenen Sinne. Die kann man nicht ausbilden. Wenn ihre Sinne von Anfang an unscharf sind, werden sie nie ein guter Scharfschütze. Nach dem SWOT-Handbuch kann ein Schütze höchstens 15 Minuten optimal auf das Ziel konzentriert bleiben. Nach 15 Minuten tauschen Beobachter und Schütze die Plätze. Man braucht normalerweise zwei Leute für den Job. Ihr Ziel scheint sich nicht zu bewegen. Wenn sie genug geübt haben, ist das kein schwerer Schuss. Das Zielfernrohr eines Scharfschützen Gewehrs ist sehr leistungsstark, hat aber ein eingeschränktes Sichtfeld. Wenn sie nach feindlichen Positionen suchen, nehmen sie besser das Fernglas zur Hand. Snake, ich muss ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge, der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Um geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund, dass ihr Großvater ein Assistent Hovers beim FBI war. Ja? Und dann Undercover gegen die Mafia in New York ermittelte? Ja. Was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover Mafia Operationen noch nicht einmal begonnen. Sie begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja, zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Snake, ich bin's. Master? Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt! Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Kleines Nickechen. Hm. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter oder sagen wir es gab eine. Aber das ist nicht die Frau die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie Ich denke eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben sie, sie nahm am Aufstand teil? Oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Doch nicht. Verhaften sie sie Körner. Was? Sie hat uns betrogen Körner. Wir haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Oh nichts. Haben sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht? Hat das etwas mit den mysteriösen Toden des DARPA-Chefs und des Armstack-Präsidenten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können ihr eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Halt, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich würde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Snake, ich bin's. Was ist los? Hast du ein gutes Versteck? Ja, dank des Tarnanzugs. Sieht so aus, als ob Metal Gear bereit wäre. Woher weißt du das? Ich habe sie belauscht. Wo sind sie jetzt? Direkt vor Metal Gear. Aber es ist komisch. Was ist? Hier ist niemand. Keine Wachen, keine Patrouille. Es ist zu ruhig. Vielleicht weil alles fertig ist. Sie haben sogar den Pile-Code eingegeben. Was soll ich tun? Wir können nur noch das System verwenden, von dem Präsident Becker gesprochen hat. Aber ich hast du einen Plan? Ich bin zurzeit im Computerraum und versuche auf Bakers private Dateien zuzugreifen. Bakers Dateien? Brauchst du kein Kennwort? Sicher, aber es gibt Wege. Bist du ein Hacker? Ja, so ungefähr könnte man sagen. Denkst du, du rankommst? Ich weiß noch nicht. Ich versuche es. Ich verlasse mich auf dich. Snake, ich bin es wieder. Wie geht's noch lange? Ich habe bisher noch jedes System geknackt. Okay, weiter so. Snake, geschafft! Bist du durchgekommen? Bingo! Bestens. Was hast du? Ich lese die vertrauliche Metal Gear Datei. Was ist mit dem PAL Deaktivierungs System von Baker? Ich suche danach. Das brauchen wir. Aber Snake, ich habe etwas anderes. Was? Das Geheimnis hinter der neuen Atomwaffe. Wie ich Sprengkopf wie ein Projektil aus dem Schienengewehr abgeschossen. Braucht keinen Treibstoff, also ist es keine Rakete. So können sie alle möglichen internationalen Verträge umgehen. Ganz schön clever. Und effektiv. Das ist aber noch nicht das besorgte Erregendste daran. Kannst kaum abwarten. Es ist eine Stealth-Waffe. Sie ist auf dem Radar nicht zu sehen. Ja, die haben schon seit den späten feindlichen Satelliten entdeckt. Stimmt. Das leuchtet ein. Ungleich der Rakete verbrennt dieses Ding keinen Treibstoff und kann daher von heutigen Raketenabwehrsystem nicht entdeckt werden. Ein unsichtbarer Atomsprengkopf. Abfangen ist nicht möglich. Und außerdem dringt der Sprengkopf in den Boden ein, um unterirdische verstärkte Basen zu zerstören. Das kennen wir seit dem Golfkrieg. Mann, das kann das Ende der Welt bedeuten. Die perfekte Waffe. Und vom politischen Standpunkt lassen sich Atomwaffenreduktionen und Nuklearinspektionen leicht umgehen. Colonel, ist das wahr? Hören Sie zu. Ich höre. Wenn das bekannt wird, könnte es die Unterzeichnung von Staat 3 verzögern und zu einem internationalen Zwischenfall führen. Ja, das ist wahr. Die Vereinigten Staaten würden von der UN verurteilt. Der Präsident haben sich verändert, Colonel. Ich will mich nicht rausheben. Snick, hören Sie zu. Diese neue Atomwaffe, sie wurde nie wirklich getestet, nur in der Simulation. Sie meinen ein Computermodell? Ja, deswegen wurde dieses Experiment ausgeführt. Sie brauchten wirkliche experimentelle Daten, um die Simulationsergebnisse zu bestätigen. Was waren die Ergebnisse? Sie fielen besser aus als Hörden Sie, Präsident Baker gab mir eine optische Diskette mit allen Testdaten. Was? Haben Sie sie noch? Nein, Ocelot nahm sie mir ab. Verdammt! Die Terroristen haben den Testsprengkopf durch einen echten ersetzt. Nach dem Eingeben der Sprengcodes dürfte er zum Abschluss bereit sein. Glaubst du, die können das tun? Vom Design her ist der Testsprengkopf mit einem echten identisch. Ich glaube schon. Hast du was über das Deaktivieren gefunden? Noch nicht. Das muss in einer anderen Datei sein. Moment gehe ich durch Bakers persönliche Dateien. Wir verlassen uns auf dich. Snake! Hast du's? Nein, ich habe nichts über das Deaktivierungssystem, aber ich kenne Bakers Hintergedanken. Er wollte sich bereichern, stimmt's? Das auch. Armstacks finanzielle Schwierigkeiten sind größer Und dann der Rückgang der STI Ausgaben? Anscheinend war von einer Übernahme die Rede. Von diesem Projekt hing vermutlich alles ab. Und es sieht aus, als hätten sie dem DARPA-Chef eine Menge Bestechungsgelder gezahlt. Bestechung, ne? Ja, Baker war ein großer Befürworter der nuklearen Abschreckung. Dachte ich mir. Was ist nun mit dem Deaktivieren? Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Sneak, ich habe Bakers geheime Dateien gefunden. Gute Arbeit. Wie geht's bei Ihnen? Sie haben die PAL-Codes eingegeben. Wie werden sie deaktiviert? Okay, das Deaktivierungssystem, von dem der Präsident gesprochen hat, es kann auch zum eingeben des Sprengcodes verwendet werden. Wenn sie die Schlüssel verwenden, wenn der Sprengkopf aktiv ist, wird er deaktiviert. Wenn er inaktiv ist, wird nicht viel Zeit. Aber ich brauche drei Schlüssel, oder? Ich habe nur einen. Immer ruhig, darin liegt der Trick. Sie besitzen schon alle drei. Wovon redest du? Der Schlüssel hat eine thermoadaptive Legierung. Thermoadaptive Legierung? Ja, eine Legierung, deren Form sich mit der Temperatur ändert. Der Schlüssel besteht daraus. Dieser Schlüssel? Ja, seine Form ändert sich bei unterschiedlichen Temperaturen. Drei Schlüssel in einem. Clever. Snake, wegen Naomi Hunter. Fragen Sie den Colonel. Er kümmert sich darum. Schalten Sie den Monitor aus. Okay, er ist aus. Niemand kann uns hören. Also los. Tut mir leid, aber der Colonel soll es nicht hören. Okay, was ist los? Ich habe einen guten Freund im Pentagon. Ja. Er erzählte mir davon, Sieht so aus, als ob der DIA unlängst eine neue Vernichtungswaffe entwickelt hätte. Eine Vernichtungswaffe? Snake, haben Sie jemals von Fox Style gehört? Nein. Warten Sie. Liquid und seine Leute haben es erwähnt. Ja. Es ist ein Virentyp, der spezifische Personen anpeilt. Ich kenne die genauen Details nicht, aber... Was wollen Sie sagen? Es ist zu ähnlich. Was denn? Die Todesursache. Starben der Armstack-Präsident und der DARPA-Chef, das heißt Decoy-Oktopus, nicht an angeblichem Herzversagen? Ja! Nun, anscheinend tötet Tötet Foxtai seine Opfer durch Simulieren eines Herzinfarkts. Nein. Und Sie wollen sagen, dass Naomi dahinter steckt? Versuchen Sie sich zu erinnern. Hat Naomi Ihnen irgendwelche Spritzen gegeben? Die Nanomaschinen. Sie war dazu am besten platziert. Aber ich habe keine Ahnung, was ihre Motive waren. Weiß der Kernel davon. Ich weiß nicht, aber er hat sie noch nicht verhört. Okay, ich frage ihn selbst. Kernel, gibt es Neuigkeiten über Naomi? Ich habe sie eben verhaften lassen. Verhaften lassen? Sie sandte kodierte Meldungen an die Basis in Alaska. Ich kann es kaum glauben, aber sie muss mit den Terroristen zusammen arbeiten. Sind Sie sicher? Ich fürchte ja. Sie wird gerade verhört. Wie wird sie verhört? Nun, ich würde Gewalt gerne vermeiden, aber wir haben noch nicht mal nach Triumpent Total hier. Melden Sie sich, wenn Sie mehr wissen. Es ist also wahr. Naomi, ich glaube es nicht. Das heißt, das Foxtai Serum muss irgendwo hier sein. Hören Sie, ich muss mich um wichtigeres kümmern. Snake, Sie könnten auch infiziert sein. Ich kann das Mike, hören Sie mich? Ich bin's. Naomi? Was soll das? Campbell und die anderen sind beschäftigt. Ich benutze ein anderes Codec. Naomi, ist es wahr, was der Colonel sagt? Ja, aber ich habe nicht nur gelogen. Einiges ist wahr. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht genau. Mein Name, die Identität, alles gekauft. Ich weiß nicht mal, wie meine Eltern aussahen. Aber der Grund für meine Arbeit in der Genetik ist echt. Ach ja, Sie wollten sich selber kennenlernen. Genau. Ich will wissen, woher ich komme. Alter, Nationalität, irgendwas. Naomi. Ich wurde in den 80er Jahren in Rhodesien gefunden. Eine schmutzige, kleine Weise. Rhodesien? Das heutige Zimbabwe. Ja. Rhodesien war bis 1965 englische Kolonie und wimmelte von indischen Arbeitern. Das erklärt vermutlich meine Hautfarbe, aber ich bin mir selbst da nicht hundertprozentig sicher. Naomi, Sie leben in der Vergangenheit. Reicht es nicht zu wissen, wer Sie heute sind? Wissen, wer ich heute bin? Warum sollte ich? Niemand sonst will es wissen. Ich war so lange allein, bis ich meinen großen Bruder traf und ihn. Ihren großen Bruder? Ja, Frank Jäger. Was? Er war ein junger Soldat, als er mich in der Nähe des Flusses Zimbabwe fand. Ich war halb verhungert und er teilte seine Rationen mit mir. Ja, Frank Jäger, den Sie töteten, war die einzige Familie. Nein, Ray Fox. Wir überlebten diese Hölle gemeinsam, Frank und ich. Er ist meine einzige Verbindung, die einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Und er brachte sie nach Amerika? Nein, ich war in Mosambik, als er kam. Was ist er? Sie meinen Big Boss? Ja, er brachte uns in dieses Land der Freiheit, dieses Amerika. Aber er und mein Bruder gingen zurück nach Afrika, um zu kämpfen. Und dort ist es geschehen. Sie töteten meinen Wohltäter und verkrüppelten meinen Bruder. Ich schwor Rache und trat Foxhound bei. Es war meine beste Chance, sie zu treffen. Und ich betete jeden Tag darum. Und ihre Gebete wurden erhört? Ja, ich wartete zwei lange Jahre. Um mich zu töten. Darum allein ging es. Ja, ich wartete auf sie, Snake. Ich habe zwei Jahre lang nur an sie gedacht. Wie eine verdrehte Art von Besessenheit. Passen Sie mich noch? Nicht wirklich. Ich schätzte sie falsch ein. Was ist mit Liquid und den anderen? Ich werde mich auch an denen rächen. Naomi, Sie haben nicht auch diesen Doktor getötet, derjenige, der Gray Fox für seine Genomversuche brauchte. Dr. Clark? Nein, das war mein Bruder. Ich verhalf ihm zu Deckung und gab ihm ein Versteck. Dieser Ninja, ich meine Gray Fox, der will mich umbringen. Ich glaube nicht. Er kam hierher, um mit ein letzter Kampf mit ihnen. Dafür lebt er. Da bin ich überzeugt. Fox, nein. Naomi, eine Frage. Über Fox Die? Fox Die ist eine Art Retrovirus, der spezifische Menschen befällt und tötet. Zuerst infiziert er die Makrophagen im Körper des Opfers. Fox Die enthält denkende Enzyme, die durch Proteintechnik erstellt wurden und auf spezifische genetische Muster reagieren. Diese Enzyme erkennen die DNA des Opfers. Genau. Sie reagieren, indem sie aktiv werden und mit Hilfe der Makrophagen TNF-Epsilon erstellen. Hä? Eine Art Zytokin, ein Peptid, das Zellen abtötet. TNF-Epsilon gelangt über das Blut zum Herzen, wo es sich an die TNF-Rezeptoren in den Herzzellen anknüpft. Und dann verursacht es einen Herzinfarkt? Die Herzzellen erleiden einen Schock und extreme Apoptose. Und dann das Opfer stirbt. Apoptose. Die Herzzellen begehen Selbstmord. Naomi. Was? Der Virus ist so programmiert, dass er auch mich tötet. Stimmt's? Habe ich noch Zeit? Naomi, ich gebe Ihnen keine Schuld. Aber ich kann noch nicht sterben. Ich muss meine Mission beenden. Hören Sie Snake. Ich habe nicht entschieden Fox Die zu verwenden. Ach, nein? Nein. Fox Die wurde Ihnen als Teil dieser Operation initiiert. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Hm, nein. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja. Was ich Ihnen wirklich sagen wollte. Snake, ich ich Hey, was machen Sie da? Ah! Ah! Oh, Snake! Naomi! Snake, ich kann Naomi keine weiteren ungenehmlichen Übertragungen erlauben. Was? Naomi ist nicht mehr an der Operation beteiligt. Was ist mit Naomi? Was meinte sie als sie sagte Fox Dye sei Teil dieser Operation? Colonel, ich muss mit ihr sprechen. Nicht möglich. Sie ist verhaftet. Colonel, Sie haben mich hintergangen. Snake, wir haben keine Zeit dafür. Gucken Sie sich darum, Metal Gear zu stoppen. Okay, Snake? Danke, Snake. Die Eingabe des Sprengcodes ist nun komplett. Nichts kann Metal Gear jetzt stoppen. Master, was los? Sie Schlüssel für uns gefunden, sondern auch noch den Sprengkopf aktiviert. Ich bin Ihnen äußerst dankbar. Tut mir leid, dass ich Sie für das dumme thermoadaptive Zeug benutzen musste. Wovon sprechen Sie? Wir fanden den Code des DARPA-Chefs nicht heraus. Mantis konnte seine Gedanken nicht lesen. Und dann brachte ihn Ocelot aus Versehen beim Verhör um. Mit anderen Worten, wir konnten die Rakete nicht abschießen und wurden bereits etwas unruhig. Keine Rakete, keine Drohung, keine Forderung. Sie wissen schon. Was soll das heißen? Ohne die Sprengkot mussten wir uns etwas anderes überlegen. Da dachte ich, Sie könnten uns doch nützlich sein, Snake. Was? Zuerst dachte ich, Sie hätten die Informationen, Snake, und befahl Decoy Oktopus, sich als DARPA-Chef auszugeben. Leider überlebte Oktopus dieses Treffen nicht, was auf Fox Style zurückzuführen ist. Sie hatten das alles von Anfang an geplant, dass ich den Sprengcode eingeben sollte. Aber, aber, Sie glauben doch nicht, Sie hätten es von alleine so weit geschafft? Wer zum Teufel sind sie? Nun denn, die Startvorbereitungen sind abgeschlossen, wenn die Welt die geblickt, hat das Weiße Haus keine andere Wahl, als uns das Foxta-Iserum zu überreichen. Die Trumpfkarte ist nutzlos geworden. Die Trumpfkarte? Der Plan des Pentagons, sie zu benutzen, war durchaus erfolgreich. In der Folterkammer. Armer Snake, die haben als einziger von nichts gewusst. Noch einmal, Näher sind sie. Ich erzähle ihnen alles, was sie wissen wollen, aber nur, wenn sie zu mir kommen. Wo sind sie? Ganz in ihrer Nähe. Snake, das ist nicht Master Miller. Ihr sind zu spät, Campbell. Master Millers Leiche wurde soeben in seinem Haus entdeckt. Er ist seit mindestens drei Tagen tot. Ich wusste davon nichts, weil meine Codec-Verbindung zum Master abgeschnitten war. Doch Meyerling sagt, das Übermittlungssignal komme von innerhalb der Basis. Wer ist das? Snake, sie sprachen mit mir, lieber Bruder. Liquid, weh zum Deine Aufgabe ist beendet. Jetzt darfst du sterben. Snake, das Glas ist kugelsicher. Sie können keine gewöhnliche Waffe verwenden. Kannst du das Sicherheitsschloss nicht öffnen? Ich versuche es. Warten sie. Los, beeil dich. Moment. Ich will hier weg. Nur ein wenig länger. Otacon. Fast geschafft. Moment. Ich habe das Sicherheitssystem geknackt. Snake, die Tür ist offen. Hat's geklappt. Jetzt vor dir kann ich endlich sterben. Nach Sansibar wurde ich aus der Schlacht genommen. Weder wirklich lebendig noch tot. Ein unsterblicher Schatten in einer Welt des Lichtes. Endlich ein Ende. Na, legst du ne Pause ein? Liquid, du lebst noch. Ich sterbe nicht. Nicht solange du lebst. Zu dumm. Deine Revolution ist wohl fehlgeschlagen. Bloß weil du Metal Gear zerstört hast, werde ich kaum den Kampf aufgeben. Den Kampf? Was willst du wirklich? Eine Welt, in der Krieger wie wir gewürdigt werden. Wie einst. Wie es sich gehört. Das war der Traum des Big Boss. Es war sein letzter Wunsch. Als er jung war, zur Zeit des Kalten Krieges brauchte man Männer wie uns. Wir wurden geschätzt. Wir waren erwünscht. Doch heute ist alles anders. Mit den Lügnern und Heuchlern, die die Welt regieren, ist Krieg nicht mehr dasselbe. Wir verlieren unseren Platz in einer Welt, die uns nicht mehr braucht. Einer Welt, die unsere bare Existenz missbilligt. Das weißt du so gut wie ich. Hm. Wenn ich diese Rakete abschieße und meine Milliarde bekomme, werden wir Chaos und Ehre in diese verweichlichte Welt zurückbringen. Ein Konflikt führt zum Nächsten. Neuer Hass wird geschürt und wir erweitern stetig unseren Einflussbereich. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Konflikte auf der Welt. Das Problem ist Gleichgewicht. Vater wusste alles über Gleichgewicht. Ist das der einzige Grund? Ist das nicht genug? Für Krieger wie uns? Ich will so eine Welt nicht. Ach, Lügner! Weshalb bist du hier? Weshalb befolgst du Befehle, auch wenn deine Vorgesetzten dich betrügen? Wieso bist du hier? Ich werde es dir sagen. Du genießt das Töten. Das ist es. Was? Leugnest du meine Kameraden getötet? Das war. Ach, ich habe dich dabei beobachtet. Voll von Kampfesfreude warst du. Nein, das stimmt nicht. In dir steckt ein Keller. Du brauchst es nicht zu leugnen. Wir wurden dazu erschaffen. Erschaffen? Colonel, hören Sie mich? Ja, ich höre. Was hat das Pentagon vor? Antworten Sie Colonel. Der Verteidigungsminister ist nun für diese Operation verantwortlich. Er ist per AVAX auf den Weg. Weshalb? Bombenangriff. Was? Nicht nur das. B-2 Bomber verließen soeben die Luftwaffenbasis Karena. Sie tragen taktische B-611 Atombomben für unterirdische Ziele. Was? Metal Gear ist zerstört? Weiß der Minister das nicht? Der Minister fand heraus, dass Naomi uns betrogen hat und ist gegen Fox Die beunruhigt. Seit von Metal Gear keine Gefahr eines nuklearen Angriffs mehr ausgeht, wird er die nötigen Schritte einleiten, das wirklich Vorgefallene zu vertuschen. Er verwendet eine Atombombe, um Beweise und Zeugen zusammen in Flammen aufgehen zu lassen. Keine Keine Sorge Snake Ich stoppe den Atomangriff. Wie? Hier bin ich nur Galleons Figur. Aber offiziell befehle gehe ich diese Mission noch. Wenn ich anweise den Angriff zu verzögern, bringe ich die Befehlskette durcheinander und das gibt ihnen wenigstens etwas mehr Zeit, davon zu kommen. Aber Colonel, wenn Sie das tun... Es ist okay, Snake. In Tat und Wahrheit war Foxhound bereits Inhalt einer geheimen Untersuchung. Der Transfer von Merrill in die Basis unmittelbar vor dem Terroristen Angriff sollte mich gefügig machen. Die Mistkerle. Wird mir leid. Sie zwangen mich zur Mitarbeit im Austausch für ihr Leben. Ist Ihnen dort besser alleine, Snake? Sind Sie sicher? Das ist nicht gut für Sie? Keine Sorge. Es ist das Mindeste, was ich nach all dem Lügen noch Bombenangriff zu stoppen. Dann gibt es kein Zurück. Na, was machen Sie? Snake! Meiling! Was ist mit dem Colonel? Ich glaube es nicht. Was ist geschehen? Snake, der Colonel! Colonel Campbell wurde abgelöst. Hier ist Jim Houseman, Verteidigungsminister. Geben Sie mir den Colonel. Er wurde unter Verdacht der Weitergabe streng geheimer Informationen und des Hochverrates verhackt. Lächerlich! Ja, ein lächerlicher Mann. Er glaubte wirklich, das Kommando über diese Operation zu haben. Sie missen Carl! Bald gibt es keine Beweise mehr. Ich bin sicher, der Präsident würde das genauso wollen. Der Präsident befahl das. Der Präsident ist beschäftigt. Ich führe das Kommando. Wie wollen Sie den Medien einen Atombombenangriff auf Alaska erklären? Keine Sorge. Wir haben eine überzeugende Story. Ich werde sagen, die Terroristen hätten eine Atomwaffe gezündet. Clever. Alle hier werden sterben. Die Wissenschaftler, die Austausch für die optische Diskette könnte ich es mir überlegen. Wovon sprechen Sie? Metal Gears Testdaten. Donald sollte sie zurückbringen. Ich habe sie nicht. Ach so. Nun ja. Keine Sorge. Ihr zwei seid ein peinliches Überbleibsel der 70er Jahre. Unseres Landes hässliche Panne. Nicht gut, wenn ihr weiterlebt. Nun, die Bomben sind im Anzug und ihr werdet euch bestimmt noch einiges zu erzählen haben. Adieu. Snake, ich bin's. Otacon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Gut, sie haben sie gerettet. Gute Arbeit. Zur schlechten Nachricht. Wir werden bombardiert. Oh nein, wir sind jetzt wohl entbehrlich. Gibt es einen Weg hier raus? Einen Weg? Ja, folgen sie dem Ladetunnel an die Oberfläche. Nebenan ist eine Garage. Der Tunnel führt von dort an die Oberfläche. Die Tür vor uns? Nein, es ist ein kleiner Eingang westlich davon. Was ist mit dem Sicherheitssystem? Schon offen. Was glauben sie, mit wem sie sprechen? Ich kümmere mich auch um die Sicherheit auf ihrem Fluchtweg. Was machst du? Ich? Ich bleibe hier. Du bist ja verrückt. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für ihren Fluchtweg. Aber... Das Öffnen der Türen ist gefährlich. Ich bin der Einzige, der das kann. Otacon? Keine Sorge, ich bleibe hier. Es ist meine freie Entscheidung. Otacon, dies ist ein verstärkter Bunker. Aber die verwenden Atombomben für unterirdische Ziele. Er wird nicht standhalten. Ich bedauere die Vergangenheit nicht. Es geht im Leben nicht nur um Verlust. Snake, ich fühle mich jetzt wie ein ganzer Mensch. Ich habe einen Grund zum Leben. Gut, dann stirbt mir nicht. Sie auch nicht. Kümmern Sie sich um Meryl. Mach ich. Ich muss los. Ich kümmere mich um Ihren Fluchtweg. Danke. Danke? Das klingt nett. Ich glaube an dich. Snake. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger. Ja, Sir. Fox Die sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Ja, Sir. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja, der DARPA-Chef kannte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja, der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig, bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir, ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, Mr. President. Snake, hören Sie mich? Colonel, sind Sie okay? Colonel, was ist los? Der Verteidigungsminister wurde verhaftet. Vorzeitige Pensionierung. Verhaftet? Ich konnte den Präsidenten erreichen. Etelgeer, die Übung, alles, es war alles ein Alleingang des Verteidigungsministers. Ein Alleingang? Was ist mit dem Loftangriff? Dem Atomangriff? Die Befehle wurden aufgehoben. Die F-117 und die B-2 Spirits kehrten zur Basis zurück. Ich habe erneut das Kommando über diese Operation. Aha. Washington würde Geheimnisse nicht mit einem Atomangriff retuschen. Ich war nicht sicher. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, wegen Merrill. Ich weiß es bereits. Colonel, Merrill war meine Tochter. Wie? Ich fand das erst kürzlich heraus. Mit einem Brief von ihrer Mutter, der Frau meines toten Bruders. Ich wollte es ihnen erst nach der Operation sagen. Colonel, ich... Schon gut, Snake. Danke trotzdem. Snake, es tut mir leid, dass ich ihnen so viel verschwiegen habe. Schon in Ordnung. Colonel. Snake, ich bin kein Colonel. Oh ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für Sie. Bei Ihnen in der Nähe ist ein Schneemobil. Maya Ling sah es auf dem Satellitenfoto. Zu dieser Jahreszeit sind die Gletscher ziemlich ruhig. Sie sollten da einfach rausfahren können. Ich wette, die Jungs vom DAE und vom NSA hätten sie nicht lebendig zurückerwartet. Ich auch nicht. Ich lasse mich besser nicht mehr sehen. Meine Sorge, ihr beide seid offiziell tot, dachte in der Jeep, im Meer versank. Das wäre ohnehin fast wahr. Auf Fox Island wartet ein Helikopter auf 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 Okay. Roy, sind Sie in Ordnung? Keine Sorge, ich habe eine Art Lebensversicherung, eine Kopie von My Links Daten. Solange ich das habe, sind Sie, ich und My Link sicher. Die Batterie für die Nanomaschinen ist fast leer. Sie können uns nicht mehr folgen. Sie werden uns wohl nicht wiedersehen. Keine Sorge, ich werde sie besuchen. Wirklich? Da freue ich mich drauf. Roy, sagen Sie mir etwas. Was? Über Fox Dye. Was ist mit mir? Es tötete Liquid. Naomi will selbst mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Wie geht es ihr? Eine Sorge, Eileen ist gerade bei ihr. Ich stelle zu Naomi durch. Snake, ich bin's. Naomi. Ich hörte über meinen Bruder. Tut mir eine letzte Nachricht über mitteln. Hm? Er sagt, sie sollen ihn vergessen und nun ihr eigenes Leben leben. Frankie, sagst du das? Ja. Er sagte auch, dass er sie immer lieben wird. Naomi, ihr Bruder rettete sie, mich und die ganze Welt. Er kämpfte mit aller Kraft, die er in sich finden konnte. Vielleicht hat er endlich Frieden gefunden. Er war nicht mehr wie mein Bruder. Seit dem Kampf mit ihnen in Sansibar war er fast wie ein Geist. Er suchte einen Platz zum Sterben. Naomi, Liquid starb auch an Fox Die. Was ist mit mir? Wann sterbe ich? Es liegt an ihnen. Was meinen sie? Jeder stirbt, wenn seine Stunde schlägt. Ja, und wie viel Uhr habe ich? Es liegt an ihnen, wie sie ihre Zeit nutzen. Leben sie Snake. Mehr kann ich nicht sagen. Snake, hören sie mich? Colonel, sind sie okay? Colonel, was ist los? Der Verteidigungsminister wurde verhaftet. Vorzeitige Pensionierung. Verhaftet? Ich konnte den Präsidenten erreichen. Metal Gear, die Übung, alles, es war alles ein Alleingang des Verteidigungsministers. Ein Alleingang? Was ist mit dem Luftangriff? Dem Atomangriff? Die Befehle wurden aufgehoben. Die F-117 und die B-2 Spirits kehrten zur Basis zurück. Ich habe erneut das Kommando über diese Operation. Aha. Washington würde Geheimnisse nicht mit einem Atomangriff betuschen. Ich war nicht sicher. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, keine Sorge. Meryl ist okay. Wirklich? Danke. Danke, Snake. Snake, es tut mir leid, dass ich Ihnen so viel verschwiegen habe. Schon in Ordnung. Colonel. Snake, ich bin kein Colonel. Oh ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für Sie. Bei Ihnen in der Nähe ist ein Schneemobil. Mai Ling sah es auf dem Satellitenfoto. Zu dieser Jahreszeit sind die Gletscher ziemlich ruhig. Sie sollten da einfach rausfahren können. Ich wette, die Jungs vom DAE und vom NSA hätten sie nicht lebendig zurückerwartet. Ich auch nicht. Ich lasse mich besser nicht mehr sehen. Meine Sorge, ihr beide seid offiziell tot, nachdem der Jeep im Meer versank. Das wäre ohnehin fast wahr. Auf Fox Island wartet ein Helikopter auf Sie. Dr. Hal Emrich müsste irgendwo auf der Basis sein. Jemand soll ihn holen. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Okay. Roy, sind Sie in Ordner? Meine Sorge, ich habe eine Art Lebensversicherung, eine Kopie von Meiling's Daten. Solange ich das habe, sind Sie, ich und Meiling sicher. Die Batterie für die Nanomaschinen ist fast leer. Sie können uns nicht mehr folgen. Sie werden uns wohl nicht wiedersehen. Keine Sorge, ich werde Sie besuchen. Wirklich? Da fuhre ich mich drauf. Roy, sagen Sie mir etwas. Was? Über Fox Die. Meryl ist okay. Sie war nicht in das Programm eingeschlossen. Was ist mit mir? Es tötete Liquid. Naomi will selbst mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Wie geht es ihr? Eine Sorge, Eiling ist gerade bei ihr. Ich stelle zu Naomi durch. Snake, das ist ein Hochofen. Ein Hochofen? Wozu brauchen Sie den? Es gibt keinen Flughafen für Nachschub auf der Basis. Mit dem Hochofen stellen sie wahrscheinlich Baumaterial und ähnliches hier. Leuchtet ein. Puh, ich fange an zu schwitzen. Es ist heiß hier. Der Eingang zur unterirdischen Basis ist weiter unten. Irgendwo hier muss ein Frachtaufzug sein, den Sie nach unten nehmen können. Suchen Sie ihn. Der Aufzug zur unterirdischen Basis war im Nordosten des unteren Stockwerks, nicht wahr? Holen Sie sich keine Erkältung. Es gibt einen Aufzug, aber der steckt ein Stockwerk tiefer fest. Der Aufzug kann wahrscheinlich nur von unten bewegt werden. Es muss noch wo anders runter gehen. Suchen Sie. Dr. Emrich kennt sich hier aus. Fragen Sie doch ihn. Vorsicht mit dem Dampf. Der ist gefährlich. Schauen Sie im Beobachtungsmodus wo er herkommt und meiden Sie ihn. Ich gehe ja gern mal in die Sauna, aber das unterirdische Basis? Ja, aber hier gibt's keine Aufzugstaste. Vielleicht kommt er, wenn Sie warten. Fragen Sie doch Dr. Emrich. Erledigen Sie die Feinde, sonst kommen Sie da nicht heraus und können nicht in die unterirdische Basis eindringen. Etel Gear ist ganz unten. Schnell! Keine Zeit, die Terroristen sind schussbereit. Keine Verhandlung mehr? Die Regierung kann sich Terroristen nicht beugen. Aber sie drohen mit der Atomrakete. Das ist Ihr letztes Wort. Warum ist das Weiße Haus so unflexibel? Kunnel, verbergen Sie etwas vor mir. Snake, bitte, halten Sie Sie einfach auf, okay? Sieht so aus, als ob der Aufzug, indem Sie fahren, nicht weiter nach unten geht. Wechseln Sie Äh, nichts. Keine Sorge. Seltsam. Snake, die Terroristen haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Verschwinden Sie keine Zeit mehr. Metal Gears Basis liegt voraus. Vorsicht, Sie haben den Schnupfen Grad hinter sich. Snake, hören Sie auf zu quatschen und gehen Sie zu Metal Gear. Die Zeit läuft. Draußen sind minus 30 Grad Snake. Was ist? Ach, nichts. Danke. Vulcan Raven ist halb Alaska Indianer und halb Inuit. Man sagt, er ist Schamane und hat übernatürliche Kräfte. Im Kalten Krieg wurde er in Russland bei den Spezialeinheiten ausgebildet. 1993 wurde er von Präsident Yeltsin nach dem Putsch abgesetzt. Er verließ das Land und wurde Söldner. Danach schloss er sich dem Krieg auf Bestellungsunternehmen Outer Heaven an, bis er auf Empfehlung von Revolver Ocelot zu uns in Foxhound stieß. Er hält eine 20mm Walkenkanone in der Hand. Die sind normal auf Kampfflugzeugen montiert. Lassen Sie sich auf kein Feuergefecht ein. Er macht Hackfleisch aus Ihnen. Er ist nicht nur Stark Snake. Er hat ein Diplom der Alaska University. Also kann er auch denken. Jedenfalls greifen Sie besser nicht von vorn an. Normale Waffen richten gegen die 20mm Walken nichts aus. Kommen Sie von der Seite oder von hinten. Beim Frontalangriff sind Sie im Nachteil. Greifen Sie von hinten mit einer ferngelenkten Rakete an. Nutzen Sie die Container als Deckung und ziehen Sie sie dann hinter ihm hoch. Langsame Raketen werden abgeschlossen. Fliegen Sie Höchst Geschwindigkeit oder manövrieren Sie um Ecken um ranzukommen. Wenn Ihre Deckung zerstört ist, sind Sie am Ende. Erledigen Sie ihn, bevor alle Container weg sind. Wenn Sie ahnen, wo er hingeht, können Sie C4 Sprengstoff einsetzen. Mit gutem Timing klappt es vielleicht. Wenn es um Naomi geht, ich kümmere mich darum. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Wo ist sie? Sie schläft noch. Ich fasse es nicht. Erst ein falscher DARPA-Chef und jetzt auch noch Naomi. Was zum Teufel geht hier vor? Ich wette, sagen jetzt, Sie haben von nichts eine Ahnung, was? Hört mir leid, Snake. Ein Irrer bedroht die Welt mit einer Atombombe. Darum kümmere ich mich jetzt besser zuerst. Stoppen Sie die Kontrollraum in der unterirdischen Basis. Der Kontrollraum ist den dritten Stock der unterirdischen Basis, oder? Rufen Sie Dr. Emrich an. Die Zeit läuft. Schnell, gehen Sie zum Metal Gears unterirdischer Basis nördlich vom Lager, wo der Kampf mit Raven war. Snake, das Wasser ist mit Atommüll kontaminiert. Wenn Sie da reingehen, nimmt Ihre Gesundheit Schaden. Atommüll? Die waren sehr nachlässig im Umgang mit radioaktivem Material. Nastasja kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie wollen. Sie haben beide Codes eingegeben. Es können wir nur noch den Schlüssel verwenden und die Codes neu eingeben. Nehmen Sie der Ratte den Schlüssel ab, beobachten Sie Ihren Weg und setzen Sie C4 oder sonst was als Falle ein. Finden Sie die Schlüsselkarte, die fiel irgendwo in den Abfluss. Der Minendetektor funktioniert wie ein Metalldetektor. Der Schlüssel sollte auf Ihrem Radar erscheinen. Sie haben den Schlüssel. Gut, gehen Sie zurück zum Kontrollraum und geben Sie damit die Pallcode neu ein. Stoppen Sie das Zünden. Snake, die Schlüsselform, das klappt so nicht. Ändern Sie sie zurück. Snake, die Sicherheitskamera, sie darf das Schlüssel einstecken nicht sehen. Nehmen Sie den Düppel. Sie könnten auch den Karton benutzen. Snake, geben Sie damit die Pallcode ein. Der Schlüssel muss kälter werden. Suchen Sie was kaltes. Gut, diese Form stimmt. Schnell zurück zum Kontrollraum Snake. Snake, der Schlüssel, er hat wieder die alte Form. Sie müssen ihn nochmal ändern. Snake, wärmen Sie den Schlüssel nicht. Kühlen Sie ihn. Finden Sie was kaltes. Jetzt müssen Sie zum Kontrollraum. Snake, was tun Sie da? Sie sollen ihn wärmen, nicht kühlen. Suchen Sie was warmes. Was Neues über Naomi. Sie wird gerade vernommen. Überlassen Sie sie mir. Halten Sie lieber Metal Gear auf. Bitte Snake, ich bin Ihr Freund, glauben Sie mir. Snake, uns läuft die Zeit davon. Gehen Sie zum Kontrollraum. Snake, Gas, tun Sie was. Snake, rufen Sie Emrich an. Er sollte durch die Sicherung kommen. Emrich kann die Tür aufmachen. Vertrauen Sie ihm und halten Sie durch. Snake, was tun Sie da? Schnappen Sie Liquid. Was zur Hölle tun Sie da, Snake? Stoppen Sie Metal Gear. Oh verdammt, Metal Gear bewegt sich. Snake, ihn ab. Sie müssen das Ding stoppen. Aber wie? Fragen Sie Dr. Emrich. Der hat es erfunden. Vernichten Sie es. Die Zeit ist um. Wenn Sie es nicht schaffen, muss ich zum Äußersten greifen. Zum Äußersten? Ein U-Boot steht für einen atomaren Angriff gegen die Basis bereit. Verdammt. Colonel Fox ist tot. Ich weiß. Gott sei ihm gnädig. Auch ein war etwas anderes gewesen. Vielleicht hätte er Frieden gefunden. Er war zu einfach. Zu rein. Er glaubte an nichts in dieser Welt. Also glaubte er nur an sich selbst. Sie haben recht. Ein Mann wie Fox sucht nur noch seinem eigenen Tod. Ja. Wenn Sie mich fragen, gibt's auch im Tod kein Glücklich sein und keinen Frieden. Ich komme hier lebend raus. Gut, das will ich auch. Mit einer Stinger-Rakete direkt ins Cockpit können Sie ihn vielleicht zerstören. Los, Nick, drauf! Sie haben Metal Gear gestoppt? Nein, noch nicht feiern. Ich kann mich nicht bewegen. Können Sie den Kopf drehen? Sehen Sie sich um. Mei Ling, wie geht's Naomi? Wie? Gut, glaube ich. Wieso? Was wollen Sie, Snake? Wenn Sie mit Naomi reden wollen, rufen Sie sie an. Ach nichts. Vergessen Sie es. Komisch. Naomi hat nicht merkwürdig reagiert, oder? Nein, ich glaube einfach nicht, dass Naomi eine Spionin sein soll. Das ist unmöglich. Ich will das auch nicht glauben, aber... Sagen Snake, Naomi ist in Haft. Was zum Teufel ist da drüben los? Was meint der Colonel? Campbell ist... Tut mir leid, dazu kann ich nichts sagen. Glauben Sie mir, ich will Ihnen helfen, bis zum Ende. Snake, ich kann Ihnen hier nicht helfen, ich kann Sie nur ermutigen. Mei Ling, das stehe ich nicht nochmal durch. Bitte speichern Sie das Spiel. Okay, Snake, wird Journalist unter Arrest. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie können wohl nur noch einmal speichern. Ich werde Ihre Sprichwörter vermissen. Snake! Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Kopieren Sie alle Codec Gesprächsdaten bis hierher. Ich brauche eine Rückversicherung. Okay, Snake, das mache ich. Passen Sie auf. Mir zuliebe. Sie haben gute Sicht, obwohl Ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Die ideale Gelegenheit für Ihr PSG 1. Sieht aus, als hätte Raven eine M61A1, eine 20mm Walkenkanone. Normalerweise werden die den F16 aufgesetzt. Mit den sechs rotierenden Geschützen kann sie 4.020 Millimeter Geschosse pro Minute abfeuern. Und sie ist zielgenau. Gehen Sie frontal auf ihn zu und Sie sind Hackfleisch. Hier müssen Sie aus einem Versteck angreifen. Benutzen Snake, ich empfange starke Strahlung aus dem Wasserfall. Wenn sie zu dicht rangehen, werden sie eventuell kontaminiert. Außer den abgerüsteten Sprengköpfen muss hier auf Shadow Moses Island noch andere Atommüll lagern. Was immer es ist, es hat ein Leck. Sie haben das wahrscheinlich schon gehört, aber ich sage es Ihnen trotzdem nochmal. Die meisten Atommüll Lager sehen nicht besser aus als das hier. Sie verursachen unglaubliche Umweltschäden. Das glaube ich nicht. Dr. Naomi arbeitet für die Terroristen? Ich kann es auch nicht glauben. Aber was wenn Campbell recht hat? Ich weiß. Nastascha, haben Sie je von Fox Die gehört? Fox Die? Tut mir leid, nie davon gehört. Na dann, vergessen Sie es. Snake, denken Sie nicht an Dr. Naomi. Jetzt ist es für Sie das wichtigste den Pal Ich frage Sie noch einmal. Wissen Sie irgendwas über Fox Die und den wirklichen Zweck dieser Operation? Tut mir leid, mir wurde nichts darüber gesagt. Merkwürdig. Der Colonel sagte fast genau das gleiche. Das sollte nicht sarkastisch klingen. Ich glaube Ihnen. Snake, Sie sind in Gefahr, verschwinden Sie! Gern, aber wie? Sie können nur warten, bis Dr. Emmerich die Tür öffnet. Halten Sie durch, Snake. Gibt es niemanden, der die Basis kennt? Dr. Emmerich, vielleicht kann er was tun. Snake, worauf warten Sie? Schnappen Sie Liquid! Ich bin Militärberaterin und Expertin für Hightech-Waffen, aber ich weiß nichts über Metal Gear. Fragen Sie doch Dr. Emmerich. Der verwendet wahrscheinlich ein elektronisches Zielgerät, wie bei einem Panzer. Mit Düppel sollten Sie ihn ein bisschen ablenken elektronische Erfassungsgeräte. Alle Überwachungsflugzeuge sind heute damit ausgerüstet. Darin befindet sich nicht nur ein Radarsystem, sondern wahrscheinlich auch Infrarot und Bewegungssensoren sowie andere Ausrüstungsteile. Das ist wie eine Mischung aus Augen, Ohren und Nase. Wenn Sie es ausschalten, haben Sie vielleicht eine Chance. Vorsicht mit den Stinger-Raketen. Wenn alle weg sind, haben Sie verspielt. Snake, jetzt heißt es Sie gegen Liquid. Da kann ich Sie nicht beraten. Glauben Sie an sich, Sie müssen siegen. Im Nordostteil des Erdgeschosses befindet sich ein Frachtaufzug. Mit dem kommen Sie zu Metal Gears unterirdischer Basis. Sie finden ihn leicht. Er hat eine große Warnleuchte. Der Aufzug steckt weiter unten fest und kommt nicht rauf. Gibt es einen Aufzug, mit dem ich weiter nach unten komme? Ja, es jemanden darunter gehen sehen. Nein, aber Mäuse gehen da lang. Sehe ich wie eine Maus aus. Achten Sie auch auf den Kran. Wenn Sie sich dicht an den Stufen halten, schaffen Sie es zur anderen Seite. Hoffe ich. Sind Sie im Poileraum? Achtung, die Ruhe sind sehr alt. Ab und zu tritt Dampf aus. Also Vorsicht. Was heißt hier ab und zu? Wenn Basis hin und her. Er ist noch nicht da. Sie müssen also nur warten. Der Aufzug fährt erst, wenn Sie den Schalter drücken. Da ist ein Steuerfeld. Gehen Sie hin und drücken Sie die Aktionstaste. Sie können sich im Aufzug nicht verstecken. Sie müssen kämpfen. Der Aufzug transportiert Fahrzeuge und Baumaterial zur unterirdischen Basis. Deshalb ist er so groß. Der Aufzug, in dem Sie sind, ist Aufzug Nummer eins. Der fährt nicht bis nach unten. Sie müssen also am Wechselpunkt in Aufzug Nummer zwei umsteigen. Snake, das ist der Wechselpunkt zwischen Aufzug Nummer eins und Aufzug Nummer zwei. Was soll das eigentlich? Lange Zeit konnte man mit einem Aufzug bis ganz nach unten fahren. Aber ich habe gehört, dass das das aus Gründen der Gesteinstabilität geändert wurde. Krähen. Was? Es gibt viele Krähen hier. Was zum Teufel tun all die Krähen hier? Die Krähen? Keine Ahnung. Es gab hier schon vorher Krähen, aber aus irgendeinem Grund hat ihre Zahl dort enorm zugenommen, seitdem Foxhound auf der Basis ist. Merkwürdig, was das wohl zu bedeuten hat? Raben. Was meinen Sie? Es gibt viele Raben hier. Was zum Teufel tun all die Raben hier? Raben? Keine Ahnung. Es gab hier schon vorher Raben, aber aus irgendeinem Grund hat ihre Zahl dort enorm zugenommen, seitdem Foxhound auf der Basis ist. Merkwürdig, was das wohl zu bedeuten hat? Der Raum wird noch gebaut, weil die unterirdische Basis für Metal Gear Priorität hatte. Der Vorteil aber ist, dass man sich in all den Containern wohl gut verstecken kann, nicht? Leider weiß ich nichts über Dr. Naomi, da kann ich nicht wie sagen. Überlassen Sie das lieber Colonel Campbell, sehen Sie besser zu, dass Sie in den Kontrollraum kommen. Dort befindet sich das Notausschaltsystem für den Palkot. Der Kontrollraum ist im dritten Stock dieser Basis. Sehen Sie die Leiter neben Metal Gear? Da kommen Sie rauf. Otacon, wie steht's? Noch nicht? Ich brauche etwas mehr Zeit. Hast du's? Geben Sie mir ein bisschen mehr Zeit. Wie sieht's aus? Hast du die Notsystemakte? Noch nicht. Ich brauche etwas mehr Zeit. Ich habe viel über die neue Atomwaffe herausgefunden. Beim Abschuss von ballistischen Raketen gibt es vier Stufen. Die erste ist die Raketenstufe. Sie beginnt beim Start der Rakete und endet, wenn der Treibstoff verbraucht ist und die Rakete in die Exosphäre eintritt. Die nächste Stufe ist die Nachraketenstufe. Sie setzt ein, wenn der Treibstoff verbraucht ist und endet nach Auswurf des Wiedereintrittskörpers. Danach folgt die Zwischenkursstufe, die vom Auswurf bis zum Eintritt der Rakete in die Exosphäre reicht. Dann kommt die Endstufe. Sie fängt an, wenn der Wiedereintrittskörper in die Exosphäre eindringt und dauert, bis er schließlich das Ziel am Boden erreicht. Raketenabwehrsysteme stellen von der Rakete abgegebene Treibstoffemissionen über Militärsatelliten fest. Aber diese neue Atommaffe hat keine Rakete, sondern wird vom Schienengewehr mit Ultrahochgeschwindigkeit abgeschossen. Daher können heutige Abwehrsysteme sie nicht erkennen. Außerdem benutzt er Wiedereintrittskörper Stealth-Technologie. Er ist so treffsicher, dass sein Fehlkreis auf 50 Meter beschränkt ist. Das ist so gut wie die besten Interkontinental-Raketen. Eine Atomwaffe, die treffsicher, nicht feststellbar und nicht abfangbar ist. Wir wüssten nicht mal, wo sie hergekommen ist. Und nicht nur das. Eine Standard-Atom-Rakete wird von einer zwei- oder drei-Stufen-Feststoff-Rakete angetrieben. Das ist nicht nur teuer, sondern der sichere Umgang mit dem Raketentreibstoff und die Startvorbereitungen Die perfekte Bombe. Ein Traum der Generäle. Und der Albtraum der Welt. Hast du die Daten für das Notsystem? Warten Sie noch ein bisschen. Da war viel über die Rüstungsindustrie. Nach dem Kalten Krieg kürzten die Vereinigten Staaten ihren Verteidigungsetat um mehr als 15%. Das traf die Rüstungsindustrie schwer. Es führte zu vielen Fusionen und Aufkäufen. Viele der Rüstungsgiganten von heute enthalten, was vor 10 Jahren noch 20 oder mehr kleinere Firmen gewesen wären. Armstack gehört auch dazu. Aber wir verloren einen Auftrag der US-Luftwaffe für die nächsten Kampfflugzeuge. Dann versuchten wir es mit Zivilanwendungen. Die blieben aber auch erfolglos. Die Firma war so gut wie am Ende. Im Verteidigungsministerium sah es genauso aus. Durch die Etat-Kürzungen brauchten sie Geld aus dem privaten Sektor um die Waffenentwicklung zu finanzieren. Außerdem begann die Regierung die modernsten Waffentechnologien aktiv in den privaten Sektor zu verlagern um die hohe Qualität der Abwehrsysteme des Landes zu erhalten. Schließlich wurde ein Projekt zur gemeinsamen Entwicklung neuer Waffensysteme durch das Ministerium und den privaten Sektor beschlossen. Da beide Seiten finanziell schlecht dastanden, wurde viel geschmiert. Die gemeinsame Entwicklung von Metal Gear hatte also noch andere Gründe. Nicht nur Präsident Baker, der Armstack retten wollte. Die Terroristen haben die Sprengcodes eingegeben. Ein Staat kann nur noch durch erneute Eingabe der Codes verhindert werden, um den Sprengmechanismus zu sperren. Dazu brauchen sie die Schlüsselkarte. Finden sie den Schlüsselsnake. Es ist der einzige Weg. Dieser Form gebracht wurde, er vom Pal Code Eingabe Terminal im Kontrollraum nicht erkannt wird und der Sprengcode nicht eingegeben wird. Sie haben den Schlüssel? Erst kommt der Zimmertemperaturschlüssel. Schieben sie ihn ins linke Terminal im Kontrollraum. Snake, die Schlüsselform ist falsch. Bringen sie ihn auf Zimmertemperatur. Als nächstes kühlen sie den Schlüssel. Und wo mache ich das? Wir sind Reven gekämpft haben. Das ist mitten im Permafrost und eine Heizung gibt es da auch nicht. Aber sie sind hier dicht am Lager wo sie mit Reven gekämpft haben. Das ist mitten im Permafrost und eine Heizung gibt es da auch nicht. Snake, die Schlüsselform sieht jetzt gut aus. Gehen sie und schieben sie in das mittlere Terminal im aber Überlassen sie das Colonel Campbell konzentrieren sie sich auf die Eingabe des Codes Du hast recht Was warmes was ist du mit dem Hochofen aber wenn sie auf dem rückweg durch die Kälte gehen ändert sich der Schlüssel wieder sie müssen sich beeilen die Form sieht richtig aus der letzte Schlüssel gehört in das rechte Terminal im Kontrollraum aber Vorsicht wenn sie zu lange im kalten sind ändert er seine Form beeilen sie sich ich kann dr. naomi verstehen sie tut mir leid seit meiner Kindheit habe ich meinen vornamen gehasst das ist hell ja mein vater war ein großer science fiction fan deshalb heiße ich jetzt so aber ich bin kein computer sondern ein Mensch mein Großvater war beim Manhattan Projekt dabei mein Vater wurde am Tag von Hiroshima geboren ich ich fühlte mich wie in Ketten gelegt und nach unten gezogen wenn ich jetzt darüber nachdenke bin ich richtig dankbar wenigstens weiß ich wer ich bin woher ich komme dr. naomi kannte weder ihre älter noch ihren richtigen namen sie muss ein einsames Kind gewesen sein otterkorn Entschuldigung wir sollten uns auf die palkode eingabe konzentrieren sie haben immer noch den letzten schlüssel nicht eingegeben schnell zum kontrollraum die form stimmt nicht schnell erhitzen sie den schlüssel am besten im hochofen was machen sie denn die tür ist offen snake schnell schnappen sie sich liquid snake die panzerung von rex ist undurchdringlich ihre waffen richten da nichts aus rex verfügt über die neueste verbundpanzerung sie kann nur mit heat durchschlagen werden was kann ich denn tun der pilotensitz von rex funktioniert wie ein vr system er hat viele mit einer hightech steuerungsschnittstelle verbundene sensoren er ist völlig abgekoppelt und von der außenwelt abgeschlossen er sieht nicht selbst nach draußen richtig wenn sie also die sensoren zerstören sehen sie das runde ding an rex linkem arm ja das wie ein schild aussieht das ist ein radom wenn sie das zerstören kann er seine elektronik nicht einsetzen ist er dann blind ja schießen sie mit einer stinger auf den radom das macht ihn fertig nein rex kann auch von hand gesteuert werden na toll der schnabel ähnliche teil enthält den pilotensitz und kann im notfall geöffnet werden rex panzerung ist unzerstörbar das hast du schon gesagt aber innen sieht es ganz anders aus ok zuerst zerstöre ich den radom dann muss er den pilotensitz öffnen genau wenn sie eine stinger ins cockpit schießen vernichten sie das computersteuersystem sie haben absichtlich einen schwachpunkt eingebaut es ist es ist kein schwachpunkt eher eine charakterschwäche denn jeder mensch hat doch irgendwo eine charakterschwäche oder etwa nicht ich denke schon ich schuld dir was zerstören sie zuerst mit einer stinger den radom und seine elektronik in präsident bakers geheimakten stand dass rex einen freien elektronenlaser am bauch montiert hat diese waffe schießt einen laserstrahl in einen mit riesen magneten beschleunigten elektronenstrahl er erzeugt eine unglaubliche energiemenge beinahe 100 megawatt das ist zehnmal stärker als alle anderen leser der welt rex hat an beiden knien panzerabwehrraketen montiert sie haben halbaktive suchköpfe ohne lenkträhte der pilot richtet mit seinem zielgerät einen laserstrahl auf das gewünschte ziel die rakete wird dann durch das reflektierte licht ins ziel geleitet zum glück sind das panzerabwehr und keine antipersonenraketen trotzdem wird ihnen ein direkter treffer leid tun seien sie vorsichtig wenn rex auf sie tritt ist alles aus vorsicht wenn er näher kommt das schienengewehr feuert projektile magnetisch ab durch perfektion der geschoss beschleunigung kann das schienengewehr ein projektil mit einer mündungsgeschwindigkeit von 100 km pro sekunde abfeuern es gehörte ursprünglich zum sti programm und sollte feindliche interkontinentalraketen noch im all abschießen ironisch dass es jetzt selbst zum abschluss von atomwaffen verwendet werden soll rex ist der erste wirkliche prototyp aber es gab schon länger virtuelle prototypen man steckt das modell noch in der entwicklungsphase in eine vr simulation so kann man gleich verbesserungen vornehmen während man test unter allen möglichen bedingungen ausführt obwohl es ein prototyp ist ist er extrem ausgereift vorsicht snake ich habe keine ahnung von kämpfen aber sie müssen liquid schlagen wenn es aussieht als ob sie beinahe von rex runterfallen drücken sie schnell irgendeine taste sie klettern dann schneller hoch hier gibt es viele krähen raben sollen den tod vorhersagen können der große englische dichter marlo schrieb im sechzehnten jahrhundert etwas wie er so trägt der traurig düstere rabe im schnabel schon des siechen letzten ruf und breitet in der nächtlich dunklen stille mit finsterer schwinge klagen aus und weh klingt ziemlich finster master übrigens ja raben fressen gemüse fleisch müll so ziemlich alles klingt zwar ekelhaft aber so können sie in diesem klima überleben die legende sagt dass krähen dreimal länger leben als ein mensch und raben dreimal länger als die krähen das ist quatsch aber krähen leben wirklich länger als viele andere vogelarten nordische raben können bis zu 70 jahre alt werden das sind keine krähen das sind nordische raben die eskimos und indianer verirrten die nordischen raben als schöpfer gottheiten ich wollte sie was über naomi fragen ich sehe mir die details an aber es sieht nicht gut aus waren sie ihr gegenüber nie misstrauisch snake ah bleiben sie wachsam der ort liegt mitten im permafrost wie der name sagt taut es dort nie über 85 prozent von alaska sollen aus dauerfrostgebieten bestehen sie können ihre rationen wärmen wenn sie sie nehmen und dicht an ihren körper halten es ist dort extrem kalt beeilen sie sich sonst gefrieren ihre rationen sie sind schon gefroren nehmen und wärmen sie sie nach einer weile sollten sie essbar sein ein alaska indianer wie wahrscheinlich atapaska sie gehören zum gleichen stamm wie die apachen und navajos von neu mexiko sie sind anthropologisch mit den japanern verwandt es gibt sogar linguistische ähnlichkeiten zwischen atapaska sprachen und altjapanisch sie haben wahrscheinlich vorfahren mit ihnen gemein ich glaube nicht dass ich japanische vorfahren erwähnt habe das vier mann tragen ist ein rennen bei dem man mit vier erwachsenen männern die an einer langen stange hängen laufen muss raven trägt sechs ich bin sicher dass die frau die sich naomi nennt eine spionin ist inzwischen glaube ich dass auch campbell etwas verbirgt vertrauen sie ihm nicht blind snake ist das code eingabesystem nicht im kontrollraum beeilen sie sich und gehen sie dahin der schlüssel ist weg suchen sie ihn die haben den code schon eingegeben mit dem minendetektor sollten sie den schlüssel selbst im abfluss finden können finden sie diesen schlüssel auf welche weise auch immer der start lässt sich nur verhindern indem die codes neu eingegeben werden was das system sperrt haben sie den schlüssel nein er ist weg scherzen sie nicht sie haben ihn doch in den abflussfallen sehen oder der abfluss ist da etwas merkwürdig dran nein es gibt nur große ratten das ist es eine ratte hat ihn verschluckt wer macht ihr scherze nein das stimmt kann mir nichts anderes vorstellen ratten fressen alles mögliche das ist nichts besonderes eine ratte hat den schlüssel verschluckt ihr nach holen sie ihn zurück sie haben den schlüssel wieder gut jetzt schnell zum kontrollraum jetzt kühlen sie den schlüssel finden sie was kaltes der schlüssel hat sich verändert schnell zum kontrollraum zur eingabe jetzt wärmen sie ihn suchen sie was heißes also ist naomi eine spionin dachte ich's mir doch temple verbirgt auch etwas schon in ordnung fox da ist ein virus eine biologische waffe es muss ein serum geben daran können wir später denken jetzt müssen sie sich auf die eingabe der codes konzentrieren okay der schlüssel hat sich wieder verändert schnell zum kontrollraum das ist der letzte so aufgeregt habe ich sie noch nie gehört sie haben den schlüssel wieder gut schnell zur eingabe naomi benutzte fox da als rache an ihnen ja aber sie sagte dass sein einsatz nicht ihre entscheidung war nach ihrer aussage war es nur ein teil dieser operation wenn das bis zu campbell durchdringt kommt man vielleicht nicht so leicht an das serum ach vergessen sie das jetzt aber schnell zum kontrollraum legen sie den letzten schlüssel ein ändern sie erst die form des letzten schlüssels so